Einen wunderschönen guten Astrid und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Relife Online Livestream und da kommt direkt wieder eine Doni rein, so ist es. Auf jeden Fall herzlich willkommen heute wieder zu einem 1.07 Mark Rumpelde Pumpe Livestream. Ich freue mich heute drauf, denn ich bin Mark Rumpelde Pumpe, genau. Und danke für die deutlich wieder vor dem Stream donated haben. Da hat sogar der Stoffel einen 50er donated, der liebe Robert. Servus Perfekt, zu meinem heutigen Geburtstag wurde ich reich beschenkt und Covid-Positiv heißt erstmal Quarantäne. Zum Glück wird gestreamt und da war's der Arme. Da ich, was? Und da ich reich beschenkt wurde, schenke ich auch gerne weiter Wünsche. Kuss geht raus und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute zum Geburtstag und alles Gute, sobald du wieder gesund wirst, lieber Stoffel. Du Armer. Der arme Dude erstmal Geburtstag und dann direkt Corona-Monat. Dann alles, alles Gute auf jeden Fall, in beiden Hinsichten, dass du bald gesund wirst und alles Gute zum Geburtstag. Wer wirst du denn? Ich schätze mal du wirst 12. Spaß. So, Stoffel spielt was auf dem Server by the way. So, äh. Der Nerfie. Moin Meiste, ich freue mich auf den Stream. Und nur mehr vier Monate bis zum schwarzen Coin. Liebe Grüße und Spaß. Du meinst ja dir jemanden, äh, Abzeichen-Coin da. Krass. Oder, oder was? Wobei, vier Monate? Nur mehr vier Monate bis zur... Ja doch, dann, dann muss da zwei Jahre dabei sein, ne? Der Nerfie. Kuss geht raus. Äh, vielen, vielen Dank für deine Dunio. Von fünf Euro Hündchen. Der Kurtgurt ist auch dabei. Dankeschön, Kurtgurt Flachwitz. Wie nennt man einen Studierenden Bauern? Einen Akademiker. Das ist echt schlecht. Und Kuss und Kuss geht raus. Ich kenn' dich noch. Ähm, genauso wie Mr. Black. Mit'n Zwanni direkt am Anfang. Was? Oh ne, da wieder so'n Lied-Text. Och ne, bitte kein... Äh... Ah, eh, eh. Wacker, wacker, eh. Oh, jetzt hab' ich das wieder im Ohr. Danke. Dieses Lied war ganz schlimm. Keiner hat's gemocht, aber jeder konnte es. Das sind wohl Lieder, die... Das ist das Sound-Ofe Spende. Genau, so ist es. Ähm... So muss das, so. Das ist das Sound-Ofe Spende. Ah, hier, Stoffel. Äh, vielen, vielen Dank. Werde es hoffentlich überleben. PS, bin 2.30 geworden, ja. Äh, knapp an der 12 vorbei, Bruder. 20 Jahre vorbei an der 12. Dankeschön, Stoffel. Und einfach 2.30. Nee, ich wusste, dass du schon ein alter Herr bist. Das wusste ich ja. So. Alter drauf. Und Mark und der Lump. Och ne, jetzt kommt wieder ein Witz. Äh, Judenabend. Kennst du mich noch? Wie lange streamst du noch? Wann wieder? Alles Gute Nacht. Und wann kommt 3.0-Grüße? Das sind... Danke, Mark und der Lump. Das freut mich sehr. Ich sag' einfach Danke, gell. Das wär' schon so verorscht, Leute. Das ist ja unglaublich. Ah, na, das ist hier wieder nix. Schau. Ach nein, bitte. Gib mir Glück, Bruder. Bitte gib mir Glück. 1, 2, 50. Komm, wie nächstes ist der hier. Ah, da ist mein Glück noch da. Heute auch wieder Glück. Also ich hab' die letzten Streams nur Glück gehabt mit meinen Rubbellösen. Ich weiß nicht, was los ist. Rubbellösen? Ich hab' ein neues Wort erfunden. Die Rubbellöse. Mehrzahl von Rubbellos? Rubbellöse. Was ist denn hier los? Und dann werde ich ihm schon mal ein Schmerzen gekauft haben. Ich hab' zusammengebrochen, aber gut. Ich setze schon mal hier. Die Carmen ist wohl mit ihrem, äh, mit ihrer KTM gestürzt. Aha. Also das würde ich jetzt auch mit ersten Blick bezeugen. Gut. Ich muss weg. Wisst ihr, was ich nämlich noch dabei habe? Sag und Schreib 108 Kursstich loswerden muss. So sieht's aus. So, dann fahr' ich mal mit meinem Blunderstück weg hier. Und zwar mit meinem Skyline. Oder... Ihr wisst was? Ich hatte ja heute im Thumbnail den geilen Wagen hier drin. Den Markwagen. Den Markwagen. Ich muss noch aufpassen, weil ich jetzt nochmal zu schnell verhäutet. Vielleicht wird mir die Führer schon abgenommen. Ich weiß es ja nicht. Ah, tanken muss ich. Mark sein Auto muss betankt werden. Wichtig und richtig. Ähm. Okay. Ich glaube, das hat doch einen größeren Ausmaß gehabt, was hier passiert ist, dass die Tankstelle explodiert. Okidoki. Ähm. Das heißt... Ist die Tankstelle auch kaputt hier rechts? Ach du Scheiße, die Tankstelle sind explodiert. Ja, super. Da muss ich weiterfahren. Ja, super geil. Ah, die Palmen aus Plastik sind auch wieder am Start. Was ist denn los? Robert, was ist denn da? FIREFIGHT Eindricks 2. Mahlzeit bin auch wieder da und mache das jetzt das... Weil ich muss das gleich vorlesen. Das ist das Problem, es wird immer zu schnell ausgeblendet. So wird die einem ein bisschen länger drin lassen. Ja, nicht schlecht. Das wird jetzt einfach immer Danke Roberts sagen. Dann wissen wir Bescheid. Warum kein Aventador? Ja, weißt du wie geil der Wagen hier ist? Weißt du wie geil das Ding ist? Ich muss sagen, mittlerweile alles... Vom Handling her haben wir Lieblingsautos. Vom Handling... Oh, der fährt 300er Wagen hier. Ist ja auch richtig. Du denkst halt gar nicht, dass der 300 fährt. Eine der wenigen Ausnahmen, wo das Handling passt. Und die endlich für mich verpasst. Eine der wenigen Ausnahmen. So, kann ich jetzt rüberfahren, ohne dass ich da hinten einen auf den Deckel kriege. Ich hoffe. Und mein Tank ist echt gleich hier. Auch bitte... Ach Gott sei Dank, sieh sie noch frisch. Frische Tank stehen. Frische Zopfzäulen. Ja, ich freue mich. So. Ah, ist das schön. So. By the way, falls ich heute ein bisschen müde rüberkomme oder so. Liegt vielleicht daran, dass ich die Nacht durchgemacht habe. Also wenn ich heute schneller müde werde als sonst, wundert euch nicht. Und ich habe jetzt vorhin ein kleines Dickerchen gemacht. Und zwar habe ich, ich glaube von... Doch, von 14 Uhr bis 18 Uhr geschlafen. Also, ja, 4 Stunden circa. Hatte ich jetzt ein bisschen Schlaf, habe ich ein kleines Dickerchen gemacht. Weil ich durchgemacht habe und meinen Schlafrhythmus hier umstellen möchte. Sag mal, nach diesem kleinen Powernap, konnte ich jetzt auch noch streamen. Ich habe nicht überlegt, soll ich heute streamen oder nicht. Weil ich ja durchgemacht hatte und der Powernap hat mir geholfen. Also ich kann jetzt, Gott sei Dank, streamen. Aber sollte ich später etwas müder werden, wundert euch nicht. Ich habe nicht viel Schlaf gehabt. So sieht es aus. Eine echte Tankstelle mit echten Benzinen. Was würde ich wissen? Ja, wir finden heute ganz viele neue Wörter. Es ist unglaublich hier. Es ist unglaublich, was wir hier heute wieder finden. Unglaublich. So. Mal einen Funk rein. Ich mache mal einen Funk an. Ich habe nur vorhin OOC, habe ich gesehen, dass Barrios am Boden lag. Ich war kurz in seinem Stream und irgendwas ist passiert. Ich weiß natürlich im RP nichts. Deshalb, ich gehe jetzt einfach rein und lass mich überraschen. Oh, wir sind die drei. Oh, Alter. 14 Leute. Oh, wir sind die drei. Oh, Alter. 14 Leute. Aber wo sind denn heute so viele? Hochzeit. Ah, da war ja was. Aber ich gehe da nicht hin. Ich habe nicht so viel Zeit. Aber ich will mir das mit dem Kartell noch klären. Weißt du darüber Bescheid? Über Kartell? Über Kartell? Ich weiß Bescheid, was passiert ist, ja? Ja, ich will das dann heute klären. Das heißt, du lässt die Hochzeit sausen? Ja, ich habe gar nicht zugesagt. Okay, ich glaube, ich auch nicht. Ich habe nur irgendwas mit gehört, dass da eine Hochzeit über stattfindet. Wusste ich mal wann. Vielleicht nachträgte ich noch jeden Fall. Also ich auf jeden Fall, wenn wir vielleicht das Video vorbeischauen. Aber erstmal, ja. Ist das von uns jemand, ne? Letztes Mal hatten wir eben gesagt Hochzeit. Ja, ganz ehrlich. Ihr seid da bitte dabei, ja? Hallo? Er hat gerade heiratet. Ja, da kann man auch mal am Start sein. Wer heiratet? Pippi heiratet heute. Wer? Das kann es ja gerne sein, aber trotzdem geht das ein bisschen. Pippi? Was? Ich bin grad... Warte, wer... Es ist wer von uns? Gibi heiratet, ja. Ach, Gibi, ja natürlich. Ach, stimmt, da war ja was. Gibi. Ich habe gerade Phoebe verstanden. Ich dachte, wer ist Phoebe? Also es ist doch Gibi, wie letztes Mal gesagt. Okay, alles klar. Gibi Blocksberg heiratet heute. Ach, es war nicht. Es ist Gibi und nicht ich und Pablo. Okay, alles klar. Also Gibi Blocksberg. Perfekt. Sehr gut. Ja, wann ist denn die Hochzeit? Ich glaube 20 Uhr ist Treffpunkt am Autohaus und dann werden wir voneinander abgeholt. Äh... 20 Uhr Treffpunkt. Aber äh... Sonst könnten wir das auch später mit dem Kartell erklären, denke ich mir. Ich habe nicht so viel Zeit. Ach du hast nicht so viel Zeit. Ja gut, das ist scheiße. Aber ich will jetzt auch nicht die... Ja, alles gut Freddy. Ich... Wir wollen ja nicht die Hochzeit sausen lassen, oder? Ich... Ich muss ehrlich sagen, ich wäre auch gerne bei dem Gespräch dabei. Ja, das wäre gut, ja. Sonst können wir auch schnell machen. Wir gehen rein, raus. Dann kommen wir... Ich muss sehen, du kennst dich doch. Ja, bitte was? Ich weiß nicht, ob Gibi noch einen Punkt hat, aber der wird das wohl verstehen, wenn wir ein bisschen später noch einen Punkt hätten zu kommen. Ja, wir würden uns da zustoßen. Oder Gibi? Ja, passt gut. Passt das? Ich komme dann später dazu. Ok, alles klar, machen wir das so. Gut, dann erklären wir das jetzt mal mit Kartell. Dann sitzen wir heute wieder mit Kartell am Tisch. Mit Kartell mit Fisch. Kartell auf Strich. Was? Ja, sitzen wir mit Kartell am Tisch. Hm. Gut, dann fahre ich heute zu 1.07. Ich werde mich dort mal schön anziehen. Äh, gibt es bei der Hochzeit einen Dresscode oder ist das egal? Komplett weiß. Komplett weißes Dresscode, danke. Ja. Ich werde mich ganz anziehen, wenn es nicht weiß jetzt heute schon. Aber deshalb fragt man auch. Man muss immer fragen. Gibt es ein Dresscode auf einer Hochzeit? Weil dann sind alle weiß angezogen und du musst mit einem schwarzen Anzug da gelaufen. Genau deshalb fragt man zuerst. Schön, dass ich keine richtige Einladung bekommen habe. Ich habe doch... Ah, wobei, letztes Mal. Zude hat gesagt, Gibi und die haben hier Hochzeit. Aber hier... Und ich wusste, Gibi heiratet. Und ich wusste, dass das, äh, so schnell geht. Was ist die heute Hochzeit machen? Digga Waller Film heute. Ja. Das heißt heute, Kartell erstmal. Ich bin actionreich. Erstmal mit Kartell reden. Dann sagen die Leute, mach doch endlich RP. Warum redest du so viel mit dem Kartell? Das ist RP. So, äh, dann haben wir, ähm, Hochzeit. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Das heißt, wir stoßen dazu. Ja, ich bin, äh, gespannt Leute. Ich bin gespannt. Hoffentlich dauert das mit dem Kartell jetzt nicht so lang. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, lange herum zu diskutieren. Weil wir letztes Mal schon so viel mit Kartell diskutiert haben. Ich muss jetzt nicht eine stundenlange Diskussion machen. Weil ich hoffe, dass wir da bald rauskommen. Vor allem, wir müssen ein bisschen Druck machen. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Wenn 20 Uhr Hochzeit ist, will ich jetzt nicht komplett abblasen lassen. Äh, wäre mir zu heikel das Thema. Schau, wie, wie nett ich hier heute mit 130 den ganzen Weg lang gefahren bin. Auf Ehrenbruder Basis aber. Auf komplett Ehrenbruder Basis hier mit 130. So, hier mit 80. Da ist mir aber komplett egal. So. Ja, da werden wir heute die Woche vielleicht umziehen mit 1 zu 7. Mal gucken. Also ich habe ja gesagt, dass wir diese Woche nur umziehen werden. Vielleicht auch am Wochenende oder so. So. Ohne Stauz. Dann gucken wir gleich mal. Also ziehen wir uns mal an. Ist das fertig? Ist das fertig mit Raucherpause? Hallo? Hallo! Ah. Raucherpause, oder? Geht das nicht? Elana, ich hab' auf dir die Begonnung. Freddy macht halt Raucherpause, ich setz ihn aufs Klo. Elana? Sorry, ich hab grad telefoniert. Ich setz Freddy schon aufs Klo. Auf dir die Begonnung. Der merkt das nicht. Ähm, ich hab' keine Ahnung. Ich setz hier die Badewanne. Soll ich ihn jetzt stellen? Ich geh'n irgendwo raus, wo ich ihn dann abholen kann. Die Badewanne, die Badewanne, die Badewanne, die Badewanne. Also park' ihn nur aus und ich hol' ihn mir dann. Ähm, ich pack' ihn hier am Autohaus oder Hauptplatz lieber. Ich suche mir Freddy, muss sich ein Dokrot passiert. Sog'n Baumformer nur hin. Krass, am Hauptplatz, dann stellst du irgendwie in die Garage oder rein. Gut, dann pack' ich ihn ja am Hauptplatz aus, ist gut. Ich such' grad' den weißen Anzug. Ja, der ist er, guck. Weißer Anzug, perfekt. Heute Dresscode. Ähm, Limousine war ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, wo Gibi und so ist. Keine Ahnung. Ach, Gibi ist nicht aufgetaucht? Wir stehen grad am Hauptplatz, Parkplatz. Gibi kommt nicht zur eigenen Hochzeit. Gibi! Gibi! So, also jetzt wird sich erst mal gefragt, warum bin ich eigentlich auf der Toilette aufgewacht? Was soll denn das? Gibi, habt ihr in der Limousine dort hingebracht zu werden? Dann wär' jetzt eure Chance. Ja. Okay, ich brauch' ne Weste von unten. Das war ich auch noch. Warum steht da ein Rollstuhl? Ja. Hä? Warum bin ich in der Badewanne, Alter? Danke. Warum bin ich in der Badewanne, Alter? Wie schnell das grad ging, ne? Perfektes Timing. Und reingesetzt und auf einmal direkt ist er da. Hallo, seid ihr schon weg? Ich bin kurz Kleidungsladen. Ja, wo bist du denn? Ich bin vorne. Achso, ja, ich komme. Echt? Am besten doch, weil jeder am besten auf die Insel schicken soll. Ich höre mir, Freddy, wo ist das? Hallo. Na, Brata? Guten Abend. Alles klar? Frisch riechst du, was du duschen? Ja, baden anscheinend. Oh, perfekt. Ich hab's vergessen, dass ich baden war. Du hast vergessen, dass du baden warst? Wie geht denn sowas? Das ist der Schut. Hier mal wieder ne Packung Hundefutter für 107 Euro der Ehre, Bruder. Weißt du das schon? Was weiß ich? Was weiß ich? Ich hab grad schlecht gehört. Weißt du das schon? Alles mit dem Kartell. Ich weiß nur, was sie gemacht haben. Ich weiß, dass du dann Stopp eingeleitet hast. Also, wenn du jetzt die letzten Tage nicht da warst, dann weiß ich Bescheid. Ich war drei Tage jetzt nicht da. Ich war Wohler. Okay, dann sollte ich das wissen. Es war ja das Thema mit, dass die diesen einen Typen da, sagen wir mal, abgeworben haben. Dass er bei uns nicht mehr waschen kommen soll. Dass sie bei ihm für 15% waschen gehen sollen. Das war ja das Ding. Das ist doch wohl ein No-Go oder was? Das ist ein richtiges No-Go. Wenn der hier zu uns kommt, hat das Konsequenzen und so. Was ist das für ne Frechheit? Weißt du was die zweite Frechheit ist? Die ziehen uns unsere Kunden ab und sagen ja, für 15% waschen die. Dann kommen die zu uns mit dem Geld, was die gewaschen haben. Waschen bei uns für 5% und holen sich dann nochmal Geld bei raus. Das ist das die Scheiße. Die nutzen uns als Waschmaschine aus. Wir sind für die ne Waschmaschine. Mehr sind wir für die nicht. Ich würde das nämlich gerne klären. Mhm. Jetzt dann. Gleich. Ich hoffe. Weiß nicht. Wir müssen mal wen erreichen. Mal gucken. Wen erreichen. Hast du noch keinen erreicht heute? Äh ne. Vorhin noch nicht. Ich dachte du hast schon wen erreicht wegen der Hochzeit. Wie gut dann kann ich mal gucken. Die sind nicht eingeladen. Das Kartell. Die sind auf jeden Fall nicht bei der Hochzeit. Nein, 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 nein. Weil ich dachte das schon alles ausgemacht. Dass wir heute schon da einen Termin haben oder so. Dass du da schon. Schon so standfest der Meinung warst. Wir fahren jetzt hin. Ich könnte mal die Steffi anrufen. Hast du dich schon angerufen? Ne mach ruhig. Ich rufe die sonst mal an. Ich frag mal ob die Bossebene da ist. Ob der wen erreichen kann ja. Ja ja. Sieht nicht so aus als wäre sie da. Ok da hebt keiner ab. Da hebt erstmal keiner ab. Ich könnte mal gucken ob ich noch wen. Ich kann auch noch wen anrufen. Ich meine ich hätte noch Tony können ja noch anrufen. Den habe ich geschrieben. Den hast du geschrieben. Den ruf ich mal an. Larissa. Ich will einen abheben. Doch gar nicht. Alles für Zeit. Hier warte kurz. Ich muss noch was erledigen dann habe ich Zeit. Ja weil ich müsste mit dir zuvor hören. Ich bin gleich da. Alles gut. Hey die 50 ist Überfalli. Überfalli. Ich muss ganz viel dann vorlesen. So sieht es aus. Ich habe jetzt nur Tony und die letzte andere Nummer habe ich eingespaltet. Das ist sehr schlecht. Das war es ja. Ich habe nicht mehr. Wie ist aktuell? Ne ich habe nicht mehr. Ich habe jetzt Tony und Steffi hier. Hallo was ist denn passiert mit dir? Ich habe mir meine Beine gebrochen gestern. Wie hast denn das geschafft? Wir wollten den Balito vom Feuerwehrdurm sprengen. Warte wie er hat. Den Fallschirm. Ja. Aber mein Fallschirm war B-Ware und der hat mich ausgelöst und ich bin unten gegen die Mauer geflogen. Aber warte von wo bist du abgesprungen? Balito vom, weil die Feuerwehr ist. Ist das wie. So einen hohen Turm. Ja aber der ist doch nicht hoch genug. Da fliegs auf die Schnauze. Das hat er dann auch gemacht. Ja das habe ich dann auch gemacht. Also da wundert es mich nicht, dass der nicht auslöst. Also bei so einer Höhe kannst du falsche Koppel vergessen. Hätte ich auch nicht gemacht. Ich dachte es geht. Ich dachte es geht. Ich dachte du schreibst meine E-Mail oder so. Bin gespannt Leute. Ich bin sehr gespannt. Na gut. Dann passt. Alles klar. Jo. Alter wie frech Junge. Da könntest du schon durchs Telefon greifen. Alter. Warum was ist denn? Wie soll ich dich denn jetzt erreichen? Die werden schon weit kommen. Oder echt mal? Ja ja. Wollte dich das durchs Telefon durchkissen einmal. Alter. Also bei mir habt ihr auch gerade auch keiner. Also steffelig abkommt. Und ich habe nur die Nummer von Toni. Ich habe die andere Nummer angegen. Versucht den zu erreichen jetzt anscheinend. Hat er zumindest gesagt. Stimmt weiß ich nicht. Ich fahre ich da einfach hin und stelle mich ans Torntub. So lange bis die, oh man komm. Können wir mal vorbeifahren und gucken ob wer da ist. Kann ich ja mit Multikeeper da vorstellen oder? Vielleicht nehmen die einfach mit Absicht nicht ab. Um uns zu ignorieren. Man weiß ja nicht. Kann auch sein. Ich sag mal soll mich nicht. Huch das nicht. Ich verkauf mein Kram auch beim Dieter. Mir ist das ziemlich lang. Larissa wo bist denn du? Ich habe nur 102 Kusch dabei. Also ich weiß nicht. Wo ich das hinbringen soll jetzt. Das machen die jetzt eh nicht. Wir wissen nicht was da jetzt passiert dann Bruder. Ne da verkauf ich das Zeug. Ist mir scheißegal. Larissa? Gut. Ja. Was war das denn gerade? Ja Profi. Was wollen wir machen dann? Wo bist denn du? Ich bin auf dem Weg zum Haar-Aumplatz. Also ich hätte sonst gesagt, ich fahr jetzt erstmal meine Sachen verkaufen. Ich habe das Kusch noch dabei vom letzten Mal. Das habe ich noch nicht verkauft. Lass mich. Ich hab ein bisschen drückt. Lass mich jetzt mal loswerden und dann hätte ich gesagt, fahr mal auf die Hochzeit. Und wenn was zwischen kommen sollte, fahr mal schnell hin. Aber ist das so Hochzeit? Wir fahren nicht selber mit Autos dahin. Wie? Wir werden abgeholt. Wir werden abgeholt. Wir haben da keine Autos. Ja, aber im Notfall können wir ja immer trotzdem weg. Wo genau steht denn hier? Was was ich meine? Dann fahren wir mit dem Privatauto hin. Einfach. Wir fahren mit dem Privatauto. Das ist auch okay. Wohin überhaupt? Ja Observatorium. Ah. Ah. Gut, da fahren wir dahin. Weißt du aber, es ist heute eine Hochzeit und nicht die Verlobung, ne? Ja. Aber es ist heute die richtige Hochzeit. Okay. Der Dresscode ist weiß, ne? Das passt mir ja gar nicht. Ja. Hat mir Spaß. Haha. Ich bin Freddy noch nie in dem weißen Anzug. Kann ich jetzt mich mal weiß anziehen und dann... Na ja, warte. Perfekt. Ich geh mein Zeug verkaufen, Jungs. Wollen wir das gleich auf den Weg machen? Äh. Wie auf dem Weg? Ne. Dann zieh ich mich schnell bei uns an und dann fahren wir durch zum Orgendener. Ja, ja. Wo fährst du denn hin, Alter? Dich umziehen. Keine Ahnung. Können wir auch in der Nähe da machen. Okay. Alles klar. Warte. Achso, warte. Soll ich mit dir mitfahren oder was? Ja, wir können mit deinem fahren. Ne. Ich hab immer Angst, wenn du fährst. Oh mein Gott, Alter. Das ist ein bisschen problematisch, wenn du fährst, weißt du. Das stimmt nicht. Ich kann dir erzählen, was jetzt mal passiert ist bei uns. Wir wollten eine richtig, richtig riesengroße... Eine riesengroße Plantage machen. Und zwar wollten wir die an einer Straße in Sandy anbauen. Auf einer richtig offensichtigen Straße. Und es ging sowas von in die Hose. Was ist denn hier los? Scheiße, noch einer. Hat dir was passiert? Das könnten unsere Jungs sein. Was ist denn passiert? Die hatten irgendwie einen Gruppe mit Hinterhalt. Und drei von uns sind dabei bewusstlos geschossen worden. Keine Ahnung. Ach, so scheiße. Ich muss dir was erzählen. Wir haben jedenfalls diese Dinge gemacht. Wir wollten das machen. Dann haben wir Geiseln gesucht, die wir dazwischen stellen können. So, an der Tankstelle standen dann zwei Leute. Habe ich durchgegeben und dann habe ich durchgegeben. Aufpassen, High Speed Unit kommt. Nichts machen. Was machen die? Packen die Waffen aus, nehmen die mit High Speed Unit. Natürlich direkt gesehen. Dann gab es einen Verfolgungsjagd durchs ganze Land. Ich schwöre, wie es ist. Komplett durch. Ich glaube, das ging 20, 30 Minuten lang Verfolgungsjagd. Und das hat alles dann in einem Schussgefecht geändert. Und ihr sagt ja, wie es ist. Das war keine gute Idee, wieder mitzunehmen. Das war komplettes Chaos an dem Tag. Und keiner wusste, wohin wir. Alles durcheinander, komplett. Und gehört wurde das auch nicht. Weil ich gesagt habe, bitte nicht mitnehmen. Hier ist Polizei. Macht das jetzt nicht. Wurde trotzdem gemacht und dann hatten wir den Salat. Wir konnten auch keinen raushelfen. Da standen, ich glaube, 7, 8 Cops rum. Die haben dann gewartet. Und keine Möglichkeit gehabt. Jemanden rauszuholen aus der Scheiße. Ja, es läuft davon. Wenn ich sage, nicht mitnehmen. Ist gerade Polizei da. Die nehmen die einfach mit. Dann haben wir das auch komplett verworfen an dem Tag. Und dann das nicht mal durchgezogen. Irgendwann mal zum Thema Kartell. Olli hat ja Bewerbungen gemacht. Ich meine, ich habe ihm gesagt, dass er mit Thomas die komplette Macht hat. Jetzt mal Bewerbung in uns einzustellen. Ja, ja. Wollen wir jetzt abstimmen? Und er meinte, der Name ist Jeff. Und er fände es etwas gefallen bezüglich Angebot mit Asch und was. Das ist anscheinend nicht der einzige. Das heißt, die haben das bei Meeren gemacht? Anscheinend, ja. Und woher weißt du das? Das hat mir Olli also erzählt. Ja, aber woher weißt Olli das? Und zwar auch die Leute gekommen haben das erzählt. Allein die Bewerbungen. Die Leute. Olli, du meintest, der Name Jeff ist öfters bei den Bewerbungsgesprächen jetzt gefallen, ne? Ja. Siehst du? Unsere Einstellungen. Aber der Name ist gefallen in Bezug auf Waschen. Auf was der Name gefallen? Auf das Waschen oder? Oder was machst du denn? Allgemein, Ankaufen. Achso, nee warte. Ja. Ich habe das schon so im Empfehlen gehabt, dass ich hier einkaufen wollte. Hier müssen wir hin. Also das gleiche wie bei den Dingen. Genau. Also einfach das selber. Ja. Einfach, also auch waschen und so. Passt. Genau. Alles klar. Das ist bescheuert. Kleidungsladen. Hauptplatz. Magdalumpeg. Gute dir das mal vorgelesen, gell? Jawoll. GBS Max. Was ist grün und trennt über die Wiese? Eine Gurke. Was ist durchsichtig und trennt hinterher? Das Gurkenglas. Warum ist das so gut, alter? Der ist echt gut, GBS Max. Das merke ich mir. Da kommt niemand drauf. Marvin Ratzke. Dankeschön für 4 Euro. Der Flottadmiral. Vielen Dank für 2 Euro. Bin auch wieder dabei. Magdalumpeg. Echt der Streamer im echten Internet. Kommend zu spät zum Streamen. Ich war bei einem Seminar über Kleptomanie. Konnte so einiges mitnehmen. Den hatte ich aber auch schon mal. Magdalumpeg. Hast du schon mal gedroppt? Oh oh. Stinky. Hast du schon einmal gedroppt? Ui. Jetzt habe ich dich mal erwischt seit langer Zeit. Jetzt habe ich dich mal erwischt. MrBlack. Bitte für den Ohrwurm. Kein Problem. Freut mich sehr. Ah ist das schön. Sieht richtig gut aus. Aber die schwarzen Schuhe. Das passt. Soll ich andere? Ne passt. Ne das passt zur Krawatte. Nimm mit. Ja stimmt. So auf akzentmäßig. Ja akzentmäßig. Passt das. So. Müssen wir nur ganz schnell in Richtung Dings fahren. Oder? Schon wieder Polizei vorbeigefahren an mir. Ich habe echt. Ich habe echt das Gefühl. Ich werde gleich observiert. Weil ich in die Richtung fahren werde. Ah ja. Palid ist die Tankstelle vorhin hoch gegangen. Geil. Ja ich wollte mich tanken. Fand ich halt kein tanken. Weil mich ausgeparkt habe. Auf einmal merke ich. Ah die ganzen Substers sind kaputt. Danke für nichts. Auch gleich. Ich bin noch einen kurzen Moment. Das Ding ist halt. Ja. Und den können sie nur kündigen. Wenn die zu uns kommen. Ich würde sagen. Zusammenarbeit klappt nicht. Dass sie vielleicht denken. Dass ich dann herkomme und sage. Der Vertrag kündigen dann. In der Hinsicht. Mit diesen 5%. Weißt du. Ja. Vielleicht sind die. Das Ding ist. Das Ding ist. Vielleicht wollen sie uns raus ekeln. Aus dem Grund. Weil stell dir mal vor. Das Ding ist ja. Wir geben den für 5% waschen. Die. Die gehen aber zu den Leuten hin. Werben ab. Und sagen für 15%. Ja. So. Dann unterbieten sie uns nicht. Dürfen sie ja. In der Theorie. Aber. Die sind. 100. 110%. Dann sind vielleicht auf das aus. Dass sie dann sagen können. Ja. Schau mal hier. So könnte ich vielleicht den Vertrag brechen. Bei 1.07. Weil. Das wird denn 1.07 ein Dorn im Auge sein. Mit dem Waschen. Die werden sicher mit uns dann den Vertrag kündigen. Dass wir aber den nicht mehr waschen können. Weil dann bringt sich das nicht mehr mit den 5%. Also. Dann können die auch nicht mehr vor 15% Ding machen. Ja. So lange sie dann aber drüben beim. Bei der Mafiosi sind. Dann weißt du was. Weißt du eh was ich meine. Wir müssten die theoretisch auch kündigen. Warte ich mal kurz an das ich war ein. Äh. Och ne. Fährt er grad ein undercover cop? Ne. Ja. Ist das ein undercover? Ah. Wir fahren ganz kurz zum. Äh. Tee verkaufen. Bruder. Ist das ein cop? Öffentlich. Ne ne. Oh. Unterwegs. 7 Kilometer. Und dann wollten wir. Wie bitte? Ja. Wir sind unten beim FT-Karten. Wir sind unten beim FT-Karten. Also macht schon irgendwie Sinn was die da vorhaben. Macht schon Sinn auf irgendeine Art und Weise. Ich hab genau gesagt. Die melden sich denk ich mal wenn die da sind. Macht Sinn. Wenn man so Doppeltube nachdenkt. Dass die sich vielleicht so aus dem Vertrag rausgehen wollen. Das macht sehr viel Sinn sogar. Ja. Vielleicht. Ja. Genau. Deswegen ist halt ja mal nicht so lange Zeit so. Die werden ja denk ich mal bald kommen. Jeff war auch ganz komisch so. Ich sag ich weiß nicht so richtig. Ja. Wernst du schon. 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 Ja. 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 Wir sind jetzt oben da. Beim Verkauf. Wernst du mal loswerden. Boah scheiß Preise. Egal. Ich verkauf trotzdem. 30k nur. Das ist wenig. Kannst du ja zwischendurch dann da hinfahren. Dann hoffen wir ein Auto so. 30.000 alter. Soll ich dich mitnehmen. Wir können dich auch mitnehmen. So. Marc wollen wir. Bei Ryan. Bei Maybach dann mitfahren. Dass wir mit Maybach hochfahren. Können wir machen ja. Ja. Dann lass äh. Hauptplatz treffen. Oder. Oder Grove und. Wird halt genau mein Spaß jetzt loswerden irgendwie. Ja. Dann pack das aber auch bei uns. Trotzdem zeitlich ins Haus oder? Ins Grovehaus. Ah ne. Das ist wirklich scheiße geil. Ja. Dann treffen wir uns jetzt. Beim Hauptplatz. Dann kannst du da. Dein Auto. Hier einfach. Mit dem Auto steigen. Oh ja. Dann. Mir ist das doch ziemlich egal. Servus. Ja gut. Ich glaube es ist ein Erster. Danke schön. Haben. Ja wir fangen drauf. Wir sehen uns. Kippt noch. Jo. Kippt. So. 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 Bei mir ebenfalls. Der Euch ist sehr leise. Bei mir ebenfalls sehr leise. Also. Ultra leise Bruder. Wir verstehen Kein industries. Wie Come المaced benim der Öl? Also dass die Daes geisel genommen wird. Gut. Das ist stark. Wie das Geisel genommen milkman! Bist doch nicht verstanden. Ja ich glaube schon. Wo bist du denn, wenn du grad das Geisel bin oben wirst? Ja, das ist ja das Ding. Das ist immer das Ding. Na alles gut Jungs, hier ist Hochzeit. Boah. Oh Gott. Ach so, so meinst du. Hier hast du drauf, oder? Ach so, ich dachte ich soll den Hauptplatz fahren. Ne, ne, wir fahren gut. Geh auf rein, zu dir. Habe ich auch noch schön auf so deinem Haus, ne? Ah genau. Wollte du nicht lesen kommst? Ach Blitzer, was riech ich denn. 63 teure Rechnung aber auch. Ryan 1 Barion 0 Ich habe gelesen, hast du das gelesen bei uns im Chat? Weißt du? Wolfi, also Daniel Wolf, ne? Ja. Der hat anscheinend, der date gerade seit 2-3 Tagen, einer vom PD. Muss ich ein bisschen ein Auge drauf haben. Der datet jemanden vom PD? Ja, ganz schlecht. Ja. Hallo. Guten Abend. Und? Es geht. Ich fühl mich ganz auf wohl, Bruder. Es geht. Mit dem Weiß, naja. Ja. Ah, schön. Mit dem kackbraunen Interieur. Schön, oder? Richtig schön. Das Interieur war auch mal weiß vorher. Ja, war mal, ne? Ja, ja. Ist abgenutzt. Perfekt. Ja, ja. Wie im Team Chat stand. 20 Uhr anscheinend. Kommen alle. So, Nico. BSG. Danke für 94. Fabian. Und hab danke für 3 Euro. Firefighter 1 und 2. Jetzt kann ich das mal lesen. Mahlzeit. Bin auch wieder da. Und mache das jetzt das erste Mal. Genieße es auf einem geilen Stream. Alter. Firefighter. Vielen, vielen Dank. Für 107 Euro vorhin. Da geht nochmal. Liebe. Raus an dich. Aber full. Full. Fulltime. Da hauen wir mal einen Like-Up raus. Da hauen wir mal einen raus. Ich hör zwar Freddy gerade an sich. Aber ich haue mal raus hier. Freddy ist bei mir heute auch sehr leise. Leiser als sonst. Leute. Haut mal auf den Like-Button. Bis der Like-Button bei der Polizei ruft. Wegen massiven Schlägen. Ganz wichtig und richtig. So. Dankeschön an Lasi-Hasi auch. Lasi-Hasi mit 25 Euro Hexion. Grüße aus der Quarantäne. Hoffe du kennst mich noch. Das Hashtag zu früh. Ich kenn auch noch die bei Lasi-Hasi. Oh. Ja. Ich bin grad ganz tief in meinem Tablet drin. Jaja. Also dieses Tablet hier in dem Auto. Das ist richtig. Da ist man richtig drin gefangen. Wenn du da ein bisschen guckst. Kann ich die Frage stellen. Oder bist du noch kurz vertieft in dein Tablet im Auto? Sag mal. Sag mal deine Frage. Ja. Was wir machen. Wenn die diskutieren. Weil ich hab da eigentlich keinen Bock nicht ewig zu diskutieren. Ich hätte die folgende Idee. Der Vertrag bleibt weiterhin aufrecht. Aber es steht nichts im Vertrag drin. Das. Ach wobei. Wie. Ja. Ich hab eigentlich nichts angegeben. Das wir den theoretisch. Brechen. Brechen wir eigentlich. Ich muss jetzt mal in den Vertrag gucken. Ist ja unser Ding. Ob wir waschen können oder nicht. Ne. Das Ding ist. Wenn wir jetzt aufhören zu waschen für die. Ne. Wir haben ja einen Vertrag gemacht. Es bringt aber nichts. Ja. Aber. Es geht einfach darum. Dass sie einfach Kunden drohen. Dass sie wenn sie zu uns kommen. Es Konsequenzen gibt. Es geht mir gar nicht um das waschen. Ja. Aber. Weißt du was. Ich habe die Vermutung. Dass sie das extra machen. Dass der Vertrag aufgehoben wird. Da hab ich das Gefühl. Dass ihnen das. Dass ihnen das. Auf dem Poppes geht. Weiß was ich mein. Das sollen sie uns dann halt einfach sagen. Wenn ihr was auf den Sack geht. Ja. Aber dann wissen sie. Dass sie dann. Dass ich vielleicht nicht kündige. Und dass sie dann. Dass ich dann davon weiß. Dass sie ihn kündigen wollen. Weißt du. Ja. Das ist ja das Ding. Aber dann verstehe ich dann halt nicht. Als Geschäftspartner. Soll man doch damit. Offen den Karten spielen. Ich verstehe es halt richtig. Dass da. Ja. Ich meine. Du hast recht. Ich verstehe es echt nicht. Warum die da. Irgendwelche Kunden anfangen. Abzuwerben. Und die dann auch noch mit Drohnen. Das ist halt auch das dritte Mal. Dass halt. Irgendeine Kacke mit denen ist. Aber das Ding ist halt. Ähm. Die werden drohen. Ich sag dir wie es ist. Die werden zu uns kommen. Wenn wir dort sitzen werden. Dann werden die sagen. Das ist nicht passiert. Und sag mir wer das gesagt hat. Ich schwöre dir. Wir nehmen den mit. Jeff. Jeff hat das doch bestätigt. Als wir da waren. Vor zwei, drei Tagen. Wir haben ja mit Jeff. Wir haben ja mit nochmal gesprochen. Da war ja die Chefetage noch nicht da. Aber der hat dir das erzählt. Ne. Er hat es nochmal bestätigt. Als wir da waren. Er hat gesagt. Ja. Ich hab das gesagt. Und warum hat er es gesagt. Kannst du das sagen. Keine Ahnung. Das war alles mal ein bisschen. Ja. Steffi hat dann auch dumm getan. Ja. Das ist aber niemals einer. Das will ich niemals sagen. Das will ich niemals sagen. Ich hab mich ja lustig. Er ist aber dann bejaht. Und die anderen sagen. Ne. Aber vielleicht wissen das ja nicht alle. Ne. Wir haben erst nur mit ihm geredet. Dann hat er nie ein Nein gehört. Von ihm zu irgendwas. Ja. Dann meinte ich mir so. Ja. Ist nun formuliert gewesen. Ja. Auf Formulierung geschaut. Stimmt. Das hat er noch gesagt. Robert geht's gut. Robert geht's gut. Komplett zu allem. Ne. So was würden wir nie machen. Ne. Und er hat aber nie das direkt verneint. Ne. Der GamerTV20 hat sich einen Damen. Wie geht's? Der Royal Carp. Max. Was geht. Wie geht es dir. Kannst du bitte Herzregen für meine Freundin. Ines machen. Einen ganz kurzen. Einen ganz kurzen nur. Warte. Herz in den Chat. Hab gesagt. Einen ganz kurzen. Jetzt geht die Hochzeit los Leute. Möchte ich jetzt nicht stören. Aber insgesamt. Lasst mein Herz auch für die Hochzeit da. Ist jetzt. Ich glaub einer der ersten Hochzeiten wo ich mal dabei bin. Ich war sonst nicht auf der Hochzeit. Ich war immer eingeladen. Und ich hab's meistens verpennt. Ich war mal. Ich war als Fußraumspinne eingeladen. Genau. Das ist ein schwarzer Akzent. So wie Krawatte und Tod. Weißt du. Ne. Hab ich auch. Alter. Und du weißt du. Und du ziehst die schwarze Socken. Ich wollte grad sagen. Die schwarzen Socken. Das geht gar nicht. Es gibt keine anderen Socken. Klar gibt's andere Socken. Die Socken waren. Die Ness war ausverkauft. Glaubt nicht. Guck mal. Aber ja. Das ist auch schwarze Socken. Das ist genau die gleichen Socken die ich auch hab. Aber schau mal. Ich hab zum Beispiel hier. Wenn ich meine Hose ausziehe. Guck. Dann hab ich zwar schwarze Socken. Und Dings an. Aber man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Weil die Hose drüber geht. Guck. Wie er sein Soz immer. Mitten drin verenattert. Wenn ich meine Hose ausziehe. Habe ich weiß. Auch schwarze Socken. Ach hallo. Aber man sieht's nicht. Grüß. Das ist eros. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab das Gefühl bei dir. Dass wir beide. Gleich zwei Leuten. Eine reinhauen müssen. Wieso? Guck dir die Cap an. Und guck dir den Hut an. Hey. Ich hab seit letzter Zeit ein bisschen Abstand zu Menschen. Ich hab letztes Mal zweimal aneinander eine Reinhauung bekommen. Ich würde mal die Cap ausziehen. Oh mein Gott. So. Hallo. Ich sag mal nichts. Guck. Es sieht schon fünfmal besser aus. Passt. Freddy ist so ein Bruder. Guck mal. Das ist schon. Die Brille unterscheidet sich. Das macht schon was aus mit dem Hut. Und dem Bärtchen da. Jetzt sogar den Bart durchwachsen. Ist schon heftig. Die Ähnlichkeit ist. Ist. Und Jünger war Freddy. Die Brille passt nicht so. Du wolltest ihn doch fast schon mit Freddy ansprechen. Oder? Sei ehrlich. Mhm. Aber die Tattoos fehlen. Das ist doch ein Unterschied. Ja. Das sieht man ja grad nicht so wirklich aus am Nacken. Mal gucken. Ja stimmt. Das fehlt ein bisschen. Und die Glatze fehlt. Die Glatze oben fehlt. Der hat sicher keine Glatze unten drunter. Oder? So wie du. Auch keine Glatze. Natürlich. Also Glatze drunter. Auch keine Glatze. Das ist halt nur ein Toupet drunter. Aber das sieht man ja nicht. Der hat ein bisschen Plastikhaare. Alter. Ich hab keine Plastikhaare. Die waren immer schon so. Die sind fluchig. Die sind fluchig. Kennst du dieses Plastikgrüne Gras zu Ostern? Für diese Körbchen? Ja kenn ich. Genau dasselbe. Genau dasselbe. Wie eine Plastikblume. Weißt du wie das eher aussieht? Wie so eine Blume eher. Wie so eine Sonnenblume oder so. So ein Tannenzapfen. So ein Tannenzapfen. Ich hab schon mal da auf Hunger. Ich weiß was ein Tannenzapfen ist. Weißt du was ein Tannenzapfen ist? Ja natürlich. Wirklich? Hast du auch mal Tannenzapfen gesammelt? Als Kind? Ja ja. Hat man gemacht. Oder abgepult. Kennst du das? Abgepult immer? Abgepult und dann das nur noch in der Mitte übrig ist vom Tannenzapfen? Ja ja. Ja ja. Ich hab immer abgepult. Oh mein Gott. Man auf so ein Tannenzapfen bin ich mir drauf gesetzt. Stark. So lange man nicht rauftritt? Ja. Seitdem hab ich da ein Problem. Komm wir kurz mit. Gott. Was? Was? Was ist das? Ich fühl denn irgendwie ne? Was fühlst du denn den Wagen hier? Ein Partyvern den fühlst du? Machst du Tür auf und sagst du Süßigkeiten. Hab ich dir auch dran gedacht. Das wäre dann mein zweites Auto oder? Ich verkoste es. Süßigkeiten. Alter der. Wisst ihr wie teuer der LaFerrari auf R&O ist? Der kostet ein paar. Ich glaub 15 Millionen oder so. Eines der teuersten Autos die du da kaufen kannst. Ist richtig heftig. Der ist aber auch geil ne. Da kannst du auch zu viert drin sitzen im M4. Ich weiß nicht. Ist die Braut eigentlich schon da oder wird die erst her geschifft? Eigentlich kommt die Braut zum Schluss oder? Ja. Ist aber frei. Ist die schon da oder wird sie her geschifft? Dafür lass es 20 Uhr an. Die 20 Uhr war treffen am Dings. Ja 20 Uhr war treffen hier oben ja. Nein nein nein. 20 Uhr war treffen am Autohaus. Wir sind ja mit eigenem Auto gefahren. Ah stimmt. Ok. Seid ihr eigentlich schon unterwegs oder? Du stehst doch am Autohaus. Voll auf die Wiese als Countess. Und der Bräutigam sitzt da bei mir in Maybach. Genau vor euch. Jaja das habe ich schon mitbekommen. 23 Pizzen alter. Jetzt hätten wir mal ein paar Pizzen damit. Mich hat der Wiese rausgescht. Ich hatte Fressbrett geflogen. Oh ja. So machen wir das hier. So und nicht anders Leute. So Pizzen snacken aus dem Auto. Ich hoffe das war nicht für die Kundschaft hier. Also nicht das das jetzt für die Hochzeit war. Hallo Olli. Sicher Olli. Auf einmal hatten wir eine Pizzen da ausgenommen. Ich war es nicht. Oh definitiv die Pizzen. Oh mein Gott was liegt denn da? Hat da wer Leute verkloppt? Nee. Rollo ist glaube ich der einzige hier der es schafft sich bei Kader ausfahren auf dem Kopf. Ach die schläft sicher nur. Die Leute die schlafen nur. Denen geht es gut. Glaubt mal denen geht es gut. Die schlafen nur. Die machen gerade Mittagsschlaf. Wenn ich vorhin. Warten wir hier mal. So. Paul 1 zu 7 mit. Eine wichtige Frage die oft vergessen wird. Wann wird Rumpelbrot heiraten? Das ist eine wichtige Frage die ich am Tag glaube ich 15 mal bekomme. Ich weiß noch nicht. Aber wie gesagt vielleicht auf 3.0 erst. Weil es dann mehr Möglichkeiten dann vielleicht auch gibt. Hätte ich mir so gedacht. 3.0 gar nicht immer so schlecht die Idee. Dankeschön auf jeden Fall an den Paul. Tobias Maiske. Guten Abend. Ich hoffe dir geht es gut. Mir geht es gut. Das freut mich. Mir geht es auch gut. Robin Schulzang für 7 Eurenchen. Mike P. Wie geht es? Alles ruhig zum Geburtstag. Wie lange streamst du? Was habe ich verpasst? Grüße aus Berlin. Nächstes einer wieder alles Gute nachträglich ansagt. Mike P. Dankeschön. Dodge. Äh. Gestern war Lack Day. Morgen ist Ganzkörper. Ich kann fast nicht mal laufen. Ich kann fast nicht mal laufen. Das ist ein Joke sein. Das ist wieder so flach jetzt sein. Interessant. Ich glaube die Herren in Schwarz die hier oben stehen am Auto aus. Oh mein Gott. Bringt das jetzt an die Hochzeiten? Frag sie? Ich glaube erst bei der Limousine kommt es oder? Da kommt es hier in eine schwarze Limousine vorbei. Ich bin gerade am Krieren. Rion Kopp. Dank für zu Euro. Jan Zarzewski. Danke für den Euro auch. Mr. Prof. Dr. Westix. Mit 50 Euro. Moin. Kennst du mich noch? Hier ein Flachwitz. Was ist gelb und schießt eine Banone? Stimmt. Danke dafür an Mr. Prof. Dr. Westix. Jan Zarzewski. Danke für den Euro. Mr. Snapshot mit 107 Euro. War vorgelesen. Hier mal wieder eine Packung Hundefutter. Da geht nochmal. Liebe raus. Einfach 107 Euro. Mr. Prof. Dr. Westix. Für einen ganzen Fuffi. Auf der Fuffi war nicht falsch. Wird Momo selber zu tun. Mussten wir jetzt auch GTA 5 holen. Dann viel Spaß dabei. Chix Epi. Beste Gruß aus Hannover. Einst du sieben. Beste Content. Lass dir nicht vom Kartell auf die Nase tanzen. Deshalb werden wir... Ich hoffe das kommt heute noch zur Eidigung. Ich hoffe es zumindest. Kannst du mit meiner Freundin Denise grüßt. Aber die Denise natürlich von Dominikiller. Kuba. Hey Hundl. Schau mal auf Insta. Habe dich auf einem Puzzle markiert. Auf dem Insta Puzzle oder was. Wer ich machen Kuba. Grüß dich raus. Hydro Leidank für den Euro. Sip NBK. Moin mein bester. Hier für RLU 3.0. Feier dich extrem. Ich grüße meine geliebte Community auf einen geilen Stream. 1 zu 700 Band im Markt. Danke Robert. Links, links, rechts, rechts. Dankeschön Sip NBK. Okay. So Pollux. Nur eine kleine Erinnerung an einen Charity Stream. Das sowieso. Aber ich muss ja sagen. Auch wenn ihr es nicht seht. Aber ich donate so auch Sachen. Ist so. Wenn du... Ich häng's nur nicht an die große Glocke. Das hab ich ja auch schon mal in einem Stream gesagt. Letztes Mal. Wenn ich privat was donate. Dann poste ich das auch nicht. Der Post muss eben tanken. Dann macht er sich auch... Das ist dann meine Sache. Aber vielleicht, dass wir mal einen großen, großen Charity Stream machen. Wäre eine gute Idee. Und ich glaub das werden wir dieses Mal auch durchzusehen. Also ich hätte gesagt so vor Weihnachten vielleicht. Mal einen richtig fetten Charity Stream. Das war mal gucken für was. Ich bin ja immer so für Tierheim und sowas. Für Tiere sowieso immer bereit. Das auf alle Fälle. Gordon ist der, der sich nicht zusammen... Deniz wieder krank am Wuppeln. Dankeschön, Deniz. Für drei Minuten. Oli, ich brauch keinen Bus mehr. Die Taxi-Leute sind gerade umgefahren. Das Ding ist halt... Wisst ihr was ich immer so blöd finde? Wenn du so Charity-Soups machst? Wir haben auf Gibi und an Uten gewartet. Also du machst zwar was Gutes. Aber es kommt mir immer so vor. Du nutzt dadurch das für Reichweite aus. Wisst ihr was ich meine? Du machst dann Stream. Für Spenden. Fürs Tierheim oder sonst was. Und ich find das immer so... Ich weiß nicht. Es ist dann so ne Sache, wenn du halt dann... Die Hochzeit findet schon statt oder... Zumal was Gutes macht es schön. Die Hochzeit findet statt. Das Ding ist, wir brauchen keine... Aufmerksamkeit. Und dann sind die Leute wieder so ein guter Mensch und sowas. Deshalb, ich bin so ein Typ eher... Ich halt das eher privat. Das ist so... Das ist so dein Ding halt, ne? Aber äh... Ich hab schon oft gesagt, dass sowas immer machen möchte. Auch wenn ich immer so der Meinung bin... Ich möchte halt nicht so, dass das rüberkommt. Ich möchte damit irgendwie... Nicht gut darstellen. Wisst ihr was ich meine? Das möchte ich nicht. Ich möchte dadurch nicht gut dastehen oder sowas. Ich möchte einfach, dass man daran was Gutes tut, ne? Das ist dann das Ding. Hm. Also nur, dass ihr im Vorhinein wisst. Und... Wenn wir sowas machen, dann nur... Aufgrund, dass wir was Gutes tun. Und nicht, dass ich jetzt hier mein... Mich reinwaschen kann und sagen kann, ich mach so tolle Sachen. Ich spenden das jetzt so und sowas, ne? Das war noch nie ansprechbar. Deshalb, ich sag euch wie es ist, wenn man privat auch spendet, man sollte auch privat ab und zu mal was spenden. Ist so. Ist so. Immer wieder. Ja. Vor allem für... Ich sag so wie es ist, wenn es um Hunde geht oder um Kinder, kannst du lieber was falsch machen. Weil das sind Menschen, so auch Tiere, die sich nicht wehren können. Das ist halt so. Wenn du ein erwachsener Mensch bist, dann kannst du alles aus deinem Leben machen. Ein Kind kann das zum Beispiel nicht und ein Tier auch nicht. Ist so. Und deshalb ist das Beste, was du machen kannst, immer an Tiere oder an Kinder spenden. Das ist das Beste, was wir machen können, so. Nein. So. So. GamerPro 2020, bist du der Beste, mach weiter so. Schau dich schon seit 10 Jahren, mach mega Content und grüß mich mal bitte. Kuske aus dem GamerPro 2022 natürlich. Denny ist auch dabei. Wieder krank am Wuppeln. Dann alles Gute, dass du bald wieder gesund wirst. Ich bin letzt mal ausgelacht, weil ich zu irgendeinem gesagt habe, alles... Ach, genau zum Fox habe ich gesagt, alles Gute, weil er krank war. Ah, das ist so lustig. Auf der Wirtschaftsakademie, ja. Bist du Professor Dr. Wessi, du bist Fanny. Hast du mal die Spende übersehen? Ne, habe ich nicht. Ich brauche nur ein bisschen zum Vorlesen. Alles gut. Geht ihr am besten. Danke für den Assistenten. Mika, danke auch. Bist ein super Typ. Bleib, wie du bist und mach weiter so. Danke für Mika. Julian, Grüße aus Stuttgart und viel Spaß. Dankeschön, Julian. Makan Lump habe gestern im ganzen Haus Kabel verlegt. Hoffentlich finde ich die wieder. Warum nirgelt die Baby Nata? Ist was jetzt? Schlangweilig. Oh ne. Hey. Makan Lump wird es halt immer gut. Nicht nur Hunde allgemein an Tiere. Ist so, ja. Allgemein an Tiere. Z.W. man spenden. Also insgesamt, ich sage es so, Tierheime haben sowieso nötig. Tierheime und so Zeug. Das ist, äh. Da kannst du nichts falsch machen, ist so. Entschuldigen Sie mal her, ne? Wenn du ans Tierheim noch spendest, was machst du falsch so? Die kann man einfach nur, ähm, raushebeln aus ihren, ähm, ja. Soundpack nicht drin, da hast du recht, Bruder. Da hast du recht. Das stimmt. Das stimmt. Wer heiratet jetzt? Ist der Bräutigam schon da, oder? Nee. Die kommen vom Autohaus her. Nee, nee. Die kommen, glaub ich, mit einem Bus, glaub ich. Man kann, aber im Normalfall hebelt man sie nur aus. Das ist so richtig. Aber es gibt die Möglichkeit. Alter, das ist eine riesen Hochzeit, wird das. Aus den Gigi und Ananas und Zuckerbrot bitte melden. Schandl? Aus den Gigi und Ananas soll ich, äh, ich glaube ich weiß wer das ist. Ist das die, wo ich denk, dass es ist? Ananas? Ja? Ja. Schandl ist nämlich grad hinten. Na hallo. Wir kennen uns ja auch in real life. Dann, dann, dann schau ich richtig kurz. Kuss an euch zwei? Okay, hei der. Gierig erkannt an dem Namen. Äh, nicht wegen Ausschein Gigi, aber wegen Ananas. Ich wirst direkt, wer ist es? Schampagner? Wenn darf ich, äh, was geben? Schampagner? Oh, gerne. Ja, wir kommen gleich nochmal rum. Ganz schnell. Schampagner, Schampagner. Ich bin nach der Erste hier. Mieb. Schampagner, Mieb. Schampagner, Mieb. Die Vogelmutterappen macht alle Ars. Die Herren hier hinten hätten gern mehr Schampagner. Ich bin sauer, aber gar nix. Jetzt schon saufen? Ich weiß nicht. Ich hab gar nichts bekommen. Ah, da ist ja der Chef. Hallo. Hallo. Ja, ist ganz verwirrt, weil er denkt, die laufen ganz wieder Freddy rum. Ja, es macht mich ganz nett, Alter. Er redet so alle an, so, ey, Freddy. Wo ist deine Begleitung? Hallo, Freddy. Ich war's. Hallo. Ja, gut. Wie geht's dem Flachter? Wunderbar. Perfekt. Wo hast du denn her? Ich will auch, aber irgendwie. Schampagner. Was ist soweit gut? Ich kann dir einen einschenken. Und da drüben, die verteilen die. Die schenke ich dir ein Glas ein. Oh, okay. Dankeschön. Die mit großen Kippen. Hier, der Herr, Chef. Oh, ey, haben Sie ein Schampagnerglas für meine... Ich hab, ich hab schon Glas. Können Sie mal einfühlen? War mein Fehler. Ich hab gedacht, du hättest, du hättest jemanden... Machen Sie mal voll. Danke. Hey, ich hab gar keine Infos bekommen. Hallo. Was machst'n du? Klingt mir immer mein Schampagnerglas, Alter. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Glaubst du, wir werden hier leise sein? Wie wird heute die Party des Jahres gefeiert? Ja? Wie wolltest du eigentlich als neust... Hey! Ach, Armin, gein, reingorgeln. Was wolltest du eigentlich die neusten, Josef? Gesundheit. Ja, uns, uns hast du wieder nichts gesagt. Ich wollt'n sagen, so wir drei sahen wir gar nicht. Wir wissen einfach nichts. Das ist wunderschön. Gesundheit. Danke, Chef. Danke. Er weiß jetzt wieder nicht, worum's geht. Ich muss eben... Es geht um Robert. Lass ihn überlegen. Genau. Um Roberts Hochzeit. Robert macht ja heute hier, äh, heute Hochzeit. Genau. Perfekt. Dann weiß ich ihr, was hier los ist. Lassen wir das. Ja, passt wieder. So. Braucht von euch noch jemand Champagner? Jetzt muss man Schniedel erst mal aus der Toilette? Nee, erst mal nicht. Schön, dass das Toilette hier benannt ist. Schön. Boah, ich bräuchte eigentlich ne ganze Flasche Champagner. Ich bräuchte einen Kanister. Ja. Mika, mach weiter oder so. Du bist ein super Typ. Dankeschön, Mika. Mach jetzt den Dings rein oder was. So, erst mal auffüllend, genau. Ein bisschen... Leute, der Sekt war mir etwas zu stark. Da hab ich ein bisschen nachgefüllt. Ah. Danke. Alter, wie viele wir grad sind. Gib euch das. Ah, shit, der ist hier leer. Ups. Ah. Das kommt... Oh, da kommt die Frau. Da kommt jetzt die... Die Braut kommt raus. Du hast auch... Äh... Los, nicht den Orangen schafft, Ali. Sonst muss es gehen. Ich hör da mal Robi-Bubble. Hat jemand eigentlich Feuerwerk dabei? Oder... Dann brenne ich wieder. Seh ich mich nicht, Alter. Ich hab nur was anderes dabei aus Versehen. Oh, scheiße. Der war feurig heiß. Ui. Schon gut ausgestattet, Bruder. Ich bin auch voll bewaffnet. Dito. Man weiß ja nie, was passiert. Das Böse ist jetzt nie und wir auch nicht. Wenn die Braut nein, dann erst mal abknallen. Erst mal ein Bloodout. Erst mitfühlen und mitnehmen. Ja, komm. Ich hab die Braut noch nicht gesehen. Die sind nicht die Braut, ne? Okay. Hallo? Das ist eigentlich die Begleitung von einem von uns. Ja, nee, weil man sagt ja, man sagt ja, bei einer Hochzeit sollte man kein weißes Kleid tragen, wenn man nicht die Braut ist. Woran gibt man einen Schluck? Ich wollte eigentlich in Schwarz kommen. Das Ding ist ja, wir haben hier weiße Anzüge und weiße Röcke und so, ist ja Pflicht hier. Vielleicht hat die Frau, vielleicht hat die Frau, du, wie eine Dame schwarz, aber man weiß ja nicht. Warte, Olli, ich kipp dir noch einen Jägi da rein. Ach, warte, ich muss jetzt aber mal fragen. Entschuldigung. Haben Sie es geschafft, durch den Dresscode schwarz durchzukommen? Ja. Es wurde nichts mitgeteilt. Perfekt. Freut mich. Wir haben keine, keine 100-Filme, weißt? Ja, ja. Oh, okay. Ne, aber ich hab heute angenommen, da hieß es Dresscode komplett weiß. Die da uns verzünden. Ja, uns wurde halt nur per Telefonbescheid gegeben. Ja, alles Gute. Ich hab nur gefragt, wen man interessiert. Ich hab sie eh sehr organisiert. Oh, da hinten was. Also sie sind angestellt, ne? Die Freddy-Biz? Ja, ja. Die Freddy-Armee ist einfach da. Schick, schick. War das Ding hier vorne auch dazu? Ja. Äh, ne, der Mercedes hier hinten. Bei dem Lokom jetzt. Ne, ne, der hat nicht den Mercedes hier. Dieser, dieser Suburban. Da vorne der schwarze. Ich muss erstmal noch einen reinhämmern, Alter. Wem gehört denn der? Afrika. Ey, Jungs, wer gehört denn dem schwarzen Suburban da vorne? Mit den Flaggen dran. Das ist vom Supreme Court. Ach so. Aha. Ja, hast du jetzt? Ach ne, hier ist ein Bencher. Ne. Ich lauf ihm jetzt einfach hinterher. Geht's um den, geht's um den Bleistift, den ich mir letzte Woche in meinen Finger gerammt hab und jetzt äh Angst habe, dass da irgendeine Reifergiftung anstand ist, oder? Ich geh woanders an, wo du das wieder nicht erzählt hast, Alter. Was, was geht's denn? Umzug. Naja, ihr habt gesagt, die Woche. Verständlich sagt er das, ja, ja. Mach schon. Ja, ist doch klar, ja. Ja, hab ich doch gesagt, die Woche. Selbstverständlich. Ja, war nicht uns. Wenn nicht dann halt übernächste Woche. Ja, war nicht uns, meine ich damit, Bruder. Äh, wen? Ja, wirst du davon nichts bis eben? Hä, was, was laberst du denn? Ich bin grad, ich bin grad so, ich bin grad so verhint, was er meint damit. Ja, du hast halt auch hier, ähm, so was halt ein Mittelgang, Freizeit erbitten. Und hier stehen wir wieder. Ja, lass uns doch hier vorne hier. Das war richtig verstanden. Kommt ja bis zu vorne, Jungs. Egal. Ihr sagt doch jetzt schon wieder. Was willst du denn? Nein, nicht hier. Wir kommen nicht hier. Die anderen wissen das, aber wir wissen das nicht. Ja, ich bin ja da. Naja. Unseren Jungs, meine ich jetzt damit. Unseren Jungs hab ich das erzählt letztes Mal. Ja, aber da, du hättest es zu mir noch nicht erzählt. Oh, es war Jungs. Ja, dir nicht, weil du nicht da warst. Natürlich hab ich es dir nicht erzählt. Ja, aber jetzt hättest du viel von erzählt können, Bruder. Ja, ich hab nicht drüber nachgedacht. Tut beleid. Was hast du jetzt erzählt? Ja, jetzt aber ist gut. Es ging ins Haus mit dem Flachdach. Alles gut. Achso, was ist ein Flachdach hoch? Bleibst du mal bitte hier kurz stehen? Ja, ich hab nicht drüber nachgedacht. Ich hab ihm ein großes Flachdach aufs Haus gesetzt. Wirklich? Ja. Ist das nicht eigentlich verboten? Könnt ja. Das ist eigentlich für das erstmal alle den Hut abzurecht. Das zerstört auch das Schlauchbild. Ja, das muss sein. Jetzt muss, jetzt kommt die Braut. Habt ihr gehört, ne? Jo. Ist dir was lustiger aus 3 ist? 5. Boah, sie setzt echt in Ehrenmann. Was ist denn? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab alle den Hut abgesetzt. Oh, hier ist Musik. Entschuldigung. Die zieht den Hut aus. Das ist unglaublich. Respektvoll. Also, wenn die Dame gleich hier entlang schreitet, ne? Dann machen wir hier so einen schönen Gang. Auch hier einmal bitte noch ein bisschen nach vorne. Dann sieht das bisschen rum aus. Genau. Wenn die Dame dann vorne ist, dann könnt ihr euch hier so auch im Halbpreis so stellen, damit ihr alle was hört, ja? Also auch wo ich steh, dürft ihr dann stehen. Okay. Ich lass mal so was von auf. Ich lass mal... Also, bevor ich den Club dann auszähl gehe ich. Weißt du, was mir grad auffällt? Dass alle mit schwarzen Schuhen grad in der Mitte stehen. Ist das aufgefallen? Guck mal. Jetzt hätten wir das ausgemacht. Ist das aber gar nicht so? Ich hätt's anders drauf machen müssen, dann wäre meine Oreo Keks. Das ist scheiße. Oh mein Gott. Ist doch nur die Wahrheit. Das ist ja nicht... Oh! Pst! Hört hinten nix. Leider kann ich die Musik nicht abspielen, Leute. Wegen Copyright. Oh! Das ist die Braut! Fast für mich. Das ist verdrückt, Alter. Wenigstens so. Alter, die ein riesen Kleid! Und das ist... Ist das... Ist das... Leute, ist das Kleid? Ist das... Ist das grün? Jetzt war Halbkreis, ne? Ja, das... Das war die Rede. Hat die ein grünes Kleid? Müsst du links und rechts den Kreis ein bisschen größer machen. Müsst du da ein bisschen weiter rum, 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 rum. Der hat Olli, ey. Ja. Stell Olli einfach in die Mitte ab. Hör mal Olli, der wird immer gemobbt. Hört ihr was? Ich hör gar nix. Doch, Musik. Redet sie? Ne. Achso. Noch nicht. Ich hör auch nix. Es läuft noch Musik. Ich hör die Musik nicht, ich hab... Boah, ich hab... Lalalala. Der hofft die Musik für mich. Auf wegzuschieben, wer auch immer hier ist. Ich schieb gleich was ganz anderes. Pst! Oh, schade, dass ich die Musik nicht höre. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Weil, was ich könnte mal gucken. Epidemic Sounds Hochzeitsmusik? Richtig. Hier in der Ecke er in die Ecke gedriftet. Gut. Ist das nicht eigentlich spoil-ig, wo das Lied? Liebes Brautpaar... Ich sprech kein Altgriechisch... ...Pamil, Freunde und Bekannte. Ah. Das Brautpaar freut sich sehr, dass ihr alle da seid und den schönsten Tag in ihrem Leben gemeinsam mit ihnen zu feiern. Dass ihr alle gekommen seid, zeigt dem Brautpaar, dass ihr es ernst meint und die richtige Begleitung für die zwei seid. Voll gleich. Ich weiß nicht, ob die meisten wissen, wie sich das Brautpaar kennengelernt hat. So wie es mir zugetragen wurde, haben sich die zwei am Hauptplatz kennengelernt. Und um es mit den Worten von dem Bräutigam zu sagen, mit einem der blödesten Sätze, die man zu einer Frau sagen kann. Wackel nicht so mit dem Hintern. Ich dachte, hier ist meine Bankkarte. In der Ehe muss man einen unaufhörlichen Kampf gegen ein Ungeheuer führen, das alles verschlingt, wie zum Beispiel die Gewohnheit. Da würde ich mal so salopp sagen, mache ich mir bei euch keine Gedanken. Denn die Ehe ist ein bewaffnetes Bündnis gegen die Außenwelt. Nun will ich eigentlich gar nicht so viel reden und überlasse jetzt auch mal das Wort den Brauzeugen und Brauzeuginnen, die auch was für euch vorbereitet haben. Ich würde sagen, ich starte. Und zwar, ich habe Anouk als sehr leise, schüchterne, freundliche Person kennengelernt. Nicht ausgedreht und das am Hauptplatz. Das erste Mal, als ich sie gesehen hatte, dann... Mach ein paar Fotos davon. Wow, okay. Dass das so Freundschaft wird, das hätte ich damals nicht gedacht. Gibi habe ich tatsächlich etwas später kennengelernt, als mir Anouk über Gibi erzählt hatte, wie es abging, da Anouk mir damals... Zu mir meinte, ja, von wegen... Sie hat jemanden kennengelernt, aber sie wüsste nicht, ob das überhaupt jemals was werden würde. Dass sie erst mal noch nicht auf eine Beziehung aussieht. Und wir haben dann lange miteinander gesprochen. Ah, da hinten hat man fast nichts, Alter. So sind wir beide auch hier... Das ist voll laut reden. Und dann habe ich irgendwann Gibi kennengelernt. Und als ich eines Tages dann aufwachte, hieß es von ihr schon, ja, sie sind zusammen. Ich habe ihr natürlich alles Gute gewünscht. Und dann Gibi auch mal richtig kennengelernt. Und mittlerweile sind beide verdammt gute Freunde von mir geworden. Und... Ja. Als ich dann erfahren hatte, dass... Alter, ich dachte, du schlägst mich, Bruder, ich bin gerade erschrocken. Was? Alter. Wusste ich, okay, das ist das Richtige. Und wir sind beide durch dick und dünge gegangen, egal ob Streit... Das ist wirklich ein grünes Streit, ne? Ah! Zerruhe, ich höre ja nichts. Ich höre ja nichts, ich will mithören. Und dann verliebt sich jemand am Hauptplatz. Ja, wir sind wirklich beide kennengelernt zu haben und jetzt hier stehen zu dürfen als Fahrzeug. Seine Lavatasche. Ey, das ist ne Hochzeit, natürlich wird da viel geredet. Ich würde einfach mal weitermachen. Seine Lavatasche. Also, als ich, ähm, das erste Mal von Gibi und Anouk hörte, war das von Ryan. Und er erzählte mir damals, ähm, dass Gibi jetzt ne Frümmen hätte. Ey, jo, das bin ich. Ich war damals noch kein Teil der jetzigen Familie und hab aber groß darauf das Glück gehabt, Gibi kennenlernen zu dürfen. Und, ähm, er hat mich quasi an meinem ersten Tag bei der Familie durch den Tag geleitet. Und ich hab mich noch nie so gut aufgehoben gefühlt. Ich war immer mir eine sehr sympathische Person. Ich hatte, hatte, hatte nie was schlechtes über sich zu sagen, ähm, auch wenn ich nie verstanden hab, warum... Erst das Kind, was dann die Rosen verteilt. Anscheinend gebe ich's Hand raus und schuze. Das hat sie schon, das hat grad vergessen. Aber immer wieder für einen Lacher war's er... Der Brötiger hat einen schwarzen Sack, ja. Ja, was labern? Puh, doch. Tatsch mal jetzt, ne? Zeh noch, wenn er, wenn er von den Ball ist. Es gibt immer einen bei der Hochzeit, der zu spät kommt, oder? Immer. Der hat, also Marius hat die ganze Hochzeit erst mal. Ja, ich hab den ewig mit. ihr zwei könnt euch immer auf euch verlassen und egal wie schwer ihr es gehabt habt oder macht lauter geht nicht wer es noch sein würde ich gerne ihr werdet das gemeinsam schaffen das jetzt demnächst als ehepaar was für neun überwiesen die liebe ist langmütig die liebe ist gütig die eifert sich nicht sie breit nicht sie bläht sich nicht auf der höchsten mache ja als du den sackgüttel vergessen haltet beharrlich fest an der liebe zueinander denn liebe deckt viele sind mit diesen worten würde ich gerne euer ihr gelöbnis einleuten dass ihr vorbereitet ich würde gerne anfangen meine geliebten ich stolz ich hoffe nun hier zu stehen mit ihr an meiner seite als wir uns kennenlernten hatten gehst du mich für den arsch aber ich stellte für dich die welt auf den kopf um die leilio observatory so viel schöne dinge und abenteuer haben wir den fußballfeldern gemessen aber damit sollte auch lange nicht schluss sein ich denke so gerne an jeden moment zurück den wir hatten egal ob die guten oder schlechten und ich möchte keinen einzigen davon müssen als der mann möchte ich auf ewig an deiner seite stehen und ihr halt gehen wenn das gibt wenn du das gefühl hast zu fallen ich möchte dich unterstützen und wertschätzen aber dir auch raum raum lassen zum wachsen so wie du mir so wie du es immer verdient hast als der mann möchte ich auf sein das ist doch süß oder das sind rekorden alter das ist so cute deswegen verspreche ich dir meine das ist der sounder wie spende unsere liebe bis ans ende unserer tage ich will sowohl die freudentränen als auch die tränen der trauer zusammen mit gemein dich in schweren zeiten trösten und in guten zeiten mit dir feiern sicher halbes huhn auf so einem plastikteller ich bin nicht so kreativ herz dein sicherer hafen mein arme steht mein arme steht ich verspreche dir ich verspreche dir ich verspreche dir einfach den falschen namen sagen und jeden tag unsere ehe dankbar dafür sein einfach den falschen namen sagen ich hoffe er redet nicht oder schreit hallo 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 ich bin einig ich bin einig wir haben jetzt einen tollen herum beiden ob sowas auch hallo ich bin einig ich habe eine nachricht von wem doch nie ach so ich verspreche dich zu ehren dich zu ermutigen und zu unterstützen auf unserem gemeinsamen Weg das ist ja nie weg wir fragen dass wir so weit sind 21 Uhr ich will das ich verspreche an unserer Liebe zu arbeiten du bist immer zu meiner obersten Priorität zu machen mit jedem Schlag meines Wärms werde ich dich lieben ich verspreche dich zu heute ich verspreche dich zu lieben ich verspreche dich zu lieben dann zu 10 Minuten vielleicht schon bespäter ich werde immer versuchen da meine Liebe zu sein ich schreibe 10 Minuten ehrlich geduldig und nachsichtig 21 Uhr und 10 Minuten ich verspreche ich dir in meine treu für mich zu sein 21 und 10 Minuten ja ich schreibe dich mein Bärchen Ich schreib 21 Minuten plus minus 10 Minuten. Du sagst, ich liebe dich mal, wäre echt so süß. Anouk und Marc, ihr habt euch entschieden, den Bund der Ehe zu schließen und euren weiteren Weg gemeinsam zu gehen. Darum frage ich dich, Marc, gehst du diesen Schritt aus reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss? Ente mich? Bist du, Marc, Anouk, lieben und ehren, den guten und in schlechten Zeiten und so antwortet, mit dem jagen Entschluss? Geil, ich würde auch mal sagen, ja. Ja, ich will. Darum frage ich auch dich, Anouk, gehst du diesen Schritt aus reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss? Ich gehe nach vorne mal ganz trocken, von den Breerenantrag, so ein Ding wäre das. Bist du, Marc, lieben und ehren, den guten und in schlechten Zeiten und so antwortet, mit ja, ich will. Das ist der Moment. Nachdem ihr beide nun meine Frage mit ja beantwortet habt, erkläre ich euch Kraft meines verliehenen Amtes zu rechtmäßig verbundenen Eheleute. Jetzt klatscht man aber. Und nun dürft ihr euch endlich umarmen. Nein, ich habe mein Sekt verschüttet. Alkoholkonsum. Saufen. Gleich schön saufen. Ab als Buffet. Gute Frage, weil muss ich dann auch in meinen Dienst kommen? Nein, ich hätte beide mal als erstes gratulieren, damit wir jetzt nicht starten, bis alle fertig sind. Es funken eigentlich Situationsbericht. Nimm mit, ist kostenlos. Oder ich muss das verdackern. Gratuliert man jetzt schon? Du bist so zocker. Ich denke mal schon, oder? Ich will gerne anfangen in den Kopf. Ah, nein, nicht. Ah, okay, okay, okay. Oh Gott. Ich will zu mir kommen. Die wollen doch sicher noch was sagen. Warte doch. Ach so. Ja, ich sehe noch hier nach oben. Reicht. Danke, danke, genug, danke. Das ist der Schaden, aber ich bringe dich. Ich stelle mich für allen, die erschienen sind, zu bedanken. Und ich schätze es sehr, dass ihr alle erschienen seid. Und euch die Zeit genommen habt, um den wichtigen Schritt in meinem Leben beizuholen. Gerne. Komm, Bruder. Gibi, du geile Schlange. Oh mein Gott, das geht einfach. Was? Keiner kann es noch hart und so hart. 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 Keiner kann so oft und so lange. Ich bin schon ganz am Park, irgendwie. Tief, so in den Tief. Immer schön trinken. Gratuliert man jetzt? Später. Lass in dem Moment. Gut, ich trinke mich mal ganz kurz vor. Von mir nochmal alles Gute. Ja, wir haben uns jetzt gerade hierher gekommen. Ich habe auch viele gemeinsame Jahre das hier erlebt. Was sollen wir sagen? Und ich fange jetzt mal ganz kurz an. Ich kenne nur die Dame, ich kenne den Herrn. Eine kostenlose Beratung. Alles Gute, ich habe ein bisschen Tierfutter mitgebracht. Wir folgen dir, wir treten gemeinsam auf. Hey Jungs, habe ich gekämpft? Wie viele sind nun da vom LFD? Sechs Stück? Was soll das ja? Keine Ärzte. Bei 152 Leuten keine Ärzte. Wir brauchen echt viele Ärzte langsam. Also Ärzte gehen uns echt aus. Lört mich aber auch, Mechaniker auch wieder. Wenn ihr Hochzeit habt, mich einladen. Nicht vergessen. Ha, keine Läufe. Kult, dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Reddick, deine Schuld, glaube ich, die will sie nicht, glaube ich. Aber genieß die Zeit. Dankeschön. Jetzt hast du die Schlachter schlagen uns das Klo. Was wir mal was leisten können. Können wir jetzt? Stimmt, ne? Wenn jetzt wirklich jeder was schenkt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh nein, ich muss jetzt zum Arm. Oh scheiße, wir machen ja das schon. Alles klar, wir haben uns. Jetzt geht der Schlepp. Alles Gute. Nee, du vernachlässigst uns, Alter. Das war ja fast schon überraschend, dass ich gekommen bin, Alter. Das ist schon fast überraschend, dass ich gekommen bin. Ich bin selber das geschenkt. Alles Gute. Dankeschön. Ey, alles Gute, Gibi. Ja, also ich wollte schon fünfmal gehen, aber ich war für euch auf der Hälfte. Das hab ich bekommen. Ich bin selber schon, ich bin selber schon, ich bin selber schon mal ein bisschen jeder. Ich bin jetzt aber. Ey, alles Gute. Dankeschön. Und ich will Kinder sehen, ich will kleine Gibis sehen. Ja, ich wäre Tante, ich wäre Tante. Oh, wo ist das Essen? Ich freue mich auf Gibi Junior. Das Ding ist halt, ich... Später. Ich könnte einfach nicht aufgeben, ich muss ja beiden dafür suchen. Ach, gibt's auch keine... Oh, wie wenn du... Das gibt's dann, ey. Das sagst du auch öfter, ne? Das ist deine Wangen, gut. Ich bin auch durch deine Magen auf. Ist das der Catering Service? Ja. Ich bin nur Alkohol. Ja, weil du musst jetzt mit Champagner verbringen. So. Ja, ich bringe noch mal Champagner. Boah, ne? Zwei. Ich bringe auch gleich eine Pone, wenn du willst. Zwei. Ich bringe auch mein Glas auf. Ja, danke schön. Ja. Ich bringe auch mal ein Glas fallen lassen. Wie bitte? Die noch ein Champagner? Ja. Macht man bei... Ey, macht man bei der Hochzeit so eine Champagner, du Scheiße? Ich glaube eher seht ihr da. Schau, aber schon was Besonderes. Willst du das einfüllen? Sehr gerne. Ich hab nämlich mal ein Champagner fallen lassen. Du bist gleich wieder betrunken. Oder ich? Ja. Boah. Stößchen. Ein Stößchen aufs Müschen. Zu Mieter. Was denn? Zu Mieter. Habt ihr noch mal ne ganze Flasche? Mieter. Was hab ich das gesagt? Bitteschön. Dankeschön. Ich mach mal drüber nach. Ich hab irgendjemand, ich hab irgendjemanden gerade gegeben. So. Mach es Hitzung, hab ich gehört. Ich glaub Freddy spritzt gerade die Braut, alles ist ja. Das ist nicht gut. Das ist aber geil. Nee, aber. Alle einmal wegkürzen, weil Freddy spritzt gerade die Braut an. Freddy spritzt gerade die Braut an. Freddy spritzt gerade die Braut an. Da müsst ihr aufpassen. Freddy denkt halt auch, hier ist Formel 1, ne? Ja, ist doch lustig besser. Formel 1. Jetzt riecht die Braut den ganzen Tag nach Sekt. Ja und? So schön. So gut. Und durch Champagner. Gut. So, ich hab um neun gesagt, das schaffen wir halt locker, ne? Ja, entspannt. Ja, ganz easy. Geh mal besser auf und dahin. Ist hier jetzt eigentlich die Feier? Also ist hier jetzt alles, oder? Nee, wir gehen woanders hin. Achso, wo gehen wir denn hin? An diesem, ähm, dieses Hotel am Strand mit nem, ähm, an dem West Highway. Oli muss im Rollstuhl im Pool. Ach, das mit dem Pool dort. Ja, weiß schon, ja, ja. Ja, weißt du welches? Ja, ja, weiß schon. Hm, genau. Also falls ihr danach noch lebt, könnt ihr gerne hin. Wir haben sie hier wohl auch. Oh, das weiß ich nicht. Oh, das weiß ich nicht. Nicht mehr. Das Blumenmädchen ist ja auch, hat ja auch noch geschafft. Das weiß ich nicht, also ich komm ja jetzt. Ja. Ob wir zu denen kommen wollen? Achso. Ob wir zu denen kommen wollen? Achso. Aber ich zieh mich mit sicher nicht weiß an. Die sollen nicht denken, ich bin Clown, Alter. Also wir sollen zu denen fahren, wir, also, es sollte gleich zu uns kommen, oder nicht? Achso, der Herr Wellingham. Warum sollen wir zu denen, oder? Das kam ja von uns aus. Oh, ey. Ich würde sagen wir fahren euch dann hin. Ja. Aber Feuer umziehen. Das war's fuck. Ja, 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 ja. Soll ich ein paar Jungs auch mit einpacken, oder ist das schlecht? Ja, ja. Ich weiß es halt nicht, was Gibi dazu sagt. Weil wenn das da eskalieren sollte, ist das mal ein Problem. Ja, ja. Es ist halt gerade scheiße, dass es genau jetzt sein muss, ne? Ja echt, dann hoffen wir immer mal, dass nichts passiert. Ich würde jetzt auch mal keinen hier von der Aufzeit abziehen. Das macht man nicht, ja. Ne, ne, will ich auch nicht machen. Weißt du was, wir schauen, wir gehen zu uns nicht mal auf Kriegsfluss, wir probieren das hier normal zu klären und wenn das nicht geklärt wird, dann gehen wir einfach und sagen halt, passt schluss so. Weißt du was ich mein? Wenn es uns nicht passt, sagen wir irgendwann einfach passt und dann machen wir später was drauf. Genau, genau, machen wir mal später nochmal drüber reden. So machen wir das. Können wir uns hier was überlegen? Ich bin echt verwirrt, dass das Rauskleid grün ist. Ist das auch bei euch? Das hat mich auch verwirrt, bin ich ehrlich. Das ist so Minze. Minze? Minze? Ja, aber jetzt siehst du mal was sonderes. Jetzt ist ja nicht immer das gleiche. Bestimmt, ja. Ich frag mich dann aber, warum sind dann die, wie heißt das? Trauerzeugen? Zeuginnen? Warum sind die dann nicht weiß? Kann mich alle zurückfahren? Du Rassist! Unglaublich. 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 Nee, nee, aber kann schon sein, dass die vielleicht abgehoben sein würden. Dann sieht man, wer der Teilhoseuge ist. Warum bin ich dann weiß gekleidet, Alter? Ja, weil ich traue mich auch. Nee, aber... Improvisiert mich, die Trauzeugen. Improvisiert mich, die Trauzeugen. Improvisiert mich. Ich dachte, dass die ein bisschen abgehoben sind von der Menge, weil man sieht, wer der Trauzeug ist und wer nicht. Nee, weil eigentlich wäre ja der Babel oder der Trauzeuge gewesen von Gibi. Der Whisky... Nur durch das, dass der im Oceans bzw. der Knasch noch war wegen der Aktion vorhin. Ja. Ja, aber man muss ja sowas auch machen, bevor man... Ja, ja, man muss sowas ja auch machen vor der Aktion. Hatten die eigentlich den Volk? Was hat die Prioritäten muss man setzen? Was habt ihr gemacht? Sag mal. Okay. Ich wollte nicht hier drüber sprechen. Ja, ja, die waren im Bällebad. Das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich interessierbar. Hablo hat einen Wallfahrt schluckt vom Bällebad. Wir waren in Phantasialand und er ist ihm ein bisschen... Das wäre nicht her. Ich glaube, deswegen wollte ich mich als erstes gratulieren. Guck mal, die sind immer noch dabei. Oh, Entschuldigung. Ja, ich will auch mal Gibi voll Bescheid sagen. Danke fürs Umschieben. Wer kommt jetzt? Ich wollte Oli nicht ziehen dich, aber dich würde ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich brauche ich schwöre und so. Was? Ich wollte sagen, wir vier, oder? Wir vier, oder? Ja, ja. Ja, okay. Also jetzt doch zu viert, nicht zu zweit. Ja, ja, ja. Mist, ich nehme hier keine Leute von der Hochzeit mit. Alles gut. Ich wollte ja sowieso mitkommen. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Natürlich will er ja nie ausschließen. Ach, da ist ja mein kleiner Pumuckl. Hallo. Aber was ist denn so spät, was ihm passiert? Ah, Ed Sheerden ist da. Ständchen finden, bitte. Ach komm, die Scheiße. Ed Sheerden, bitte eins. Schau, aber wo hast du den her? Den, den, den Dings hier, den, was ist denn da drin? Whisky? Das ist ja so bei uns. Ah ne, ich bin zufrieden, ich möchte mich hier nicht ganz betrinken. Okay. Alles gut. Ich muss ja heute noch fahren, irgendwann später. Jo. Was ist denn passiert mit dir? Ja, wir hatten so eine kleine Auseinandersetzung. Ach so. Hast du auch im Krankenhaus? Ja. Was hast du denn gemacht? Unterstützung. Ne, pass auf, er hat vorhin schon gesagt, sie wollten nicht drüber reden, was passiert ist. Also, äh. Ne, das ist ja so. Ich würde es auch gewissen. Ich würde es auch gewissen. Wir fragen, wir fragen später nach. Ist glaube ich besser als hier auf der Hochzeit. Mit was fahren wir? Ich bin mit dem Moped dauernd. Abfahrt. Wir haben einen Malbach hier. Abfahrt? Soll ich mit dem Moped dauernd fahren? Abfahrt? Wohin? Ach. Ich weiß jetzt nicht mehr was. Schmeiß ich den Dings. Könnten Sie den nehmen? Ich habe ja nicht ganz ausgetrunken. Könnten Sie ihn mir zurücknehmen, ich möchte Ihnen das Glas wieder geben. Abfahrt. Das ist schon fein gelassen. Dankeschön. Was hat er hier schon fein gelassen? Jawohl. Warum? Äh, ja, es ist bisschen, es brennt. Äh, okay. Ich trinke euch mit, Jungs. Ja, danke. Ach so, du meinst das, was ich jetzt denke, ne? Das habe ich Marc auch schon erzählt. Er meint das natürlich kritisch, ne? Ja, was ist kritisch? Ich lasse mein Moped da. Ich, ich frag mal mal hier gleich. Ich hab schon gesagt, dass ich ihn mal sprechen will. Es ist das andere, wie ich bin, ey. Ja. Ja, das weiß. Ey, ziehen wir uns noch um, ja, ne? Ja, natürlich. Ich kann gar nicht ein weißes Ding. Wir kommen gar nicht von weiß ich nicht an. Die werden sich denken, was ist denn hier los? Ich denke, ich habe falsche Waschmittel benutzt. Per Woll. Ne, weiße Riese. Aber war schon schön hier oben, muss ich schon sagen. Geil. Was hieß? Ey, da oben hatte ich mal nen Antrag, ne? Was? Einen Antrag hatte ich da oben. Was ist eigentlich deine Hochzeit? Es dauert ein bisschen. Ey, ich möchte, ich möchte, ich bin ganz ehrlich, man kann ja länger verloopt sein. Und ich möchte, wenn dann, wenn dann, ne, ich möchte so eine richtig schöne Hochzeit machen, die wirklich durch und durch durch geplant ist. Obwohl jeder da ist, oder? Ja, und mit mehreren Events und allem drum und dran. Da muss alles dabei sein. Du bist aber nicht eingeladen. Ja, da sehe ich mich dann. Ich lade keinen von uns ein. Firmtechnisch wird hier keiner eigentlich Spaß. Ja, passt schon. Ach so. Ich trenne Vierer und Privat natürlich sehr. Erstmal hochfahren, dann alle als Geisel nehmen. Ja, ich glaube, ich werde, glaube ich, alle Leute einladen, die so kennen irgendwie. Das wäre so eine wilde Gangster-Hochzeit, nur du lädst einfach allein, hast einfach 40 Geisel oder so. Also ich wäre, das wäre schon dafür, dass bei Rumpes Hochzeit geschossen wird. Also ich würde, glaube ich, in die Luft geschossen einfach. Ja, ja, da sehe ich das. Aber das können wir uns ja ausmachen dann. Ja, ja. Ich glaube, der hat noch nicht mal ein Tauzeug mit. Und Frau Wohl, glaube ich, auch nicht. Stimmt. Wollen wir mal gucken. Die Flüchtung reißen. Ne, das ist ja deine Scheiße. Mitarbeiter des Monats. Marius wird das Blumenmädchen. Das ist schon mal fix. Das ist fix, ja. Marius wird Blumenmädchen. Alter, ja, oi. Ja, Alter. Ich dachte, ich war wie ein Beklopter. Er kommt auf der Gegensprung entgegen. Und hast du an Anhängerhänden gesehen, wie der mitgeschwungen ist? Holy shit. Du denkst aber, dass wir uns so umziehen wollten, ne? Ja, deswegen fahre ich hier. Ich meine. Oh, ich bin gespannt, was die sagen. Das ist die Sound. Aber mit Glück. Äh, Frage nochmal. Was wollt ihr die vorhin nicht erzählen? Ja, kurzfass. Und deswegen. Das meiste werden, glaube ich, von der E-Mark erzählen. Oder ich. Weiß ich nicht. Ich weiß. Ich gehe einfach darum, dass sie angefangen haben, äh... Leute zu drohen. Das weiß ich, ja. Das hat mir Ryan vorhin erzählt. Ne, weil ihr gerade etwas erzählen wollt. Und nicht. Ach so. Es ging krank aus. Ach so. Die haben ein Jube gemacht, oder? Die haben geballert. Und drei von uns waren bewusstlos. Ach so. Die haben auch vor einer Hochzeit ein Jube gemacht. Ja, wunderbar. Unnötig. Können auch nur unsere Zeit... Wenn das meine Hochzeit, Bruder, ich hätte sie direkt entlassen, Alter. Oder es ist Gespräch um 1930. Sie gehen anbauen vorher noch. Einer davon war der Trauzeuge. Das ist doch schlimmer, oder? Das habe ich gerade mitbekommen vorhin. Dass der Trauzeuge nicht stark war, weil der... Ja, oder das macht man aber auch nicht. Ne, das tut man wirklich nicht. Aber ich schwöre, wenn das... Jetzt in den anderen Anzug. Also wenn das meine Hochzeit gewesen wäre, Bruder, ich hätte sie gleich vor Ort entlassen, Alter. Meine Hochzeit, Bruder. Ja, ausladen, ne? Direkt. Ach, Björn, äh, Mündelmann. Dankeschön für 1999 aufm guten Stream. Der Enten-Game. 603 Euro mit Fies. Ich bin die wahre Ente hier, ne? Andel ist die wahre Ente. Ich mach Oldschool. Andel ist die wahre Ente. Das ist dieses... Das ist mir scheißegal. Es gibt nur Andel als wahre Ente. Bin ich der Meinung. So gehen wir. Dankeschön an Manuel Handrek für 5 Euro. Rainbow Let's Play. Jetzt gleich mal vorlesen. Kannst du mich please grüßen? Sehr geil, dass du mich mal Rainbow Let's Play ja wolltest. Und das, was das Krasse dazu ist, noch? Das hat, ähm, ja, Hollywood vorhin erzählt, dass das bestätigt ist, dass das nicht nur dem angeboten worden, ne? Mit dem Waschen anscheinend und dem Verkauf und so. Dankeschön, ey, der kommt flach. Ich glaube, mein Klappstuhl. Haben hier aber ne Waschmaschine und ist das einfach die Waschen sozusagen? Nein, das wird überhaupt hier Geld an. Ja, die waschen halt für 15 Prozent. Also wär uns ganz schön die Leute ab, auf gut Deutsch. Waschen die halt auch für 5 Prozent. Ja. Und schüchtern halt die Leute ein, dass sie bei ihnen waschen gehen sollen. Ja, dass er jetzt nicht mehr zu uns kommen soll und das ist das No-Go so. Das war schon eine Sache. Das ist ein Biede-Vertrag, doch. Und nicht? War da nicht was im Vertrag, was ich bei mir gekriegt hab? Nein, nein, pass auf. Im Vertrag. Sie brechen den Vertrag nicht. Im Vertrag, ich hab da mal durchgelesen, da steht nur drin, dass, äh, keiner diese 5 Prozent unterbieten darf und das tun sie auch nicht. Ja, also, keine Ahnung. Im Vertrag steht auch nicht drin, dass ich jetzt nicht zu den Cops renne und sage, was das Kartell macht, so weißt du. Wäre auch einfach. Das ist halt einfach eine Anstands-Satzgebote. Ja, genau. Dieses Abwehr. Das ist halt, das ist halt Mut. Das für mich, was ich damit sagen will, so. Ja. Ich mach halt auch nichts. Steht halt nicht im Vertrag drin, aber das ist halt einfach, das ist halt gesünder Menschenverstand, so. Das machst du halt aber nicht. Die haben halt die Sachen, die kaufen halt an. Die haben halt, ich glaub, wir haben sogar vor denen angekauft, ne? Also du und Olli damals. Ja, ja. Ich glaub, ihr habt halt mit dem Ankaufen angefangen, bevor die überhaupt sich Kartell genannt haben. So. Ich war noch nie hier, ne? Du hast noch nie hier? Schau wir mal. Obfass. Ah, und fahr doch mal schon zurück. Ich glaub, wir müssen mal kurz zurückfahren. Fahr doch mal weiter zurück. Warum? Wie weit? Dass die die Müller haben, ne? Das ist ja wohl die absolute Herde. Was? Ich hab bei uns alles gelernt. Ach, kein Kommentar, Alter. Moin. Hallo. Hallo. Ah bin. Janik. Ja, bitte. Knappt's bei dir? Ah, ja. Stell dich mal ansteigen? Ne, ich hör doch parken, oder? Ja, also, nimm dir hier vorne einen Parkplatz. Moin. Von dem her. Toni, komm gleich zu euch. Du brauchst noch kurz zwei Minuten, ja? Jawoll. Perfekt. Sehr gut. Erstmal die Lunge, Theron. Moin, Billy. Ey, pünktlich, obwohl Hochzeit ist, Alter. Glockenschlauch, wunderbar. Scheiß, ich hab mein Hochzeitsgeschenk nicht gegeben. Ich bin Trottel. Was hattest du, Melka, oder? Ja, was? Was wolltest du geschenken? Ja, so ein bisschen Geldsäcke hätte ich dabei gehabt. Boah, ich dachte schon, mein Diamant. Let's Frenzy, ist meine erste Spende, bin schon seit fünf, oder was? Bitte seit fünf was? Fünf, oder schon fast sechs Jahren dabei. Let's Frenzy, vielen Dank, 15 Euro. Mitfis, danke Robert. Na, fancy. Vielen Dank. Danke, danke. Wirklich, Kuss geht raus. Fuffi. Warte, du bist seit fünf, sechs Jahren am Start. Das ist heftig lange. Da bist du ja von Anfang an so gesehen dabei, wo ich angefangen hab, Konten zu gehen. Ja, natürlich. Krass. Aber der Toni, der will doch im Büro reden. Könnt mit mir einmal hochgehen. Ja, okay, super. Laut Leerchen. Da hab ich grad mal ansteckt. Ah ja, gut. Was meinst du, Mario? Im Büro wird heute geredet. Ich bin sehr gespannt, dass es uns passiert. Vielleicht kriegen wir erstmal einen Schuss in die Fresse. Ich weiß es nicht. Moment. Warum ist es nur dank der LKW? Hallo. Hallo. Das ist jetzt das richtige Feuerwerk. Oh, setz mich da mal her. Möchte wer von euch sitzen? Ich stehe. Gut, dann setz ich mich hin. Ich lehne mich hier an die Lehne. Wackeln ein bisschen. Das nervt die Leute mal richtig, wenn sie sitzen. Ah, so ist angenehm. Hallo. Servus. Ah, grüßt euch. Na, guten Abend. Guten Abend. Warum sind Sie maskiert? Persönliche Gründe. Oh, persönliche Gründe, alles klar. Kick. Danke, danke. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass wir im Gespräch unter uns sagen, wer maskiert sein muss. Achso. Das hat persönliche Gründe und mein Patron weiß das. Werden Sie gesucht? Nicht gesucht, sagen wir es mal langjährige Geschäftserfahrung, die mich vorsichtbar halten lassen. Ah, okay. Okay. Aber keine Sorge, alles gut. Natürlich. Ihr habt was zu klären. Ich finde es gut, dass wir endlich in der Runde mal zusammenkommen. Das hat mich die ganze Woche schon genervt. Gut. Dann fangen wir mal an. Also, wir haben jetzt noch ein paar Informationen, die wir auf dem Tisch breittern wollen. Ich weiß nicht, gibt es da schon Infos, um was es geht? Ja, ich habe auch intern Infos bekommen. Ja, wir hatten, wie heißt der, dem Jeff, hatten wir ein bisschen was zugesprochen, dass das die bitte weitergibt. Das ist der Sound auf der Spende. Okay. Die Infos habe ich. Eine Frage ist halt die, wir haben ja eine Geschäftsbeziehung. Ja. Die Frage ist, warum gehen wir zu Leuten hin, wirbt die ab und bedroht die, dass sie zu euch hingehen sollen waschen? Wer sagt das? Das ist das, was wir mitbekommen haben. Von wem? Das, sag ich mal, sollen wir Freddy sagen? Da habe ich nicht mit geredet. Das sind Infos, die er mit zugeteilt hat. Ich würde erstmal den Namen weghalten. Es waren jedenfalls mehrere. Geht jetzt rein an die. Es waren mehrere. Es wurden von mehreren bestätigt, ja. Von mehreren bestätigt, so ist es. Da ist doch sehr oft der Name Jeff gefallen. Okay. Hat das nicht Jeff bestätigt? War doch nicht was. Er hat auf jeden Fall definitiv nicht verneint, wo wir ihm das alles vorgelegt haben. Ja, ich würde gerne wissen, was ist der direkte Vorwurf, den ihr habt. Weil von uns hat niemand irgendwen bedroht oder irgendwen abgehoben. Der Vorwurf ist, dass Leute zu uns gekommen sind und gemeint haben, ey, wir sind das Kartell. Du waschbauen ist 15%. Und wenn du das halt nichts machst und bei den anderen waschen gehst, dann gibt es Probleme. Also Androhungen. Dann sieht man mal wieder, dass die Flüsterpost extrem schlecht funktioniert. Nee, aber deshalb sind wir ja hier, deshalb klären wir das ja. Genau, und dann kann ich euch genau aufklären, was der Auftrag war. Dann bitte. Nehmen wir den Namen einfach mal mit auf das, was du hier gerade auf dem Tisch gekündert hast. Es waren ja mehrere. Ich persönlich weiß sie gar nicht. Nehmen wir das pikante Beispiel Ivan Ramos, weil das ist der Auslöser für die ganze Eskalation. Ivan Ramos ist lange Zeit schon ein Kunde von uns. Und wie wir jetzt rausgefunden haben, scheinbar auch von euch. Und Ivan Ramos geht es nie schnell genug. Nie. Am besten immer gestern. Und sage ich euch ganz ehrlich, sowas gehört umherzogen. Wenn ihr sowas sagt, dann sprechen wir unter Geschäftsleuten und wir können für euch auch mal ein bisschen Druck reinbringen, damit ihr euer Zeug schnell loswerdet. Aber nicht für den Zivi. Da muss es nicht schnell gehen. Der hat sich nach uns zu richten. Dann, wann wir können, verkaufen wir sein Zeug. So, und was passiert dann, wenn wir sein Zeug verkaufen? Wir nehmen es entgegen und geben ihm sauberes Geld, korrekt? Das ist an sich korrekt. Richtig. So, was passiert bei der Aktion? Wir nehmen sein Zeug, er kriegt sauberes Geld, ist zufrieden. Wenn ihm das nicht schnell genug geht, und jetzt bitte genau zu hören, dann soll er halt woanders hingehen. Aber dann kann er auch in Zukunft dahin gehen. Und genau dieser Wortlaut war der Auftrag an Jeff. Den sollte er ihm übermitteln. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Also das, was wir mitbekommen haben, ist, dass es rein um das Waschen ging. Das Mittel zu schnell gehen, habe ich zwar auch gehört, aber es ging explizit ums Geld waschen. Ja, das ist ein Zusatz, das kann ich dir erklären. Patron, dürfte ich ein Wort ergreifen? Natürlich. Das Thema Waschen ist, sage ich mal, eher unnötig, weil unsere Kunden haben, so wie ihr es ja wisst, nach wie vor immer schon sauberes Geld bekommen. Das Waschen anzubieten, wäre eine unnötige Verkomplizierung des Ganzen. Wir haben schon mehr als genug zu tun, nur allein Ware loszuwerden. Das verstehe ich. Wenn wir uns waschen kümmern würden, würde absolut alles im Chaos versinken. Das verstehe ich, aber warum kommen dann Leute zu uns und sagen dann zu uns, pass mal auf, ich darf nur noch hier, es wurde sogar die Prozente gesagt, 15% nehmt ihr fürs Waschen? Der wird sich das ja nicht irgendwo aus dem Sockenschlitz holen. Nein, nein, das ist auch in Ordnung, ich kann das erklären. Ja, bitte. Folgendes. Jeff hat die Anweisung bekommen, das weiterzutragen, was ich jetzt sage. Wenn es Ivan Ramos zu schnell geht, oder nicht schnell genug geht, sorry, und er muss unbedingt sein Stuff loswerden, damit er von mir aus leichteres Schwarzgeld besser lagern kann, dann soll er es zur Hölle nochmal zum Dealer bringen. Von mir aus können wir ihm auch die saubere Kohle geben, aber er kriegt natürlich weniger, als würden wir es für ihn verkaufen. Und was im Prinzip entspricht, ist ja Waschen, aber letztlich bekommt er weniger und wir bieten ihm dafür den Kurs von 15% an. Das ist das Ding. Wenn es ihm nicht schnell genug geht, kriegt er von uns sauberes Geld für weniger Schwarzgeld, was er überwirtschaftet, wenn er es zum öffentlichen Dealer bringt. Ganz einfach. Warum soll er denn nicht einfach vom öffentlichen Dealer dann direkt zu uns kommen? Du, das bleibt doch ihm überlassen. Ich weiß doch nicht, dass er mit euch eine Beziehung hat. Er hat ja uns gefragt, wie er das Zeug wegbekommt. Und wenn er uns fragt, dann gibt es zwei Optionen. Es gab ja das Problem, dass die Information, die uns erreicht hat, die war, hier wird für 15% gewaschen und sollte er das nicht hier machen, sondern woanders, also zum Beispiel bei uns, dann hat es Konsequenzen. Das ist das, was wir euch mitgeteilt bekommen haben. Kann ich komplett entkräften, diese Aussage, komplett. Erstens, wir bieten kein Waschen offiziell an. Zu niemandem. Das ist das erste und einzige Mal gewesen mit Ivan Ramos, dass wir überhaupt das Wort Waschen in den Mund genommen haben. Weil das ist euer Business. Unser Business ist Drogen, ganz klar. Und zweitens, ich habe gesagt, und das wurde letztlich verdreht, ich habe gesagt, schick ihn halt woanders hin, wenn er woanders einen anderen oder besseren Service bekommt, kann er in Zukunft aber auch dahin gehen. Dann braucht er sich bei uns nicht mehr melden. Das habe ich gesagt. Was wurde daraus scheinbar gemacht? Er wurde scheinbar von uns bedroht und der darf nicht zu euch gehen. Und das ist einfach komplett herumgedreht. Ich habe gesagt, deswegen sind wir hier. Genau. Und ich habe ganz klar gesagt, wenn er woanders seinen besseren Service, schneller, was auch immer bekommt, soll er halt dahin gehen, aber dann bleibt er in Zukunft auch da. Ganz einfach. Verstehe ich dann halt irgendwie nicht, dass Leute zu uns kommen und dann was kommt und das falsch erzählen. Also ich frage mich halt noch, ob sie das machen. Aus dem Grund habe ich gefragt, wer sind Leute? Dann müsst ihr einen Namen nennen. Ansonsten kann ich dem leider keinen Glauben schenken. Wie gesagt, ich würde, ich weiß, was ich jetzt machen würde. Aber dann ist die Aussage für mich kraftlos. Nein, ich würde jetzt erst mal Folgendes machen. Wir werden diese Leute nochmal ganz genau befragen, was vorgefallen ist. Machen Sie mal ganz kurz so ganz schnell mein Gerät ausschalten. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, Jeff ist jemand, der sich selbst als so gutherzig sieht. Er kann niemanden so aggressiv bedrohen. Das kann er nicht. Ja, das Ding ist halt, für uns gehen halt die Alarmglocken an, wenn wir sowas hören. Und das nicht nur vor einer Person. Die Frage stellt sich nur mich gerade. Was hat die Person davon, wenn sie uns ins Gesicht lügt? Und darf ich Ihnen mal erläutern, warum das für beispielsweise jetzt mal Ivan Ramos sogar ein Plusgeschäft ist, wenn er sie jetzt, sag ich mal, dazu bringt, gegen uns aufzustacheln? Im Endeffekt hat er sogar einen ziemlich guten Grund. Er wurde von uns belehrt und wurde einfach so gesehen von uns. Wir haben ihn ja in dem Sinne offiziell weggeschickt, wenn ihm das alles nicht gefällt. Natürlich wird er vielleicht dementsprechend verärgert gewesen sein. Und wenn er, sag ich mal, zu ihnen auch noch echt gute Beziehungen hat, kann er die natürlich nutzen, um, sag ich mal, einen Streit vom Zorn zu brechen. Wäre in der Sache sogar ziemlich sinnvoll. Aber was hat er denn davon? Das verstehe ich nicht. Dass wir Stress haben, so einfach ist es. Aber das bringt ja ihm nichts. Ja, aber vom Stress haben wir beide noch nichts. Also laut, also wenn Sie das jetzt so als Racheakt sehen wollen, ich stelle mir die Frage, dadurch, dass ihm ja alle Freiheiten gegeben wurden, ich wüsste jetzt nicht, warum er ihn dann so auswischen möchte, weil zum einen, er hat ja die Möglichkeit noch, hierher zu kommen, er hat die Möglichkeit auch, woanders hinzugehen, ihm steht alles offen. Nein, 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 Sie verstehen die Aussage nicht. Die Aussage war, wenn er mit dem Service nicht zufrieden ist, soll er woanders hingehen und braucht nicht wieder zu uns kommen. Genau, aber ihm steht das ja noch offen. Weil dann ist der Zug einfach abgefahren. Ja, ja, das stimmt. Nein, 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 im Endeffekt hat er ja, sag ich mal, durch die Aussage, dass es ihm nicht schnell genug ging und dass er, sag ich mal, dementsprechend reagiert hat, hat er so gesehen gesagt, okay, dann gehe ich halt woanders hin und komme hier nicht mehr her. Das hat er schon gesagt. Ich dachte, ihm wurde das Ultimatum gestellt. Nein, 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 durch die Handlungen hat er sich entschieden, dass er denn zu ihnen geht. Alles klar. Das ist der wichtige Fakt. Also wir sind ja auch nicht unbedingt auf den Kopf gefallen und eins plus eins, wenn ich ein Thomas, ich habe sonst ein sehr gutes Verhältnis mit Thomas gehabt, bis zu dem Abend an der Fahrschule, wo er meiner Meinung nach schon nahezu respektlos aufgetreten ist. So spricht Thomas nicht mit mir, sag ich euch, wie es ist. Was war da in der Fahrschule? Er hat auf eine ziemlich abgehobene Art und Weise gefragt, wie man mir helfen kann und ob man mir helfen kann. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob wir jetzt darüber sprechen an der Fahrschule. Von Führung zu Führung. Und dann hat er gesagt, nee, nee, ihr müsst das erstmal intern klären. Das war, glaube ich, Montag, Billy? Montag ist es gewesen. Gab es nicht an der Fahrschule irgendetwas? Irgendwas ist mir da gerade hängen geblieben, wenn ich über Fahrschule nachdenke. Ja, wir haben erst mit Liam gesprochen, der fand den ganzen Blödsinn auch ziemlich sinnlos. Habe ich auch so angesehen, ehrlich gesagt. Weil es hier immer noch um ein Zivi geht. Und dann kam Thomas dazu und doch, wer war noch dabei? Wolfi. Wolfi war dabei. Und wir waren uns relativ einig. Wolfi hat dann noch eine andere Meinung geäußert, dies auch absolut zu akzeptieren. Das ist völlig in Ordnung. Also man kann ja auch Dinge anders sehen. Aber da muss man sachlich bleiben. Und mit Verlaub, Jungs, mir sagt niemand, was ich in L.A. zu tun habe und von wem ich die Finger zu lassen habe. Wenn ihr mir offiziell sagt, Ivan Ramos ist ein Mitglied von euch, ist das ein anderes Thema. Aber niemand von euch sagt uns, welchen Zivi wir in Ruhe zu lassen haben. Niemand. Und da ihr so die Hand über ihn haltet, können auch wir eins und eins zusammenzählen. Dann zähl mal. Ist er bei euch oder ist er nicht bei euch? An dem Abend hat Thomas noch verneint. Mittlerweile ist er bei uns, ja. Gut. Entwickelt aber für mich keine andere Grundlage für die Diskussion. Weil zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze ausgelöst wurde. Das war Zivi, das hat mit nichts mehr zu tun. Aber trotzdem finde ich, wenn es für dich nur ein Zivilist war und keine Diskussion um es geht, es ist ja um das Prinzip. Und nicht, ob du ein Zivilist ist oder was. Darf ich kurz was fragen? Aber für euch nichts anderes, warte kurz. Wenn es um sowas geht von wegen, hat Konsequenzen. Wenn du nicht zu uns gehst, ist es egal, ob ein Zivi oder sonst wer das ist. Nein, nein, nochmal, noch mal, Freddy. Stopp, muss ich direkt unterbrechen. Die Aussage gibt es nicht. Es geht aber darum, ja, ja, die Aussage wurde uns aber entgegengetragen. Und deswegen reden wir hier. Ja gut, ich sag mal so. Und ob das ein Zivilist ist oder sonst wer ist, dann wäre ich mit bei jedem Zeug gekommen. Ja, da darf ich nochmal sagen, dass das nichts damit zu tun hatte, nur weil er Zivilist war. Das Ding war, dass die Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, guck mal, dass wir 15% waschen bei denen. Und ich darf nichts mehr anderswohin, weil sonst wird mit mir was passieren. Weil das wäre geschäftstechnisch für uns was ganz Schlechtes, wenn auf einmal Leute kommen, andere Leute androhen. Und du kannst nicht mehr woanders hin waschen gehen. Und wenn wir das so hören, dann ist klar, dass dann so ein Auftreten ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass er Zivilist ist, das hat mit unserem Geschäft zu tun. Ihr wollt keinen Namen nennen, ich halte das alles für komplett kraftlos, weil das wurde nie gesagt. Wir können gerne Namen nennen, wenn wir nochmal eine... Jeff hat es bestätigt, dass er es gesagt hat am Hauptplatz. Er hat es Ivan Ramos gesagt, ich will die anderen Namen wissen. Ihr habt das ja von mehreren Leuten gehört. Ich kann dir nicht mal die Namen sagen. Dadurch, dass ich das jetzt nur am Rande mitbekommen habe, weil die Information wieder von ganz woanders stammt. Und deshalb habe ich gesagt, da muss ich noch ein bisschen nachforschen, was da genau passiert ist. Dann kann ich dir auch die Namen vielleicht sagen. Aber das Ding ist, wenn wir das haben, wir haben ja diese Leute mal befragen, was wurde genau gesagt. Dann können wir wiederkommen und nochmal sprechen drüber. Aber ich möchte selber erstmal abklären, ich möchte das selber aus dem Mund der Leute hören, was wurde gesagt. Weil erst dann weiß ich auch, was vielleicht vorgefallen ist. Absolut. Bringt sich ja sonst nichts, ne? Da würde ich mal alles zusammen sammeln. Das bringt mir ansonsten überhaupt nichts. Das mit Ivan Ramos kann ich euch sagen. Niemals wurde irgendwem gesagt, wenn du zu 1.07 gehst, dann gibt es irgendwelche Konsequenzen oder so einen Scheiß. Niemals. Es wurde ganz klar gesagt. Und daran halte ich fest bis zum Ende. Glaubt es mir. Es wurde gesagt, schick ihn halt woanders hin, wenn er dort einen besseren Service kriegt. Aber dann braucht er nicht mehr zu uns zu kommen. Und das ist völlig legitim. Weil eher mache ich ihm damit die Türe zu euch auf, als zu. Natürlich, ja. Also wenn das so abgelaufen ist, wäre es ja gar kein Problem. Aber dann verstehe ich das. Genau so ist es abgelaufen. Dann verstehe ich halt nicht, dass dann eben die Leute was komplett anderes sagen. Und deshalb will ich das gerne abchecken. Und dann würde ich dann wiederkommen. Oder wir würden halt wiederkommen, wenn wir das abgecheckt haben. Für mich völlig in Ordnung. Aber ich halte es momentan maximal für grenzwertig. Freddy, wir haben selber eben beide bestätigt. Es handelt sich um CV in der Situation, wo es entstanden ist. Wie kommt ihr darauf, komplett alles zuzumachen? Warum können wir nicht einfach sachlich über die Dinge sprechen? Weil wenn ich das bestätigt hätte, ist das für mich ein No-Go. Und genau deswegen. Ja, und dann machst du bis dahin alles zu? Ich habe dir vorhin gerade gesagt, ich habe bestätigt, dass es ein CV ist. Aber mir ist es egal, ob es ein CV oder sonst wer ist. Ihr müsst eurem Vertrag auch nachkommen, Jungs. Das hat das mit unserem Vertrag zu tun. Ja, ihr müsst ihm nachkommen. Wir haben einen offenen, laufenden Vertrag. Der Vertrag bezieht sich beidseitig. Ja, natürlich. Aber wir kommen doch nicht zu euch. Und wir haben eine Pflicht. Ja. Ja. Natürlich. Das heißt ja nicht nur, weil ihr nicht zu uns kommt, dass wir nicht zu euch kommen können. Das ist eine zweiseitige Willenserklärung. Andersrum. Ich habe dir gesagt, wir machen zu. Und dann habt ihr gesagt, ihr macht zu. Ja, das ist eine Reaktion darauf. Genau, das muss ja logischerweise so sein. Aber ich finde es trotzdem relativ grenzwertig. Das kannst du von mir als grenzwertig finden, wenn du das für dich, wenn du sowas hören würdest, für dich sofort in Ordnung wäre. Nein, nein, nicht in Ordnung. Keinesfalls. Das würde ja das Geschäft schädigen. Alles gut. Aber ich finde, wir könnten auf einer gewissen Ebene kommunizieren. Ihr könnt ja auch Dinge, wenn wir uns nicht selber treffen, an eure Fiezen weitergeben. Und auch meine Fiezen hätten dort sicherlich eine Meinung zu geben können. Billy ist komplett involviert. Mason ist in das Thema komplett involviert. Fox ebenfalls. Fox ist für uns. Und ja. Von daher, ich fand es relativ, ähm, relativ, naja, Kurzschlusshandlung. Nö. Alles direkt zuzunehmen. Gehe ich immer noch runter. Ja, das kannst du ja. Das ist ja auch deine Meinung. Du solltest auch dein Gesicht nicht verlieren. Ich will dir nur sagen, dass ich das relativ scharf kritisiere, dieses Verhalten. Das Ding ist, wenn man auch nochmal hört, äh, von euch, dass das so bestätigt wurde. Und hier wird jetzt wieder was anderes gesagt. Das ist das Ding. Wenn man, ähm, selbst von eurer Seite hört, ist es bestätigt, dass das gesagt wurde. Und jetzt heißt es, es ist doch nicht so. Ähm. Das ist das Ding auch. Ich weiß nicht, ob es hier Kommunikationsprobleme gibt. Aber, ähm. Aber, ähm. Du magst die Kommunikationsprobleme kommen ganz von alleine, wenn einer einem was sagt, der einem anderen was sagen soll, der jemandem was sagt. Das ist der Flüsterpost-Effekt. Aber das, was wir dir jetzt gesagt haben, ja, Jeff, auch so gut wie alles gesagt. Und er hat nichts davon irgendwie verneint oder so. Also, nicht auch mit den Konsequenzen hat er nicht verneint. Jeff hat euch gesagt, dass es Konsequenzen für einen Kunden gibt, der zu euch geht? Er hat es auf jeden Fall nicht verneint. Ja, ich habe ihm alles vorgelegt. Jeff, kommst bitte mal ins Büro. Und das geht es jetzt ja auch gerade, warum wir auch nochmal, ähm, darüber reden wollen. Also, Ryan war auch dabei, der kann das halt auch bestätigen. Es wurde nichts verneint. Äh, hat Ryan das Gespräch drüber geführt mit ihm? Er war dabei. Wir waren zu dritt oder zu viert hier. Ja. So, dann hast du hier, äh, keine Flüsterpost, sondern hast du direkt den Ansprechpartner, der das mitbekommen hat? Genau deshalb will ich die Leute immer an einem Tisch halten. Ui, es spitzt sich zu, Leute, es spitzt sich zu. Weiter. So, wir rollen gerade das Thema auf, wo wir eh schon drüber gesprochen haben. Ähm, Kernpunkt ist jetzt gerade Ivan Ramos und wie da die Wortlaute waren. Du musst dich jetzt nicht zu 100% genau an jedes Wort erinnern, wie du es in welcher Reihenfolge gesagt hast. Aber hast du ihm gesagt, dass es Konsequenzen gibt, wenn er zu 1,07 geht? Habe ich nicht. Warum verneinst du das dann nicht, wenn wir dir das alles vorlegen? Einen Tag, wo du hier im Anwesen warst. Ja, hast du nichts verneint dazu. Nichts. Du hast es sogar bejaht. Andere Frage, warum redet ihr mit einem Hermano über geschäftliche Dinge? Äh, also ausweichen brauchen wir jetzt nicht. Es geht jetzt darum, dass er uns was komplett anderes erzählt hat. Der Name Jeff ist mir sowieso gefallen. Warum soll ich den denn nicht selber drauf ansprechen? Ich will nur gern wissen, warum er was anderes sagt, als alle anderen hier. Und das geht's gerade. Jeff, kannst du wiederholen, was ich dir gesagt habe, was du Ivan Ramos mitteilen solltest? Wenn's ihm wieder einmal nicht schnell genug geht. Ah, wenn's Ivan nicht schnell genug geht, habe ich ihm gesagt, soll er bitte warten? Wenn er meint, er kann nicht warten, soll er von mir aus woanders hingehen? Dann habe ich ihm darauf mal gesagt, er sagt, wenn du es auch nicht auf die Reihe kriegst, du mir dein Zeug zu verkaufen, dann geh von mir aus zum öpplichen Dealer und verkauf dein Shit dann. Ja, bis hierhin alles in Ordnung. Dann? Und ich habe ihm gesagt, weil er mich darauf angesprochen hat, wegen Schwarzgeld, dass man da irgendwas gaukeln kann und regeln könnte auf 15%. Weil er die 20% unten am örtlichen Dealleiter bei der Wäscher. Ja. Und weil er eh durch den Dealer mit seinen schwankenden, teils schlechten Preisen sowieso schon verdust hat. Ihr seid da zu mir, also ihr seid hergekommen am Montag, wann das war, zu viert. Ihr wollt mir noch nicht mal den Namen sagen, um wem es ging, am Anfang. Ich bin da auch nicht dumm, ich bin da auch nicht auf den Kopf gefallen. Das sagt ja auch keiner. Und das konnte ja auch nur der eine sein, weil es gibt keinen anderen Kunden, mit dem wir über Waschen gesprochen haben. Was wieder mal in Frage stellt, warum andere Leute zu euch kommen und sagen, das Kartell behauptet, sie könnten 15% Waschen anbieten. Und das werden wir dann noch weiter herausfinden. Trotzdem geht es mir darum, warum er es dann nicht verleint hat. Und sondern noch bejaht hat. Man muss aber auch eine menschliche Situation bedenken. Ihr seid laut seiner Aussage auch ziemlich geladen rübergekommen, richtig? Trotzdem kann man auch nochmal mit uns weiter rollen. Naja, ich sag mal so. Wenn vier Leute, sag ich mal, dich in einem recht aggressiven Ton befragen, kann es für eine Person auch ziemlich unter Stress stehen dann. Ja, trotzdem kann ich doch noch ehrlich, oder bei der Wahrheit zu verstehen. Jede Person reagiert aber anders. Es gibt Leute, die halt mit diesem Stress nicht umgehen und, sag ich mal, im Kopf her ein bisschen perplex dann sind. Das muss man auch bedenken. Das ist das, ob ich da mit der Waffe reingestirbt. Nein, das ist nicht, nein. Es gibt Situationen, wo vielleicht, sag ich mal, vier Leute gleichzeitig auf dich einreden und dich Sachen fragen. Und du vielleicht gar nicht auf diesen Moment vorbereitet bist und vielleicht auch gar nicht mit dieser Art von Stress klarkommst. Sowas muss man immer bedenken. Und auch gar nicht vorbereitet sein musst, weil du in der Regel diese Riege hier hast, die diese Gespräche führt. Aber ich verstehe das trotzdem nicht, wenn er genau weiß, was Sache ist, warum man dann etwas bejaht und nicht einfach verneint. Er hätte genauso nein sagen können. Das war eine Ja-Nein-Frage. Und er wusste ja, was los ist in dem Moment schon. Das verstehe ich noch nicht. Weil so, Entschuldigung, aber so unter Stress kann man nicht stehen, wenn da eine Frage gestellt wird. Kannst du nicht so unter Stress stehen, dass du nicht mal Ja oder Nein richtig antworten kannst. Damit wir mal über die Fakten sprechen, könnt ihr bitte mal wiederholen, was ihr Jeff gefragt habt. Es scheint ja eine Schwarz-Weiß-Frage gewesen zu sein. Soll mal Ryan sagen. Ryan war ja dabei. Ryan hat alles zugehört. Er hat alles zugehört. Was genau hat der Bejahr-Trade-Frage? Es ging um das Bedrohen. Dass, wenn er entsprechend zu uns kommen würde, das Konsequenzen haben wird. Ja, das ist doch kein Drohen. Die Konsequenz ist, dass er dann noch weiter zu euch gehen darf und nicht mehr zu uns kommen wird. Wenn der Kollege das als Drohung empfindet, dann tut er mir leid. Das ist eine Konsequenz und das ist einfach eine sachliche, fachliche Konsequenz. Und die ist in Ordnung, das ist kein Drohen. Natürlich, Drohen. Er kriegt halt nicht mehr die guten Preise. Damit könnte er ihm maximal drohen. Nichtsdestotrotz, er hat ihm die Türe zu euch aufgemacht und nicht versperrt. Er hat gesagt, wenn er nicht direkt zu euch, sondern woanders hingeht. Er war auch von Anfang an bei uns, er fährt schon die ganze Zeit zweigleisig. Aber das haben wir auch schon gemerkt, als wir ihn im Biker-Krieg mal zwischen hatten. Was Ivan Ramos für eine Persönlichkeit ist. Er schlägt ein Datum, wann er das erste Mal bei uns war. Das Datum ist eigentlich relativ egal, weil er ist schon sehr lange Kunde. Ich glaube vier, fünf Monate. Drei, vier, irgendwas in dem Dreh müsste es sein. Naja, er ist zweieinhalb Monate noch auf der Insel oder so. Wird das schwierig. Dann ist es diese knapp drei Monate. Er ist von Anfang an auch Kunde bei uns. Er ist schon sehr, sehr früh in unseren Listen aufgetaucht. Aber das wird er euch ja selber sagen können. Er ist ja schließlich jetzt Mitglied bei euch. Aber jetzt stelle ich mal vor, jetzt mal überlegt euch das jetzt mal genau, wie das für uns zur Wahl kommt. Wir waschen für euch, für einen Preis, der relativ gut ist. Und das sind alle hier im Raum. Genau. Ihr macht hier diese 15% an jemanden und geht dann zu ihm hin und sagt, wenn ihr zu 107 geht und dort wäscht, dann wird es Konsequenzen haben, so auf die Art und Weise. Das wurde ja bejaht. Nein, nein, nein. Das ist wieder ein Fakt, der umgedreht ist, Marco. Nein, das wurde ja doch gerade so bestätigt. Deshalb sage ich bitte, halte ich genau an die Aussagen. Wenn er sein Zeug zu euch bringt, kann er das in Zukunft auch zu euch bringen. Was bringt er denn zu uns? Welches Zeug? Ja, scheinbar Drogen, die wir sonst von ihm abnehmen. Und wenn er das zu euch bringt, dann kann er das auch in Zukunft zu euch bringen. Die einzige Option, die wir ihm jetzt gegeben haben, wir haben ihm gar nicht proaktiv die ganze Zeit irgendwas von Waschen gesagt. Er hat ja gefragt, obwohl er, Ryan, wie lange ist er bei euch Kunde? Seit zweieinhalb Monaten? Seit dem dritten Tag, wo er auf dem Sinn ist. Was zahlt ihr ihm aus? Schwarzgeld oder grünes Geld? Grün. Zahlen 350. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das haben wir ja von Anfang an gesagt gehabt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Hat er schon mal bei euch gewaschen? Muss ich nachschauen. Darf ich nun mal auf den Punkt kommen, was ich damit meine, wie das aussieht? Warte, warte, ich bringe meine Sache kurz auf den Punkt. Wie kann es sein, dass er so lange bei euch Kunde ist, von euch grünes Geld bekommt, vielleicht auch schon mal bei euch gewaschen hat und dann bei uns fragt, wo er sein Schwarzgeld wegkriegen kann? Klingt für mich nach einem kleinen Bitchmove, sag ich euch ganz ehrlich. Vielleicht, weil er bei euch ein besseres Angebot rausschlagen wollte. Das ist das, was ich... Ja, vielleicht habt ihr ihn ja dazu beauftragt. Wir beauftragen keinen, der sowas macht. Ja, vielleicht wollt ihr einfach mal... Nein, nein, das ist keine Unterstellung. Natürlich ist das eine Unterstellung. Nein, nein, das ist eine Vermutung und ihr könnt es ja beneiden, dann ist es ja sachlich geklärt. Umso wie jemanden schicken, der bei euch... Das ist ja nicht beim Vermuten. Es klingt halt komisch, Leute, wenn ihr jemanden aufnehmt, nachdem drei Tage zuvor sowas passiert ist. Mein erster Gedanke war, der wollte irgendwelche Informationen von uns kriegen, gucken, ob wir irgendwelche Deals anbieten, damit sowas provoziert wird. Das kann ich verneinen. Das ist für mich in Ordnung, wenn ihr das verneint. Aber genauso verneine ich, dass wir ihm gedroht haben. Ja, ist ja gut, deshalb sind wir mal hier. Ich meine, wir machen ja keine Unterstellungen, wir kommen nur mit den Sachen, mit Informationen, die wir bekommen haben. Oder habt ihr Informationen bekommen, dass wir euch einen Informanten gesendet haben? Wäre ja was anderes. Dann können wir das ja auch... Nein, haben wir nicht. Genau. Aber das war mein erster Gedanke. Aber wir sind jetzt hingekommen. Ja, aber das ist Unterstellung. Wir sind hingekommen, weil wir Informationen von Leuten bekommen haben. Sonst komme ich ja gar nicht auf die Idee herzukommen. Wir haben ja nie jemanden was unterstellt. Nur wenn wir solche Infos rauskriegen, deshalb sind wir ja hier. Ja, für mich in Ordnung. Nur wie gesagt nicht. Und warum sollte ich meinen Geschäftspartner, wenn ich mich nicht gut verstehe, warum sollte ich da Leute hinschicken, um welche Sachen rauszukommen? Also keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht hast du irgendwie Misstrauen oder sowas entwickelt. Das kann ja sein. Hätten wir Misstrauen, dann hätten wir den Vertrag auch nicht mehr. Und dann würden wir auch hier kein Business mehr zusammen machen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, absolut. Wie gesagt, bei den letzten Diskussionen ist es unser Anliegen gewesen, dass das vernünftig geklärt wird, damit wir unsere Geschäftsbeziehung aufhalten. So ist es. Genauso wie jetzt. So ist es natürlich. Darf ich nochmal das sagen, was ich gemeint habe? Was ich halt ein bisschen komisch fand. Wie gesagt, euer Angebot waren die 15%. Das musst du dir vorstellen. Du bekommst das von jemandem so gesagt. Also deshalb kann man da vielleicht auch ein bisschen die Wut verstehen. Dass der bei 15% hier wäscht und dann bei uns halt, sobald er zu uns kommt, jetzt scheiß mal aufs Wasch, egal was er ist, dann macht er für den zu. In jedem Fall auch alles. Ja. Dann heißt es ja entweder oder. So jetzt ist das Ding. Ja, die Beziehung zu uns ist dann entweder oder Marc, ihr seid ja nicht eingeschnitten davon. Ja, ist mir schon klar, ist mir schon klar. Aber jetzt kommt das Ding, dass ihr hier jetzt diese 15% ihm gibt und dann wäscht ihr es bei uns für einen Prozentsatz, dass ihr schon Win auch mitmacht. Marc, Wenn er bei uns verkaufen würde, würden wir mehr Win machen. Wir geben ihm grünes Geld. Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es geht jetzt nur ums Geschäftliche. Ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, also bin ich jetzt ganz ehrlich, dass ich jemandem ein Ultimatum stelle und zum Beispiel sage, entweder du kommst zu uns mit dem Zeug oder wir machen zu, wenn du zu jemand anderem gehst. Glaub mir, Marc, wenn du mit so jemandem Penetranten wie Ivan Ramos zu tun hast, kommst du auf solche Gedanken und dann würdest auch du auf diese Gedanken kommen. Wäre schön halt, wenn es jetzt nur die eine Person ist. Also ich hoffe, dass es so ist. dass es diese eine Person ist. Ich hoffe, dass es jetzt so ist. Wenn du andere Personen findest, bring sie hier ins Büro. Werde ich machen. Nee, wir werden auf jeden Fall rausfinden, wer alles das gesagt haben soll. Ja. Und ich hoffe, dass es sich nicht als wahr bewalten wird, weil das wäre schlecht. Ich will zwei Sachen wissen. Ich will wissen, wer das gesagt hat und ich will von denen wissen, wer es von uns gesagt hat. Ich kann es leider nicht sagen. Ich habe die Info jetzt gerade voll mit dem Auto bekommen und ich weiß nicht mal irgendeinen Namen von irgendjemandem. Wie gesagt, man muss... Da müssen wir jetzt erst mal nachgucken, wer das war. Man sollte immer einfach festhalten, wenn die Person sowieso schon, sag ich mal, durch die Vergangenheit negativ zu uns eingestellt ist, ist es auch klar, dass sie halt einmal sowas behauptet. Das sollte man nicht mehr im Hinterkopf behalten. Ich meine, wenn es jetzt ein Einzelfall war, ist gut, sowas passiert. Wer haltet so eine Information gut, dadurch, dass es jetzt bei uns angestellt ist? Weil hier, ich sag mal, eine Problematik gab anscheinend. Inwiefern gab es da jetzt Probleme? Also, es war jetzt nur einfach dieses, ich sag mal, egoistische, mach mal schneller, damit ich schneller mein Zeug habe. Das war das Ding? Also dieses, ich sag mal, einfach, okay, das war das Einzige, sonst nichts. Das war das Einzige. Das war schnell, schnell und das war unsere Reaktion darauf, weil wir mit uns nicht rumspringen lassen. Okay. Die Kunden richten sich nach uns und nicht wir nach unseren Kunden. Den Bissus haben wir uns mittlerweile erarbeitet. Gut. Ungeachtet von unseren Geschäftsbeziehungen mit euch oder wem auch immer. Ich meine, Sie kennen garantiert die Problematiken mit dem ehemaligen Ankäuferchef. Wie hieß er nochmal Rob? Robert? Ich glaube Rob, ne? Der hieß Rob, ja. Rob Dippney. Herr Dippney war ja jemand, der sehr, sehr scharf dahinter war, dass der Kunde möglichst schnell und zufrieden bedient wird. Und genau diesen übertriebenen Luxus wollen wir halt den Leuten ein bisschen aus dem Segel nehmen, weil manchmal kann man nun mal einfach nicht. Das ist nun mal so. Es ist ja bei euch nicht anders. Wenn ihr gerade beschäftigt seid, dann habt ihr jetzt einfach für 100 Kusch von einem Zivi keine Zeit. Natürlich, das stimmt. Wenn es gerade nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber man schadet trotzdem, dass es so schnell wie möglich geht. Natürlich. Aber wenn jemand dann kommt und sagt, das ist ja alles scheiße, dann würde ich mir halt auch reagieren woanders hin. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich würde ihm auch jetzt kein Ultimatum stellen. Marc, das war nicht das erste Mal. Ne, ich verstehe es. Ich verstehe es. Aber trotzdem. Es ist trotzdem ein Kunde. Wenn er unzufrieden ist, dann kann er von selber nicht kommen. Ich gebe jetzt auch kein Hausverbot auf. Ich sage mal, wenn ich jetzt McDonalds bin und der Kunde beschwert sich, die Nuggets schmecken ihm nicht, aber er kommt immer wieder und bestellt immer wieder die Nuggets. Dann machst du trotzdem einen Gewinn dadurch. Wir müssen auch ein bisschen so denken, dass wir trotzdem einen Gewinn einfahren, auch wenn es ihm nicht gefällt. Also einem Kunden würde ich kein Ultimatum stellen. Das ist eure Ansicht von Geschäft. Das ist eine geschäftliche Ansicht. Die kann ja jeder anders haben. Ich denke mir, wenn ein Kunde unzufrieden ist, dann muss er ja nicht kommen. Aber ihm stehen ja alle Türen offen. Weißt du, was ich meine? Es ist ja alles offen. Es ist ja... Und dann denke ich mir so, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du gerne deine Meinung zu sagen. Du musst ja auch nicht wiederkommen. Die Nuggets bei Burger King sollen auch gut sein. Ja. Aber wenn er wieder zu McDonalds geht, für mich wäre das nicht das Problem. Es kommt drauf an, wenn er jedes Mal im McDrive steht und sagt, mach schneller, mach schneller, mach schneller, dann hast du irgendwann keine Lust mehr am Counter. Ja, trotzdem bringt er das Geld rein. So ist das. Aber noch viele anderen auch. Aber der Kunde ist König. Aber bei uns geht es nicht immer nur ums Geld. Ja, der Kunde ist König, aber wir haben uns was erarbeitet und dieses Date kann man auch mal setzen. Und es geht ein bisschen um Entschleunigung. Und wenn wir gerade was zu tun haben und Leute, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben Ivan Ramos nicht gesagt, okay, dann bring es nächste Woche. Sondern es ging um Stunden, maximal morgen. Wenn er diese Zeit nicht hat, dann muss er es woanders hinbringen. Aber wenn er so einen Stress aufbaut, dann glaubt mir, Jess ist ein sehr beschäftigter Mann. Wird er doch beleidigt? Wird er auch einen eigenen Dreck? Natürlich nicht. Wer hat ihn denn beleidigt? Okay. Also es ging nur schneller, schneller, nerven. Also eigentlich war er so gesehen für euch nur ein nerviger Typ. Der schneller, schneller, schneller ist wahrscheinlich geschrieben. Ich kann nicht mal sagen, dass es ein nerviger Typ war, sondern die Art und Weise, wie er seine Geschäfte mit uns abwickeln wollte, ist einfach inakzeptabel auf Dauer. Aber man kann bei uns auch zwei-, dreimal nachfragen, geht es jetzt, geht es jetzt. Das ist auch völlig in Ordnung. Du kannst auch mal durch die Reihe fragen. Wir haben ja ein Ankaufsteam. Das ist alles für mich in Ordnung. Es ist nicht unbedingt extrem gern gesehen, dass man Jeff anruft und danach den Nächsten aus dem Ankaufsteam und den Nächsten und alle gehen dran und sagen, wir haben gerade keine Zeit, bis ich einen hab, der gerade Zeit hat. Weil wir sprechen halt auch intern. Wenn Jeff beispielsweise Ivan Ramos ablehnt und gerade ist jemand anders verfügbar, dann hätte er ihm das abnehmen können, aber den gab es gerade in dem Moment eben nicht. Und dann muss er warten, ob bis heute Abend etwas später oder eben morgen. Und wenn er bis dahin das Zeug unbedingt an den Mann bringen muss, Gott nochmal, dann soll er das tun. Aber dann mach beim nächsten Mal bei uns nicht so einen Stress und bring es halt dorthin, wenn du dort einen besseren Service erwartest oder bekommst, wie auch immer. Und es ist halt so gewesen, dieser Nebeneffekt, ihr habt ja das Thema mit dem Waschen angesprochen, er kam ja von sich aus, weil Jeff gesagt hat, wenn du es unbedingt wegbringen musst, dann bring es halt zum örtlichen Dealer, was ja völlig legitim ist. Das macht ja die Türe zu euch nicht zu, es schadet der Allgemeinheit, weil dadurch Verluste entstehen. Und er hat ihm gesagt, dann gebe ich dir halt nachher die Kohle dafür. Und nochmal, er hätte ja sowieso mehr sauberes Geld von uns bekommen, wenn er es bei uns verkauft hätte. Versteht ihr, was ich meine? Klar, natürlich. Verstehe ich. Und dieses Geld wäre wieder sowieso in eure Kasse gelaufen. Natürlich hätten wir da 10% dran gewonnen durch unseren Deal, aber insgesamt machen wir weniger, als hätten wir es ihm direkt abgenommen. Also, es ist kein Bereichern an irgendeiner Situation. Theoretisch hätte er auch einen ganz anderen Move, wenn man jetzt mal kreativ sein will, machen können. Er hätte es bei euch verkaufen können für Schwarzgeld und hätte das uns gebracht. Auch völliger Blödsinn, aber selbst das wäre ja realistisch gewesen, weil es trotzdem uns nicht bereichert hätte. Das stimmt schon, ja. Ich hätte mal eine Einwende. Bitte. Ja, bitte. Ich hätte ein paar Namen und ein paar Infos. Bitte. Ich weiß die Nachricht, ich habe das nachgefragt, ich mag es, wenn ich über Leute rede, auch gerne den kompletten Namen. Es geht um einen Flo. Hat am Rande mitbekommen, dass Steff mit der Geldwäsche selbstständig handelt und Leute von uns abgehört. Ein Brian, wurde Plummerm-Hu-Flo auf dieselben Sachen einmal angesprochen, dass ich kurz schon kaum um Geld zu waschen. Weiterhin kommen die Infos von diesem Brian Gunn, Jason Miller, Daniel Dawson. Sagt mir gar nichts, Jeff, kannst du dazu was sagen? Jason Miller. Ich das wüsste, also ja, könnte Kunde bei uns sein. Nein, es gibt einen Jackson Miller in unserer Datenbank. Aber keinen Jason Miller. Er ist Familienmitglied. Jackson ist Familienmitglied. Aber du sagst, kein Jason Miller. Wer war der erste Brian, was? Ich glaube, er hat sich verschrieben. Es sollte vielleicht Brian Gunner oder so. Er hat nur Gunn geschrieben mit Doppel-N-N-Familie. Brian Gunn ist ein Kunde von uns. Das ist korrekt. Dann doch. Okay, ich dachte, er hat sich verschrieben. Was hat er genau gesagt? Na, auch bitte. Bitte? Auch darauf bezogen, auf das Waschen etc. dass er bedroht wurde. Und laut einem Flo kommt es, am Rande hat er mitbekommen, dass Jeff mit der Geldwäsche selbst handelt. Also nicht offiziell über das Kartell. Zufällig Florian Lang? Wie gesagt, ich habe geschrieben, Flo, Fragezeichen, weil ich mag das nicht, wie ich kenne Flo. Ja, es gibt viele Fragen. der Einzige, der zu passen würde, wäre ein Florian Lang. Ebenfalls in unserer Kundendatenbank. Also wurde da gerade vorgeworfen, dass Jeff das unter der Hand macht. Genau. Alles klar. So habe ich es ja stehen. Dieser Brian Gunn ist in unserer Datenbank als Kunde. Der hat, Moment, nicht das richtigste? Er hat ein Vermerk darin stehen. Beobachten ist circa drei Wochen da. Okay. Flo, Florian, er hat mal Kokain gebracht. Gambino, der Biker. Florian Gambino. Und er ist doch der Ehrenbiker. Der einzige Biker, den ich kenne, der damals zu unseren Kriegszeiten wirklich Biker war. Kannst du da vielleicht was zu sagen, Jeff? Also ich glaube nicht, dass sich das Leute jetzt aus dem Finger ziehen, dass du das anscheinend selber unter der Hand machst oder so. Weil ich sage mal, du wirst privat genauso bei uns in 5 Prozent. Also nein. Und außerdem, die Leute, die waren schon ewig nicht mehr bei mir. Also Brian Gunn war noch nie bei dir. Wenn ich das aus der Historie richtig sehe. Da hat einmal jemand anders Kokain angekauft. Und wie hieß der andere? Jason Miller. Jason Miller hat mich geschämt. Mit A nur. J-A-S-L-O-N. Ich hoffe, er hat es jetzt nicht verschrieben. Da haben wir aber schon das Problem. Diesen Jason Miller gibt es nicht. Es gibt nur einen Jackson Miller. Doch, doch. Jason Miller gibt es in der Kartei bei uns als Biker geführt. Hat auch Bikerpreise bekommen. Ah, okay. Alles klar. Gut. Dann habe ich mich gehört in der Hinricht. Die Frage, die werden sich diese Story nicht von selber einfallen lassen, oder? Und das ist von verschiedensten Seiten. Das ist das. Das kommt ja nicht nur von einer Seite. Wenn es jetzt nur Biker wären, okay. Das kommt ja von verschiedensten Seiten. Also irgendwo muss da doch was Wahres dran sein. Ich denke mal, kann ja nicht sein, dass jetzt von verschiedensten Seiten zu uns Leute kommen und uns das erzählen, oder? Genau, dass sie dann abends zusammensitzen und sich das abmachen, was sie uns jetzt zu erzählen haben. Wir haben das ja schlecht besprochen, ja. Also, keine Ahnung. Jeff, bist du sicher, dass du nie mit den Leuten über Waschen gesprochen hast? Nee. Ihr könnt die gerne ranholen. Vor allem das Problem wäre ja eher... Okay. Das Problem wäre ja eher, wenn er, ich sag mal so, reden wir hier von reinwaschen, oder hat er das Zeug von den Kunden abgenommen? Wenn er das Zeug von den Kunden abgenommen hat, würde es Probleme in der Lagerliste geben. Ich denke, es gab noch kein Problem in der Lagerliste. Hättest du uns nur die Idee, wir werden das nochmal intern bei uns aufklären? Ich befrage nochmal. Ich werde vielleicht die Leute mal einladen. Und dann werden wir mal fragen, was los ist. Bei Bikern wäre ich allerdings vorsichtig. Biker könnten immer noch aufgrund des Krieges Groll gegen uns haben. Der Herr Gambino ist bei uns. Ja, war aber vorher Biker. Ich weiß. Gambino ist bei euch? Yes. Ja. Er ist seit ein paar Tagen jetzt. Uff. Ganz frisch. Warum Uff? Er ist eine eigene Persönlichkeit. Eine eigene Persönlichkeit. Mit dem kann man, glaube ich, Spaß haben. Jenny Müller ist auch eine eigene Persönlichkeit. Na, absolut. Mit ihr kann man auch viel Spaß haben. Nachdem sie das Lager leergeweint hat. Das ist sehr gut. Die Zeit wurde mir. Aber das müsst ihr ja wissen. Wir werden es, wenn wir das so machen. Wir klären das Ding nochmal. Also wir werden uns nochmal genau besprechen. Wir werden die Leute nochmal ranziehen und ich werde die mal einzeln befragen, was da los ist. Ich habe nämlich keinen Bock von irgendeiner Seite angelogen zu werden. Also irgendwas stimmt nicht. Also entweder es sind die Leute, die uns hier anlügen oder irgendwas stimmt hier nicht ganz. Ich möchte jemandem was vorwerfen. Wie gesagt, ich will das einfach geklärt haben. Und deshalb, wir werden mit denen reden. Mit all den Leuten, die diese Anschuldigung machen gegenüber euch. Und ich würde sagen, wir machen dann nochmal ein Treffen. Dann reden wir nochmal über das ganze Thema. Okay, wie sieht unser Geschäftsverhältnis aus? Ich würde sagen, es wird gleich. Ryan und Jason kommen hier hin. Die werden gerade hergeflogen. Ihr macht alles zu. Nein, nein, nein. Wir machen wieder auf wie früher. Wir machen auf. Solange das nicht geklärt ist, lassen wir es offen trotzdem. Ja. Und wir wissen ja nicht, was ist jetzt los. Wären wir jetzt angelogen, also wären wir jetzt ja alle angelogen von irgendwelchen Leuten, die sich zusammengetan haben, was ich sehr komisch finden würde, weil was würde es denn bringen? Vielleicht wollen die uns aufmischen. Man weiß es ja nicht. Ich würde das geklärt haben. Oder ist es jetzt vielleicht hier, dass hier irgendwie was Problematisches ist? Vielleicht, wie gesagt, ich möchte jemandem was vorwerfen, aber vielleicht läuft hier gerade irgendwas falsch und vielleicht wissen das hier ein paar gar nicht. Aber ist ja gut, dass wir das jetzt den Raum geworfen haben. Dass man vielleicht auch hier intern ein bisschen guckt, was hier los ist. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir machen alles auf. Es passt ja alles. Wir haben einen Vertrag, dies, das. Wir lassen offen. Ich habe da auch jetzt keinen Bock drauf, zuzumachen und hier, sagen wir mal, die Geschäftsbeziehung auch zu stören. Das wollen wir ja nicht. Und wir klären das. Dann machen wir nochmal ein Gespräch zusammen, setzen wir uns wieder alle zusammen hin und dann wissen wir ja mehr. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, keinem von irgendeiner Seite was vorwerfen. Deshalb das zweite Gespräch, wo dann alles geklärt wird. Hast du gehört, Marc? Bitte. Nee, was hast du gesagt? Es sind gerade, ich kann gerade nichts zurückgehen. Brian und Jason, sowie Gambino, dürfen Heli auf den Weg hierher. Ach, die sind jetzt alle her? Ja. Perfekt. Ja, dann können wir das auch jetzt klären, ist ja kein Problem. Aber jetzt sind ja gerade alle da, oder? Habt ihr drin Naschenmelcher, sonst würde ich kurz rauchen, eine raus, dass die Rauchen gehen, da sind wir einfach auf dem Weg. Draußen wäre ganz gut. Ich würde auch mal gerne die Frische Luft schnappen. Genau. Ja, ich hoffe, da wäre sehr gut für die Nerven. Gut, dann wird das heute geklärt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ah. Ey, das ist jetzt aber, ey Leute, da kommt jetzt aber eine fette Story bei raus, ne? Da wird jetzt das richtig fett bei rauskommen, ey, ich freue mich. Ey, weil das ist das Geile, an solchen Gesprächen. Ey, das ist richtig krass, weil du weißt nicht, wer lügt dir ins Gesicht oder so. Ich glaube, die sehen auch nicht, ich komme wieder klopfen. Ah, nee, danke. Danke, danke. Wir kommen gleich wieder, wir müssen warten. Für euch, jetzt kommt gleich ein Avali an, ne? Nicht schießen. Und der landet hier oben, kannst du zugucken. Ja. So, ich gehe mal hoch, ich werde die mal begrüßen dann. Wo, wo kommst denn? Ja, da oben, das müssen wir schon sehen. Ich hoffe, wir dürfen dort hingehen, dass sie sagen, nein, da dürft ihr nicht hin. Verboten. Was denn, was denn, sag mal. Ey, stinkt gewaltig, ne? Ey, stinkt gewaltig, aber weißt du, was sein kann? Das, dass die, dass die, das nicht wissen. Das ist da wirklich, weil, wie du gesagt hast, der Eiler, vielleicht macht der doppeltes Spiel. Ich glaube, der eine macht, also Jeff macht das Ding. Er hat halt lange gezögert, bis er was gesagt hat, auch weiß ich nicht, was einfach seine Art ist, aber es kam mir sehr lange vor. Mir auch, mir ist vorgekommen, der hat sich gerade richtig hier drin eingestuhlt. So ist es mir vorgekommen. Der Stift hat schon fast gemalt, so kam es mir vor. Jetzt kommen die Leute noch. Wir fragen die aber erst, was die jetzt. Ja, ja, klar, klar. Ich wollte es nicht zu viel sagen. Ne, ne, natürlich, natürlich. Schau mal ab. Ah, das ist jetzt schon, äh, sehr aufregend, was jetzt passieren wird. Ich bin echt gespannt, was die jetzt sagen. Ne, zweischneidiges Block. Ja. Also kommen sie schon, guck. Kommen sie schon. Oh, in rot. Das LEFD kommt. Ja, ja, weil es hier brennt. Ich will trotzdem noch ganz schnell an einer durchziehen. Ja, ja, klar. Wir sind ja eh relativ ungesteuert hier oben. Sind jetzt alle dabei, die das ausgesagt haben? Ihr seid nicht im Punkt, ne? Ne. Also, ich habe jetzt gerade eine Vermutung, wenn sich die bestätigt, dann hat Jeff komplett verschissen. Oh mein Gott, stimmt. Jetzt hat es Klick gemacht, Bruder. Hat jetzt gerade Klick gemacht. Hä, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Was, was, was? Warte. Hä, was ist denn? Wir nennen einfach nur kurz, kurz die beiden Schlagwörter. Äh, und dann gucken, ob sie selbst draufkommt. Ja. Jeff hat eine Freundin. Und? Die arbeitet bei der Pizzeria. Jetzt Rater, Rater. Äh. Pizzeria. Oh, das ist der dort. Ah, ah. Ah, ja. Aha, okay, ja. Okay, der zwar 10. Das ist meine Vermutung. Ja, ja, ja. Befragtet ihr denn kurz darüber noch mal? Ich würde ganz schnell trotzdem ja einer durchziehen oben. Alles klar? Warum sitzt jetzt noch ein zweiter im Rollstuhl? Bitte, setzen wir uns irgendwo hin, dass das hier nicht das Problem ist hier. Ja, am besten. Nicht, dass wir hier gleich runterrollen im Berg. Das wollen wir doch nicht. Ja, ja. Ich zieh Bremse ein. Hm. Ach. Gut. Wer war jetzt also, R. Gambino war dabei, hast du euch mitbekommen? Ich hab alles nur am Rande mitbekommen und ich hoffe, dass ich jetzt nichts, irgendwas Falsches sage, dass dadurch irgendwie irgendwelche größeren Probleme auftreten. Aber, ja, ich hab, seit ich eingestellt wurde auf dem Anwesen ab und zu Gespräche von Jeff gehört. Also über Jeff. Ich würde bei ihr aufpassen, bei Anna, was mit Geldwäsche und dass er auf eigene Faust handelt. Er macht es auf eigene Faust, also er hat mit dem hier gar nichts zu tun, so gesehen. Also er macht es auf eigene Faust, Geldwäsche und unter der Hand halt. Ja, ich weiß aber nicht, von wem ich das gehört habe. Ich hab's nur am Rande mitbekommen und bei dem Gespräch, ich weiß nicht, wer von N07 dort dabei war mit Jeff, da wäre die Steffi noch angetanzt, aber die hat sich für das Thema dort gar nicht interessiert und ist da nochmal gegangen. Mehr weiß ich auch nicht. Also, ja. Aber, wait a second, du hast aber jetzt nicht mitbekommen, dass er irgendwie gedroht hat, dass er dort gewaschen werden kann und dann, wenn bei uns gewaschen wird, dass es Konsequenzen gibt. Das hast du eigentlich nicht mitbekommen, nee. Das, das gab es nicht, die Aussage, ne? Wie gesagt, ich dann das wirklich nur am Rande Bruchteile mitbekommen und, wie gesagt, also, aber dadurch, dass er es ausgesagt hat, er hatte nie was mit Waschen erwähnt oder so, in dem Zusammenhang, der lügt da aber ganz gewaltig, wenn das so stimmen sollte. Das habe ich dir wissen, aber ich habe schon gemerkt. Ist es doch jemand da, der da dabei war und irgendwas mitbekommen hat? Mann, ich habe nur, ich wurde nur bei meiner, bei meinem Bewerbungsgespräch was gefragt, zum Thema, wie ich den, wie ich den Krieg fand, weil ich war ja mal bei den Bikern. Ja. Und da wurde das halt gefragt, aber mehr habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass sie halt mit Mal einfach rumfahren und so, aber mehr habe ich da jetzt nicht irgendwie mitbekommen oder gesagt. Okay. Das Einzige, ich weiß zum einen nicht, wer Jeff ist, aber zum anderen war bei meinem Bewerbungsgespräch auch, dass ich erzählt habe, dass ich plump am Flughafenparkplatz angequatscht wurde, was ich denn da mache und tue und Täterätetä, wo ich denn hin will. Na klar, ich sage, ich fahre zum Dealer, was ist denn los? Und dann meint derjenige, ich weiß nicht, wer es war, meine Vermutung liegt da, dass es jemand von mir war, meint derjenige, wie denn die Preise wären und er würde mir doch meinen Koks halt abkaufen. Ja, Koks abkaufen machen die ja gerne, aber es geht jetzt rein ums Waschen. Da ist bei dem Gespräch, was ich dann mit demjenigen dort hatte, überhaupt kein Ton drüber gefallen gewesen. Okay, gut, gut. Es ging nur darum, dass Leute angedroht wurden, also es ist so das, was wir gehört haben, es wurden Leute angedroht, dass sie nur hier waschen können und dann sollten sie woanders waschen, haben sie Konsequenzen. aber das ist komplett egal, was da passiert ist in dem Zusammenhang. Das machen wir, das ist ja deren Job, das anzukaufen. Das war bei meinem Gespräch, war da überhaupt keine Rede von. Alles klar. Gut. Dann geht es eher um das Thema hier vorne, dass wir da nochmal drüber reden. Hat sich das bestätigt bei dir mit Waschen? Bei ihm war das jetzt? Ne, ne, also bei ihm hier gar nicht. Bei ihm schon. Also, aber es ist halt, ich weiß aber nicht, wer bei 1.07 das gesagt hat, da ich das aufgeschnappt habe. Bei 1.07 hat er das erzählt. Jemand bei 1.07, also eine Angestellte von uns. Deswegen, ich weiß nicht, wer das war. Wann war das? War das noch der Abend, wo ich eingestellt wurde? Gestern, vorgestern, Tag danach? Ich wüsste sogar noch, wer alles da ist. Aha, vorbei. Müssen wir mal gucken. Also, weil da, wo du angestellt wirst, war ich ja dabei. Richtig, genau. Das wäre gesagt, dass der unter der Hand, aber warte, dann hat es ja nichts damit zu tun, weil das Thema hatten wir schon an dem Tag. Diese Info. Das heißt, jetzt einfach nur eine wieder aufgeholene Info, eine aufgewärmte Info, die wir einfach durchgegeben haben anscheinend. Trotzdem wollten die es bestätigen haben. dass du das gesagt hast, Sie wurden da auch dabei. Ja. Trotzdem würde ich gerne, dass du das bestätigst, dass du das aufgeschnappt hast. Gut, das kann ich gerne geben. Es ist halt besser, wenn wir genau den Zeugen da hätten, der das auch gesagt hat und der das auch gehört hat. Ja, nur wer das war, wie das gesagt hat. Was ist das mit dem Miles? Den haben wir jetzt noch? Ein Mann, alle einzelnen Simmler, die gerade da sind. Hat jemand was davon erzählt, dass das jemand von uns aufgeschnappt hat, dass das Kartell angeboten hat zu waschen? Ich höre es zum ersten Mal, ich weiß es definitiv nicht. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch zum ersten Mal. Schatzi. Negativ. Keine Zeit. Ich weiß auch nichts davon. Was haben die angeboten? Zu waschen. Also zur Not, gebt mir eine Waffe und ich gebe euch von hier oben Deckung. Trotzdem bin ich mit der meiner Meinung nach das erste Mal nicht aus der Hosentasche. Ich komme runtergerollt. Aber weißt du, weißt du, wer so ein Grundzeug wäre, eigentlich wären jetzt so Miles und wer waren noch? Waren ja insgesamt drei Namen, die gefallen sind. Was? Das sind die drei, die gerade vor dir stehen. Wer von euch heißt bitte Miles? Es gibt keine. Hä, es war eine Rede von dem Miles. Doch, es war doch gerade vorhin eine Rede von dem Miles, da sicher. Miller vielleicht. Miller aber nicht. War nicht Miles irgendwas? Hat er nicht gesagt irgendwas mit Miles? Ich glaube, du hast den Herrn zu. Bin ich komplett bescheuert? Ich kam vor, der hat irgendwas gesagt von dem Herrn Miles. Sicher war das. War das eine rhetorische Frage? Nein, ich heiße Jason Miller und Daniel Dawson und halt der Flo. Also hier, Gambino. Können wir das bitte Gan nennen? Bitte komm, du bist scheuer, ich schwöre, du bist bei uns, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Wie lange denn? Seit einem Monat? Nö, seit gestern. Mit dem Namen habe ich es noch nicht, das tut mir nur ein. Ja, nee, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Du machst ja, dass Oli, glaube ich, dich Barin geschrieben hat und du hast bestimmt Brian. Ja, aber da haben sie sich gestern schon drüber lustig gemacht, dass es einmal falsch geschrieben war. Er hat es eigentlich korrigiert. Wir haben jetzt alle da, das heißt, aber es gab doch drei Leute. Oder nur zwei? Einer sitzt im Rollstuhl, einer hält den Rollstuhl und einer links daneben. Ihr habt alle drei davon mitbekommen. Ich habe jetzt so zwei Infos. Ich habe nicht davon mitbekommen. Ja, eben. Das meine ich doch. Von dem Gespräch habe ich nicht mitbekommen. Nee, nee, nicht von dem Gespräch jetzt, sondern dass das mit dem Waschen da war. Ja, ja, genau. Nee, richtig, richtig. Davon habe ich nichts mitbekommen. Ja, sag ich doch. Das macht doch keinen Sinn, wenn da gesagt wurde, dass er das mitbekommen und alle drei wurden jetzt vorne aufgezählt. Was soll ich meinen? Also ich hatte nur das wiedergegeben, was ich bei der Frage, beim Bewerbungsgespräch gesagt habe. Nee, weil es wurde ja gerade gesagt, dass drei Leute das ausgesagt haben. Und wenn ihr drei jetzt die Leute seid, das macht ja keinen Sinn dann. Das, was ich gerade meinte, er hat mir drei Leute genannt, zwei Leute können mir das wiedergeben. Weißt du, was ich meine? Der Olli hat dich ja gefragt, worauf angesprochen, am Flughafen, dem Brian angesprochen. Ja, aber das hat, das Ding ist nicht, worauf angesprochen. Aber da ging es nur um... Geldwaschen hieß es. Nee, Geldwaschen nicht. Da ging es nur um Verkaufen. Das war ein plumpe Anmacher wegen Verkaufen. Ja, mir hat Olli halt wegen Kuschankauf und Geldwaschen geschrieben. Und deswegen... Ja, das ist falsch. Aber das haben wir schon fertig, das Thema. Das ist durch. Gut, dann gehen wir jetzt trotzdem runter. Dann sagen wir, das ist soweit geklärt. Und außer trotzdem will ich nicht, dass dann Gabino einmal bestätigt, dass er das wirklich mitbekommen hat. Und wir forschen dann weiter, woher. Weil ich war trotzdem, hat Jeff ganz schön angefangen zu stottern. Es ist... Es kommen wir sehr sass rüber. Da kommt richtig sass rüber, der Jeff, Alter. Richtig sass. Ich meine, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der sein eigenes Geschäft im Hinterhalt macht. Weil der bei der Mafia mit seiner Freundin ist. Das ist ja... Vielleicht macht er sein Geschäft im Hintergrund so und die wissen das gar nicht. Und wir lassen jetzt gerade die Bombe droppen, aber richtig hart. Das ist schon richtig krass, Alter. Was wir hier gerade aufdecken, wenn das so stimmen sollte. Wir machen hier richtig krasse Arbeit. Eigentlich helfen wir denen ja gerade, wenn er hier... Wenn Jeff das wirklich machen sollte. Ich weiß es ja nicht. Dann decken wir hier gerade richtig auf. Dann haben wir hier eine... Wie soll man sagen? Eine Schabe, die wir hier rausbringen. Der kommt hier nicht mehr lebend raus, wenn er so stimmen sollte. Der kommt... Aber der hat sich... Also ich habe schon gemerkt, der Typ hat wirklich schon ein bisschen... Hallo. Wir werden es dann. Ja, perfekt. Jawohl. Wieder ins Büro oder hier? Ja, gehen wir wieder hoch. Ja, genau. Wie lustig wäre denn das, wenn er jetzt hier zugeben würde, einfach als scheiße gebaut. Dann gibt es hier gerade richtig gleich Problems, Leute. Dann gibt es hier gerade... Da gibt es richtig Rambazama hier drin. Ich setze mich hier aber wieder hin. Der Name, den er genannt hat, sagt mir gar nichts. So, wir müssen sitzen, so. Soll ich anfangen? Jo, bitte, fang an. Okay. Sind die, Entschuldigung, sind die anderen jetzt auch da oder ist das jetzt nur so? Genau, ich möchte jetzt dazu was sagen. Ja, bitte. Wir haben jetzt mal mit den Namen gesprochen, weil die Namen sind mir auch heute erst gefallen, wie ich immer gesagt. Also da konnte ich mich gar nicht drauf vorbereiten. Ja. Das hat sich dann so eben widerlegt. Das war einfach, ja. Wie nennst du es? Die Schille Post, oder wie du vorhin gesagt hast, ne? Lüster Post-Effekt. Super. Trotzdem habe ich jetzt den Herrn Gabino einmal mitgebracht, trotzdem. Die anderen sind damit also raus. Also nur damit er versteht, wenn die jetzt nicht hier sind. Ich fühle mich in Ordnung. Hi, Flo. Grüße. Es geht mir trotzdem jetzt darum, dass ihr nochmal persönlich von ihm hört, dass er es aufgeschnappt hat. Er weiß ja da keinen Namen mehr, da werden wir nach forschen. Trotzdem kann er euch gerne nochmal bestätigen, dass er das so aufgeschnappt hat. Und deswegen sollte er mitkommen. Ja, bitte. Und zwar, ich habe wirklich nur Bruchteile aufgeschnappt. Hab da nicht wirklich zugehört. Einzige Sache, die ich halt mitbekommen habe, ist, dass Chef erwähnt wurde im Zusammenhang mit der Geldwäsche. bei dem Gespräch irgendwie die Steffi, glaube ich heißt, die bei euch arbeitet, dazugekommen ist, aber nur sporadisch. Und hat er auch nicht wirklich teilgenommen an dem Gespräch. Und ja, das war es eigentlich schon. Also wer das gesagt hat, es waren so viele Leute dort, ich habe mich nicht umgesehen und geschaut, aus welchem Mund das kam. Meine Frage, gab es da nicht vorhin, ich habe ja vorhin gehört, da war irgendwas mit einer Aussage, dass das unter der Hand gemacht wird, so irgendwie. Genau. Das würde mich jetzt auch eigentlich eher interessieren. Ja, mich nämlich auch. Also es ging darum, Flo, dass du anscheinend aufgestappt haben sollst, dass der Jeff das, sag ich mal, durch die Geldwäsche, sagen wir mal, unter der Hand macht. Aber woher soll das denn jetzt kommen, dass Flo das aufgeschnappt hat, wenn es nicht von Flo kommt? Weil er es vorhin so gesagt hat. Weil er es aufgeschnappt. Ach so. Ich habe ihn extra vorhin schon gefragt. Weil bevor ich jetzt hier reinkomme und sage, die drei haben gesagt, dann ist es gar nicht so, dann ist es das Ding. Also jetzt, wenn es nicht so sein soll, dann korrigiere mich bitte. Ja, so wie ich es gesagt habe, so habe ich es aufgeschnappt und mehr weiß ich auch nicht. Also ich höre nicht überall. Also Flo, ganz ehrlich, es tut mir leid, aber das, was ich gerade verstanden habe, ist, dass du einem Gespräch zugehört hast und auch nicht zugehört hast und nichts verstanden hast und es wohl gefallen sein soll, dass was? Es waren nur Bruchstücke. Deswegen, ich habe meinem Chef schon gesagt, ich hoffe, dass ich hier nichts Falsches sage, dass ich hier nicht irgendwelche Keile zwischen den Parteien spalte. Wir sind ja alt genug, wir werden alles in Ordnung. Das ist eine Runde der Ehrlichkeit und ich sage es dir ganz ehrlich, aber die Ehrlichkeit muss auch irgendwo faktenbasiert sein, Flo. Jetzt haben wir nämlich hier das Problem. Das Problem ist, uns fehlt das Detail. Wir sind unter dir, falls jemand fragt, gell? Und den Teufel. Ich habe die Nachricht von mir bekommen, dass du aufgeschnappt hast. Alles gut, ich bin noch am Kattel am Bösenraum. Ja. Verstehst du. Flo hat am Rande mitbekommen, dass Steff mit der Geldwäsche selbst handelt und Leute von uns abwirft. Das muss jetzt irgendwo herkommen, die Information. Das schnappt man sich halt nicht irgendwo so auf. Also weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, das hört sich ein bisschen anders an, als das, was jetzt hier geschrieben steht. Ja, ich bin mal doch nicht sicher, ob das abwerben. Wie gesagt, es waren nur Bruchstücke. Ich habe mal das nicht alles behalten, den ganzen Kontext dazwischen. Deswegen habe ich gesagt, ich hoffe, dass ich hier nichts Falsches sage. Du kannst ja nichts Falsches sagen. Es ist dann einfach besser, dass man, wenn man nicht faktisch irgendwas belegen kann, Flo. Ich will dir da nicht zu nahe. Also ganz ehrlich, vielleicht sollte man einfach gar nichts sagen. Das ist auch gerade mein Gedanke. Weil wenn ihr hier reinkommt und sagt, Jeff hat das gesagt, das kann der und der bezeugen. Oder von mir aus, Flo, wenn du hier stehst, deinem Mann stehst und sagst, er hat es gemacht, dann kann man darüber sprechen. Aber wenn du Bruchteile eines Gesprächs aufnimmst, wo du nicht mal richtig zugehört hast, tut mir leid. Das kann ich nicht akzeptieren. Das ist natürlich auch für uns jetzt blöd, ne? Weil da so geschrieben steht, wir bekommen das so gesagt. Und auf einmal heißt es ja, die zwei, die wurden wegen des ganz anderen angesprochen. Und das sind jetzt wieder so Bruchteile. Das ist ja auch schlecht für uns, weil wir kriegen das ganz anders per Nachricht gesendet. Ja, aber das ist ja dann momentan ein Problem bei euch. Wir können nur dementieren und wir sagen, das hat so eine Stadt gefunden. Ja. Ist ja auch alles gut. Weil so steht die Aussage halt ziemlich wackelig jetzt erst mal im Raum, ne? Es tut mir leid, aber du bist maskiert. Ich weiß gar nicht, was du da jetzt mitsprichst. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das hat mit der Maske nichts zu tun, Freddy. Trotzdem, ich weiß nicht mal, wer er ist. Er kann ja laut und deutlich durch die Maske sprechen. Ich verstehe ihn sehr gut. Alter, Hüftzweck. In Ordnung. Läuft dich zu. Aber dann nicht. Lass uns auch bitte und kommentiert, was er sagt. Ja, das ist ja auch. Aber wie gesagt, einen haben wir ja noch, ne? Äh, den Ivan. Ja, bitte. Ich weiß gar nicht, der ist gar nicht hier. Nein, 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 das wäre dann das andere Gespräch. Einen haben wir ja noch. Der ist ja nicht jetzt hier. Aber von dem würde ich nochmal gerne hören, was er nochmal zu sagen hat. Aber ihr habt doch gerade drei Leute eingeflogen. Hier steht einer. Die anderen beiden waren die, die sich aufgeklärt hatten. Genau, das hat sich aufgeklärt. Genau, die anderen zwei haben sich aufgeklärt. Das eine war, der eine wurde angeworben bezüglich Verkauf von Coca oder sowas. Ich war nicht dabei. Da habe ich mir auch gedacht. Das hat doch nichts mit dem Thema jetzt hier zu tun. Das ist ja, ne? Ich war auch gerade der. Absolut. Und deshalb, wenn ich das so gesendet bekomme, drei Leute sagen uns, aber es hat was mit der, mit einer unter der Hand Geldwäsche zu tun, die, ähm, von der ihr vielleicht auch gar nichts wüsstet. Da war ich mir auch so, okay, dann lassen wir die mal einfliegen. Aber wenn es jetzt hier so ist, dann hat das ja eh keinen Sinn. Wenn ich ja auch gar keinem was vorwerfe oder so. Aber besser ist es mit hier so geklärt, als dass dann im Endeffekt keiner wieder weiß, was los ist. Aber ich werde nochmal Ivan befragen, was er mir sagt. Er ist ja heute leider nicht da. Er ist ja heute leider nicht da. Dann werde ich ihn einfach mal fragen, was genau vorgefallen ist. Und, je nachdem, was er mir sagt, ich werde sowieso nochmal hier, mich einfach kontaktieren, einfach mal anrufen und sagen, was los ist. Sollte er mir das exakt so sagen, dass dann einfach gekommen ist, von eurer Seite aus, mit dem, ich sag mal, geh mal woanders hin und dann ist der Deal bei euch halt so gesehen geplatzt. Dann hat sich das erledigt. Das hat er zu mir nicht gesagt, weil ich habe ihm ja mit ihm gearbeitet. Ja, was hat er zu dir gesagt? Sag mal. Was hat er zu dir gesagt? dass es, also mit Sicherheit ernstere Konsequenzen gibt, so hat er es mir gesagt. Ja, dann will ich ihn nochmal fragen, was er... Nicht ernstere Konsequenzen, nicht sage ich mal, du kannst woanders hingehen. Also, ich würde sagen, da sprechen wir noch mit ihm. Ja, aber nicht, dass da schon wieder irgendwas nach zugedichtet wurde und wir dann wieder was komplett Falsches hier sagen. Eben, und Jeff hat ja eben relativ deutlich gesagt, was er ihm gesagt hat. Und wenn er sich dann angegriffen fühlt und interpretiert und dann auch noch wieder flüßlert, was er bei euch macht, dann würde ich sagen, müssen wir uns vielleicht nochmal unterhalten und vielleicht auch mit ihm. Genau, das würde ich auch so vorstellen. Jojo. Nee, also das wird noch aufgeklärt und dann hat sich die Sache, also mit den dreien ja hat sich das geklärt, das andere Thema. Das klären wir dann später. Sehr gut. Alles klar. Soweit ist alles offen bei uns. Ich hoffe, bei euch auch. Soweit ist alles offen, aber wir hatten natürlich jetzt eine Woche voller Risiko. Informativ an die Führung ist eine Schutzwort einmal von WhatsApp irgendeiner Woche eine Woche nicht waschen, Leute. Wurde nichts bei euch zuerst zugemacht? War da nicht irgendwas? Bitte? Wurde nichts bei euch zuerst zugemacht? Nein, natürlich nicht. Die hatten ja erst eine letzte Stimmung. Das war unsere Reaktion. Alles klar. Ich dachte schon bei euch wollte ich erst zugemacht. Und ich denke, das ist selbsterklärend, wenn ihr die Pforten zugemacht, dass wir von euch in der Zeit nichts annehmen. Weil das wäre ja doppeltes Risiko. Natürlich. Das ist logisch. Nee, ich wollte das, es war nur so lange zu, bis wir das geklärt haben. Ist wichtig. Ich meine, wir besser gewissermaßen stelle gegangen wäre. Aber nur mit Toni und Billy. Für mich in Ordnung. Ja, passt. Dann geht bitte kurz raus. Alle außer Mark und Freddy. Ist klar. Zwei sind noch da. Ja gut, die werden eigentlich dazu. Die wissen auch über ihr Bescheid. Die wissen über alles Bescheid. Dann wären wir zu viert hier. Also vier von uns, zwei von euch. Bei uns wurde eben gerade ein bisschen geforscht. Ich möchte, wie gesagt, wie du es nennst, nur etwas vermuten. Oder wir möchten vielleicht etwas vermuten, dass ihr da vielleicht ein Auge drauf habt. Kannst du auch näher rangehen, wenn du das willst. Nicht, dass das wer draußen hat. Ich bin auch noch in der Kuschel. Warte, ich komme zu dir. Entschuldigung, meine Beine sind sehr lang. Tut mir leid. Alles gut. Ich weiß nicht, ihr kennt glaube ich Jeff am besten als wir. Trotzdem, ich bin ein skeptischer Mensch. Was ich auch nicht schlimm finde. Ich glaube, jeder hat irgendwo eine gewisse Skepsis an sich. Das ist ja grundlegend auch gesund. Jetzt ist es getrompt. Das denke ich auch. Ich möchte bloß, weil ich glaube immer noch daran, dass keine Infos aus dem Nichts kommen. Klar kann man was falsch aufschnappen, aber ich weiß nicht, warum, weil ich trotzdem ein kommentisches Gefühl habe. Aber am Ende müsst ihr das wissen, wie ihr nachforscht oder was auch immer. Weil haltet mal bitte im Hinterkopf, dass die Freundin von Jeff bei der Pizzeria arbeitet. Und sie soll auch sehr hinterlistig sein. Okay. Also das, was ich habe jetzt, ich habe mit ihr vielleicht insgesamt, braucht Willi, wie viel war es, ungelogen, vielleicht acht Minuten Zeit meines Lebens bis jetzt hier verbracht. Da fand ich sie relativ höflich. Aber es kann natürlich sein, dass sie ein anderes Bild haben kann. Aber ich sage dir eins, wirklich errechnet sogar jeden Cent von ihr bei uns wenn sie Zeug haben. Du weißt aber, worauf ich das jetzt hinaus möchte. Absolut. Ich möchte es bloß erwähnt haben. Und das möchte ich bloß euch beider erzählen. Keine Ahnung. Es kann auch nicht so sein, aber es ist so ein Bauchschmerzding. Weil, wie war das, Ryan? Wie wurde die Freundin von Jeff beschrieben? Hinterlistig. Ja, hinterlistig war es. Auch dafür seht es mir nach, aber ich will für sowas immer Fakten haben. Was hat sie denn für Aktionen gebracht, das hinterlistig gewesen sein soll? Eine Person bei Jeff Hohl schlecht geredet. Okay. Es geht mir einfach darum, dass ihr ein Auge drauf habt, weil ihr wisst ganz genau, dass die Pizzeria der Gegenpart zu unseren 5% ist. Absolut. Und du weißt genau, worauf ich damit hinaus möchte. Ich habe den beiden gesagt, wenn ich einmal Gemixe bekomme, mitbekomme, dass sie mixen und zwar zwischen Pizzeria und Kartell, knallt sie. Okay. Das wollte ich bloß euch einfach mal erwähnen, weil es ist auch nur, nennen wir es mal, so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich sage dir, die wirst du nicht brauchen und wenn doch, kriege ich sie mit und dann bringe ich dir einen Tee. das denke ich aber eben auch. Ich kriege das mit, wenn bei uns was läuft. Absolut. Ich bin, glaub mir, wir sind eine Familie und das steht bei uns an allererster Stelle, Loyalität und Ehrlichkeit. Und ich sage es euch auch, wie es ist, deshalb sind wir auch eben einen Ticken später rausgekommen. Wir standen eben dort und ich habe Jeff nochmal wirklich in der kleinsten Runde gefragt, ist da was dran, das die Jungs sagen. Und er hat es mir hoch und teilig versprochen, dass es nicht ist. Er hat mit niemandem überraschen gesprochen und ich vertraue ihm. Er ist ein wirklich Langzeitmitglied der Familie und ich vertraue ihm. Er ist ein absolutes Hasselmonster und macht alles penibel, genau. Ich sage nur, Frauen können manchmal ihren Kopf verdrehen, ne? Er weiß das schon. Absolut. Und das ist auch der Grund, warum wir... Nein, alles gut, alles gut. Ich werde dem auf jeden Fall auch nachgehen. Auch so, dass er nicht unbedingt was davon mitbekommt. Und wenn da was dran ist, dann gibt es da auch... In dem Fall gibt es deutliche Konsequenzen. Ich würde mal sagen, beobachten, weil dieses Ding halt war, dass er es nicht verneint hat. Und mir kam es so ein bisschen vor, er hat immer etwas lang gebraucht, um zu antworten. Ich weiß nicht, er hätte ja ein bisschen nachdenken müssen. Jeff ist einfach nicht gut in diesen Dingen, wenn ihm auch, ich sage mal, von einem Freddy in der Runde vielleicht was vorgeworfen wird. Es kommt natürlich auch immer auf den Ton an. Jeff hat mir gesagt, und das ist vielleicht ein Thema, wo wir noch mal ein bisschen über die Höflichkeit sprechen. Er ist nicht unser Handlanger. Zu keiner Zeit. Jeff steht offen, was er hier bei uns tut und wie er arbeitet. Und er macht sehr viel. Und wir haben keine Handlanger in der Familie. Da würde ich auf eure Wortwahl bitte ein bisschen appellieren. Wir haben auch keine Mitarbeiter. Wir haben Familienmitglieder und stehen für jeden einen. Und wenn er Scheiße baut, dann kriege ich das mit. Alles, ne? Und dann gibt es auch entsprechende Konsequenzen. Das verspreche ich euch hier in dem Raum. Ja, das ist also anzweifelig. Und jetzt gehen wir bloß um, dass du vielleicht ihr dann auch drauf habt. Alles gut. Aber es ist halt nochmal, nicht Anführungsstrichen, nicht die Böse, aber es ist halt die Konkurrenz am Ende. Und ich sage, wir wissen ja beide, dass die Pizzerien direkt zu Waschmaschinen hat. Und das war der Verstand. Sie wurde sehr auf sich zusammenspielen können. Wie gesagt. Ja, aber es geht mal das stellen. Ich will es nur vermuten. Man weiß es nicht. Ich will da, werde dort auf jeden Fall aktiv ein Auge draufwerfen. Eins habe ich ja noch. Und ich sage euch, was es gibt. Passt bei Jenny auf. Eigentlich müsstet ihr die Story von uns wissen. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Mhm. Wollt ihr uns mal komplett erklären aus eurer Sicht, was da gelaufen ist? Weil ich kenne Story und die ist wirklich wild und da steht ihr nicht gut da. Ich will da erzählen. Also ich weiß nicht, was bei einer illegalen, sage ich mal, Familie schlechter dastehen kann, als wenn einer die Polizei reinschleppt und verdient uns das Lagerlehrer und für die Polizei. Ich weiß nicht, wie schlecht man dastehen kann, dass das nicht das Schlechteste ist. Hand aufs Herz. Wollte sie zu euch? Schon lange. Sicher? Ja. Ja, da kann auch Oli was dazu sagen und andere, die mit ihr viel Kontakt haben. Das ist ja schon, die war schon gefühlt in unserer Familie, bevor sie bei uns war. Und ist das eure Art, Mitglieder zu rekrutieren im Kleiderladen und sie dann auf der Schulter mit zum Juwel zu nehmen? Ich muss sagen, das war Wendern vielleicht die Art von manchen Leuten hier, die auf jeden Fall nicht für die Art sind. Ich muss das... Guck mal, es war so. Sie wurde tausendmal davor gefragt, also sie wurde schon mal davor gefragt, ob sie sich sicher ist, dass sie zu uns fällt. Dann hat sie gesagt, sie muss noch ein paar Sachen klären. Okay, alles gut. Dann haben wir sie nochmal gefragt und dann wurde gesagt, ja, es ist egal wann und so, ihr Herz sagt 1 zu 7 und wir haben sie halt gefragt, ob es egal ist wann. Und die Antwort war halt ja. Dann dachten wir, wir überraschen sie. Das war eigentlich einfach so als Freundschaft was was Gutes. Aber es ist ja anders raus, kristallisiert dann. Darf ich dazu sagen? Also du willst mir sagen, es gab an diesem Abend, du willst mir sagen, es gab an diesem Abend ihrerseits keine Gegenwehr für die Einstellung und zu den Jugendlichen. Sie war ein bisschen überfordert vielleicht, aber sie hat davor mir zehnmal bestätigt, dass sie zu uns will und das ist egal, wann. Und wenn mir das so gesagt wird, dann frag ich keine 50 Mal nach. Ja, sowieso nicht. Weil darf ich dazu sagen, wenn sie natürlich Nein gesagt hätte und gesagt hätte, sie möchte doch nicht rekrutiert werden oder was auch immer. Warum sollten wir jemanden einstellen, der das nicht will? Was wird es uns bringen? Das verstehe ich halt nicht. Weil sie hätte jederzeit zu uns kommen können und sagen können, ich will das ja eigentlich gar nicht. Hätte sie jederzeit machen können. Das, was sie gemacht hat, war dann aber uns im Rücken gefallen. Sie hat ja noch bei uns eingestellt, das stimmt. Sie wäre ja noch länger bei uns, sie hätte ja gehen können, wenn sie ihnen jetzt nicht taugt hätte. Sie hätte sich gar keinen Bock gehabt und so, der hätte sich die Schüssel auf den Tisch legen lassen können, wäre es mal Arbeitsamt gegangen. Würde ich aber halt nicht verstehen, wieso man das so lange zieht und immer sagt, ja Familie, die, das und dann fragt man zehnmal und das heißt, ja doch, es ist auch egal wann und dann wird man halt überrascht, ist man halt vielleicht ein bisschen gegen die Wand gefahren worden, aber es ist ja im einen guten Sinne eigentlich, ist ja nichts Schlechtes. Das war ja kein Zwang. Ja, eben. Du hast sie mehrmals gefragt, ob sie will. Ja, davor. Welchen Mehrwert hast du in ihr gesehen, dass sie sie unbedingt haben, wird es, wenn du so oft fragst. Weiß ich schon lange und schon öfters, was für uns getan hat, schon früher. Na, und vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, warum sie bei uns ist. Sie hat gute Seiten an sich, glaubt mir das und vor allen Dingen ihr zukünftiger Mann hat gute Seiten, der ist auch bei uns. Schüsse. Leute. Können wir wahrscheinlich nicht. Das stimmt. Alles gut. Dann waren wir, wie gesagt, du kannst von mir sagen, dass sie auch gute Seiten an sich hat, aber für mich hat sie komplett einfach das Gesicht verloren. Sie hat die Polizei, wie sie es damals nannte, in eine Familie reingeschleust und hat mit denen das Lager leergeräumt. Toni, das kann man nicht schön reden. Und wie lange es sie mit unseren Leuten befreundet war. Und das war der komplette, das war nicht mal nur der Stich in den Rücken, das war, keine Ahnung, der Kopfverdreher. Seit ihrem ersten Tag. Ich war die erste Person, die sie überhaupt auf der Insel kannte. Und dann sah eine Person dann Loyalität zum Sprechen. Das kann man nicht mehr. Nee, ganz ehrlich, Dann kommt an einem Tag, werde ich wach. Ich sehe nur bestimmt an die zwölf Suburbans am Gelände Sperrzone. Ich fahre da hin. Da war alles, aber niemand, den man Jenny nennen konnte. Und komischerweise, wenn man dann im Nachhinein geschaut hat, war sie dann, nachdem sie das Lager leergeräumt hat von uns, auf einmal weg. Weil das habt ihr sicher auch, dass ihr so eine schöne Angestelltenliste habt. Und für mich ist halt dann auch der Fall klar, wenn sie Leute kennt, die sie so lange kennt, seit Anfang an, und die verrät, dann verrät sie jeden. Also ist halt auch genau so meine Meinung. Aber sie hat mit der Polizei gearbeitet, also ihr müsst das wissen. Also ja, ich sag mal, wenn wir, also wenn ich sehe, dass wer einmal schon bei der Polizei für gearbeitet hat und jemandem in den Rücken gefallen ist, wenn ich das schon weiß, direkt weg. Aber direkt. Das kann man nicht mehr reinmachen. Wenn einer von euch zu mir kommt, wenn du es Toni und sagen wolltest, der hat bei uns das und das gemacht, Lager leer gemacht, wir sagen ja nicht ohne Grund zueinander, meistens, wenn der Werke blattoutet wurde oder so. Wir sagen uns ja nicht ohne Grund untereinander. Wenn du zu mir sagen wolltest, dann gebe ich da was auf das Wort. Du musst auch wissen, die hat mit der Polizei gearbeitet. Die hat, die war da drin. Die hat sie reingelassen, hat ihnen das Lager aufgemacht. Also das finde ich halt eine Nummer. Ich kann der nicht mal ins Gesicht gucken. Sag ich dir, wie es ist. Persona-Aktion. In so einer, sag ich mal, und ihr seid genauso, sag ich mal, unreine Jacken wie wir. Also wir machen alle nichts. Selbstverständlich. Aber das wirst du am Ende wie gesagt ihr wissen, aber finde ich halt, finde ich schon eine Ausnummer. Nichtsdestotrotz, man kann das, was da passiert ist, keinesfalls gut heißen, aber ich würde euch bitten, unter Freunden, lasst sie in Ruhe, gebt ihr keine blöden Sprüche. Nee, ich lade, ich gebe dir keine blöden Sprüche, ich werde bloß mit dir kein Wort sprechen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich hoffe bloß, sie macht nicht dieselbe Erfahrung. Sie hat einen Blutschwur geleistet, sie wird sicherlich wissen, was das heißt. Ja, Blutschwur. Sie hätte bei uns, sie hätte bei uns jederzeit kündigen können, hätte es ihr nicht gefallen, aber das, was sie gemacht hat, war unnötig die Polizei auf uns setzen. Das verstehe ich bis heute nicht. Warum? Was haben wir ihr so getan? Niemand hat ihr was getan. Die Geschichte, dass sie, naja, auf erzwungene Art und Weise irgendwie... Sie wurde nicht gezwungen. Sie wurde nicht gezwungen. Das haben wir schon so oft durch das Thema. Ich hätte dauerhaft das beenden können. Ja. Wäre sie gezwungen... Schau mal... Wenn sie gezwungen wird, räume ich nicht gleich das Lager aus von Freunden. Weißt du, wie ich meine? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Auch wenn ich gezwungen werde, werde ich nicht gleich so ein Reihenfolgen. Die waren doch alles schon befreundet. Sie kannten sich schon alle. Wurde sie eingestellt, sie wurde mehrmals auch gefragt, will sie das? Will sie zu 1 zu 7? Sie sagt, ihr Herz schlägt dafür. Dann wird sie eingestellt, dann kann sie nicht sagen, es wird gezwungen, wenn sie das selber will. Das geht auch nicht. Sie kann doch nicht sagen, es wird gezwungen. Und außerdem, wenn sie es nicht gewollt hätte, hätte sie jederzeit sagen können, ich will das nicht, ich will hier nicht hin und hätte einfach sagen können, ich kündige jetzt. Das hätte sie jederzeit machen können. Dann gehst du nicht hin und da ist das Lager aus mit der Koperei. Also das ist... Also das ist Ausrede zu nehmen. Sie wurde gezwungen, ist schon eine ganz harte Ausrede. Die Aunz-Brüder haben es lehrgebracht. Das ist eine Sache. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist eine Sache. Das war es mit Schmutz. Aber das mit der Polizei zu durchzuziehen, das ist für mich komplett gesichtslos. Gut, wiederum meine Meinung. Ich hätte niemals einen Ex-Marshal bei uns reingeholt, aber das ist eine andere Sache. Ja, absolut. Wir haben mit diesen Leuten brutal gute Erfahrungen gemacht. Nimm dir das Beispiel Mason Walker. Er war kein Marshal, aber ein guter Kopf. Und der ist ein umso besserer Karteller. Ja, aber der hat auch nicht eine Vorgeschichte und jemand anderes das Lagerlehr geräumt. Und darum geht es mir. Darum geht es, ja. Das ist richtig. Das ist was anderes. Man kann immer mit Leuten eine gute Erfahrung machen, dass es faktisch mit Jenny genauso werden könnte. Ich bin halt einer, ich würde, nur bei meiner Leiche würde ich einen Ex-Cope oder so einstellen. Das ist eine andere Sache. Das ist ja auch völlig... mit der Vorgeschichte, dass sie halt so was gerissen hat gegen eure Geschäftspartner ist halt schon krass. Absolut. Ich habe es für so ein... Also glaubt mir, wir waren auch nicht einstimmig in der Führung. Aber letztendlich habe ich den Hut auf. Und ich habe mich dafür entschieden, ihr die Chance zu geben. Und ich würde euch als Freunde, nicht nur als Geschäftspartner, sondern als Freunde bitten, das so zu akzeptieren. Wir geben ihr die Chance. Und ich denke, sie weiß sehr zu schätzen, dass sie diese Chance bekommen hat. Und so wie ihr zukünftiger. Ist ja nicht unser Ding. Wir müssen ja nicht mit ihr reden. Am Ende müsst ihr das wissen. Genau so ist es. Aber wir dachten auch, dass sie die Chance bei uns zu schätzen weiß anscheinend. Auch das haben wir definitiv unter... Und ich sage mal nicht unter Kontrolle, aber unter starker Beobachtung. Sie sind ja auch erst seit einer Woche da. Ich meine ja nur. Passt auf. Definitiv. Ist doch... Ist ein guter Rat unter Freunden. Und ich weiß sie zu schätzen. Aber wenn wir schon dabei sind, dann hau ihr bitte mal das aus dem Kopf, dass sie für irgendwas gezogen wurde von uns. Weil das ist komplett der Humbug. Weil da stehen wir auch scheiße da. Wir zwingen niemanden zu uns zu kommen. Niemanden. Warum sollten wir... Ich werde nochmal mit dir sprechen und ich würde auch sie bitten, einfach das Thema Vergangenheit bei 1.07 komplett wortlos in Zukunft zu halten. Ich sage mal, warum sollten wir jemanden zwingen und den Schlüssel fürs Tor für den Haus und für den Keller geben? Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Ne, weiß ich auch nicht. Vor allem, ich verstehe es halt trotzdem nicht. Es wurde eingestellt und war, blieb ihr dann bei uns. Wir waren im Garten. Dann wurde Einführung. Das ist ja nicht dann gegangen. Sie hätte auch dann gehen können, jetzt blöd gesagt. Sie hätte auch sagen können, ich habe auch Schmerzen. Ich möchte da auch nicht. Sie hätte alles machen können, so wie ich es verstanden habe. Aber ist jetzt auch egal. Sie soll nur nicht die ganze Zeit darüber reden, dass sie zu irgendwas gezwungen wird, weil das ist einfach falsch. Das ist falsch von ihrer Seite aus. Da wolltest du auch keinen zwingen und sagen unten in der Zelle, PD hier vermehrt, komm mal her und gib rückst mit Schlüssel in die Hand für die illegalsten Keller, den es gibt, so mäßig. Weißt du, ich meine, das macht doch gar keinen Sinn. Ich zwinge auch keine illegale Sachen zu machen, wenn er damit ist. Ich werde damit ihr drüber sprechen. Lasst uns versuchen, irgendwo einfach zukünftig Wortlos damit abgeschlossen zu haben. Wir werden ihr die Chance geben und sie wird sie nutzen. Und ich stehe auch an der Stelle. Aber eins sage ich dir, das sage ich dir auch ganz ehrlich. Das können die anderen machen, wie sie wollen. Ich wasche dir keinen Zempf. Das ist für mich völlig in Ordnung. Sie wird auch niemals geschäftlich zu euch kommen. Das ist auch in Ordnung. Also wenn, kauft ihr das für sie mit, aber ich werde ihr direkt nichts verkaufen. Also ich werde ihr nicht mehr bei mir in der Nähe vom Gelände sehen. Sie wird nicht zu euch kommen. Ist ja alles geklärt. Wir haben ja gesagt, wir müssen mit ihr nicht reden. Kann die machen, kann gar nichts. Ihr arbeitet hier und gut ist. Wir gehen getrennte Wege. Uns geht es ja auch nichts an, dass ihr hier arbeitet. Soll sie machen. Ist ja nicht unser Ding. Ich war ja auch nicht geschäftlich. Das war am Ende so. Genau. Es ist ja nicht geschäftlich mit uns zusammen. Ist ja so. Absolut. Man muss auch nicht jeden mögen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Gibt es in euren Reihen noch jemanden, der mit ihr gut ist? Ich glaube nicht. Haben wir einen? Ich glaube nicht. Ich könnte, ich wüsste jetzt keinen. Das ist auch absolut nachvollziehbar, Ryan, gerade weil du auch scheinbar extrem betroffen warst, weil du dabei warst auch. Das ist auch wieder mein Mep. Ein abgefuckter Moment gewesen sein, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe noch 200.000 Mep von mir, die dann durch sie verloren gegangen sind. Und ich durfte nicht eure Gutschrift da. Das ist eigentlich schon erledigt. Na, irgendwie für die damals, für das Mep, was da zwei Monate auf sich warten lassen hat oder so. Wolltet ihr denn nicht irgendwas aushandeln? Hatte ich gesagt, wollte ich mit Ryan nochmal drüber sprechen. Ja, können wir gerne nochmal machen. Sag ich ganz ehrlich, ist bei mir mittlerweile ein Vergessener, können wir aber sehr gerne drüber sprechen. Bin ich offen für, lag auch mit an mir. Habe ich auch von Anfang an eingeräumt, lag mit an mir, dass es nicht weggekommen ist. War es schon. Gut, dann hätten wir das gekleid. Gut, dann machen wir es jetzt offiziell. Also ist alles gut. Wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr genauso zu uns kommen. Das ist klar, ne? Also. Immer. Nicht, dass es so mäßig wird. Meistens kommen wir irgendwie zu euch, aber wenn wir etwas hören, dann müssen wir halt drüber sprechen. Weil ich will auch nicht über Telefon oder so oder über Handy schreiben. Ja, will ich auch nicht. Persönliche Gespräche ist sowieso das Beste und am besten auch immer mit den Personen, die es betrifft in einem Raum. Ich hätte maximal noch ein Anliegen. Bei uns gab es in letzter Zeit auch ein bisschen Veränderungen, wie ihr jetzt auch eben mit Jenny mitbekommen habt. Vielleicht macht es Sinn, dass wir nochmal unsere Mitarbeiterlisten austauschen und aktualisieren. Das können wir ja. Mach ich vielleicht mit einem dann auch direkt wieder, ne? Ja, wir haben jetzt auch ziemlich viele neue auch dabei, ne? Das ist das Ding. Genau, wir haben jetzt auch ziemlich viel neu eingestellt. Okay, ja, dann macht es an der Stelle auf jeden Fall Sinn. Ja, das machen wir so. Gut, dann machen wir das. Alles klar. Dann möchte ich schon nochmal sagen, die Leute, die jetzt damit involviert waren oder irgendwas, das ist trotzdem noch wirklich darum, leicht behandelt zu werden. Ja, selbstverständlich alles gut. Ich meine, bei denen Leute, wo es scheinbar ein Missverständnis war, ist für mich in Ordnung. Ich denke, dass wir hier im Raum alle damit einverstanden sind, dass wir das, was Gambino gesagt hat, nicht für wahrnehmen. Ja. Wenn ich das so sagen darf. Also wer für mich was mitbekommen hat, hat es für mich mitbekommen und hat auch zugehört und nicht nur lückenhaft irgendwas nebenbei mitbekommen. Keine Ahnung. Vor allem ging es auch noch am Healy-Pad. Hat er das auch noch ganz anders erzählt bezüglich dem unter der Hand. Das habe ich ja mitbekommen. Du, meint dir, es könnte vielleicht sein, dass er Angst hat? Hat er vielleicht Angst? Ja, ich werde nochmal fragen, wenn wir wegfahren. Ich räume das gerade ein bisschen zu viel. Ich sage mal, wir haben ja öfter so eine ernste Diskussion oder Situation aber. Also wir, sag ich mal, jetzt von der Chef im Geschäftsführung. Vielleicht hat er ja Angst, dass wir ihm jetzt auch irgendwas tun oder so, nur weil er hier was aussagt. Das ist ja... Mein Gott, was ist er denn tun? Nein, das wäre jetzt die Möglichkeit der Wahrheit gewesen, weil ich sage es euch ganz ehrlich, wenn sowas bei uns läuft, will ich der Erste sein, der sowas auch weiß. Ja. Und ich denke, das ist nachvollziehbar und noch was anderes zu den Dino. Er war für mich in der Bikertriegzeit mit der loyalste Balkan neben Lorenzo. Auf dem Weg. Und wir haben eine gewisse Vorgeschichte. Und auch das könnte ihn eben eventuell eingeschüchtert haben. Ich glaube mir, er ist am meisten gelaufen. Ich würde mal fragen. Ist der Mario, ist er da noch drei Leute platt im Eifert? Das ist ja da ein bisschen zittrig geworden. Ich will wissen und sowas bei uns im Teil. Er steht oben am Observatorium. Ich möchte gerne noch mal mit Ihnen, nicht, dass er da eben weiche Knie bekommen hat, weil auch Jeff selber da war, weil ich dort saß und alle, die ihn in letzter Zeit sowieso mal gebrot haben. Wie gesagt, er ist jetzt ein vollwertiges Mitglied von euch. Er trägt eure Weste. Wir haben kein Problem mit ihm. Wir sind ja mittlerweile mit den Bikern auch in Ordnung. Keine Geschäftsverhältnisse. Aber wir sind mit denen cool. Alles in Ordnung. Und vor allen Dingen mit ihm, weil er war mit einer derjenigen, mit dem man überhaupt sprechen konnte, weil man sich gut war. Trotzdem, wie gesagt, du bekommst die Mitarbeiterliste, da würde ich ruhig sagen, Ryan, dass du mit reinschreibst, wenn er auf Probezeit, also wenn neu ist. Gut, ihr seht ja eher, welche Namen neu bei uns sind. Ja, mit meinem MyBuff, oder Mario? Die kriegt ja eh auch unsere Hände. Ja, ja, meistens. Das hört aber hoch. Prozent der Leute wieder aus. Tja, du forst mit dem MyBuff, oder? Ich blick'n Heli drauf. Ah ja, da war ja was. Ja. So genau, so schreit euch den Platz. Bei Bikern brauchen wir keine, weil die wissen genau, was wir machen, Sag ich mal. Ja, okay. Wir haben ja sowieso Leute, die wissen, was wir machen, aber. Ja, aber dann musst du irgendjemand den MyBuff vom Observatorio wieder mitnehmen. Hast du das auch von den fünf Leuten, sind halt zwei übergeblieben. So, nimmst du jetzt hier jemanden mit im MyBuff, oder? dieser Jason Mike, war der jetzt eben dabei? Oder wie heißt der? Jason Miller Mike? Miller. Miller. War der jetzt eben bei denen dabei, die sich aufgekehrt haben? der war der mal im MyBuff, um Observatorio noch später holen. Wisst ihr, dass du auch ein Biker hast? Ja, Ich glaube, wir haben drei Biker bei uns. Doch, doch, das ist auch ein Biker gewesen. Ach so, okay. Es sind drei Biker zu uns gekommen, deswegen sind es glaube ich sieben oder neue Leute. Okay, alles gut. Ich frage mich auch, warum die jetzt alle zu uns kommen. Auf einmal, so auf einen Schlag, zack, waren noch drei Biker. Thomas. Das hat mich eben auch ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Weiß Lorenzo schon davon? Ja, ja, natürlich. Das wurde alles besprochen vorher. Wir haben jetzt ja geguckt, dass da nichts passiert. Die können sich auch an alles erinnern, ja? Ja, ja, wir haben geguckt, dass da nichts passiert. Davon wollten wir schon sorgen, dass sie dann sich ja noch erinnern können, weil wenn, wollen die Biker genauso was von uns, sage ich mal, wie von euch vielleicht oder was auch immer. Dann brauchen sie nicht mehr sowas. Aber ihr wollt mir, wollt ihr mir wirklich sagen, Lorenzo hat sie einfach ziehen lassen? Anscheinend. Vielleicht hat der Angst vor uns, keine Ahnung. Habt ihr ihn eingeschüchtert? Ich war nicht dabei. Wir, also wir waren, also ich muss nur sagen, wir standen mit Maybachs bereits heute was schief laufen, aber wir haben nichts gesagt. Wir waren nur da, sollte irgendwie etwas schief laufen. Aber ich weiß ja nie. Versprecht mir, versprecht mir und ich glaube, das kann ich sowieso schon selbst ausschließen, aber sollte das mal bei uns der Fall sein, geht der hier nicht ohne Kugel raus. Da können auch 15 Maybach vor der Tür stehen. Naja. Ich glaube, das wäre bei uns vielleicht nicht anders. Ja, absolut nicht. Und, also ich sag mal so, bei uns gibt es auch deutlich mehr Geschäftsgeheimnisse als bei den Bikern. Muss man auch einfach so sagen. Wir haben Geschäftsgeheimnisse? Wir. Also die eben nicht. Die eben halt nicht. Und da kannst du, glaube ich, gut und gern mal drauf verzichten, sowas zu machen. Lorenzo sagt es ja selbst. Es ist ein Biker-Club. Es war ja bei Kami genau nichts anderes bei uns. Es war auch ein reiner. Ja, absolut. Aber bei Kami, bei Kami hat ja sich das scheinbar irgendwo bewahrheitet, was bei uns damals gelaufen ist. Die hat am Flughafen auch von 15 Kugeln bekommen. Nein, nicht mal bewahrheitet. Bei uns war es einfach irgendwann das Interesse hat anscheinend von ihrer Seite gefehlt. Es war gar nicht so. Wusste sie zu viel oder was? Die wusste, ne, wir wussten ja damals, was, sag ich mal, sie über euch erzählt hat. Ja. Und dann werden wir ja wohl nicht den, sag ich mal, eingehen und das Gleiche. Absolut. Die Möglichkeit offen lassen, das Gleiche über uns zu tun. Siehst du, und an der Stelle versuche ich einfach, in Jenny das Gute zu sehen. Sie wird das nicht machen. Ich hoffe es, wie gesagt. Kann man nicht mit vergleichen, ist Apfel mit Birnen, aber ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf. Werbung wäre nur noch per E-Mail oder kann man auch persönlich einschreiben? dass wir sie als euer Mitglied oder Familienmitglied respektieren, aber halt als Person, wie sie war, missachten. Ist für mich auch völlig in Ordnung und wird auch für sie in Ordnung sein. Was mir ein Anliegen ist, dass ihr sie einfach ignoriert. Vielleicht ist das für sie auch mehr strafbar, als ein Spruch zu kassieren, oder ignoriert sie. Also ich dachte eigentlich, das machen die anderen schon die ganze Zeit, oder was auch immer sie machen, aber ich, ja, gehört dann jeden Fall. Also ich habe jetzt bis jetzt nichts in ihrer Richtung irgendwie gehört. Ich meine, ihr seid häufig vertreten am Hauptplatz, wir sind häufig vertreten am Hauptplatz, gerade auch sie hat Präsenz am Hauptplatz. Ich will einfach vermeiden, dass dort Eindrücke entstehen, dass wir uns untereinander nicht gutheißen. Ja, das passt. Gut. Sehr gut, okay. Dann hat sich alles erledigt, denke ich mal vor heute. also Geschäfte natürlich, ist alles wieder gut, wenn was ist, dann kommt der aber auch zu uns. Sehr gut, ja, sowieso. Sehr gut. Alles klar. Brotmänner. Gut. So, ich bin müde. Oh ja. Da muss man ins Bett, Sandmann läuft bald. Ryan, wir sprechen bitte dann nochmal unter vier Augen, was deine Verluste anbelangt. Lass uns das nicht mal jetzt nicht auf die lange Bank schieben. Äh, ja, ja, kann man machen. Weißt du, du bist kein Geringverdiener und das ist nicht nötig, aber wir kommen unserer Schuld da schon nach. Immer diese Zuntüren, unglaublich. Wir sind immer eingeschlossen. Immer. Einfach feste, feste, feste Gegenglopfen. Ich bin froh, dass ihr mein Keller nicht mehr aufmacht. Du hast einfach nur zu Hause keine Türen. Alles klar. Gut. Dann wünschen wir euch nochmal. Sehr gut. Ich auch. Wir lassen uns aus. Danke. Das ist ja hier nicht schon wieder weg. Jeff und Steffi. Okay. Habt ihr nochmal eine Sekunde für mich? Selbstverständlich. Mal kurz mit. Dann auch gern Tony mit. Kann man damit haben möchte. Jawohl. Ich will es kurz fassen. Gerade eher an dich, Jeff. Es war überhaupt in keiner Weise persönlich wichtig, den Tag da vielleicht angefahren habe, aber ich glaube, du hast sehr gemerkt, dass das sehr viel Unmut in dir aufgetreten hat. Nicht, dass du das irgendwie persönlich oder sonstiges nimmst. Allein alles gut, wie gesagt. Ich habe einfach nicht verstanden. Ich kann auch ganz anders. Ich kann auch ganz anders. Ich glaube, jeder kann auch ganz anders. Trotzdem will ich dir das jetzt einmal sagen, dass das natürlich nicht beabsichtigt auf dich persönlich oder sonstiges war. Alles okay. Passt. Und für dich natürlich genauso, Steffen, weil du musst da auch dazu kommen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich zu dir gesagt habe. Ja, ist okay. Gilt für dich natürlich auch. Das gehört sich so. Das ist okay nicht, dass du willst, dass sich das so gehört. Das ist auch eine feine Geste. Wissen wir zu schätzen. Alles gut. Bitte wünsche mir euch noch einen schönen Tag. Euch auch. Danke. Schönen Tag noch. Danke euch. Für die Zeit. Perfekt. Wenn was ist, meldet euch. Jungs. Dito. Ciao, ciao. Wo stehen wir? Ah, da. Keine Ahnung, habe ich immer selber gesucht. Was ist er? Ich bin nach Haus gestiegen, ich habe es nicht mal gesehen. Rattelfahrer. Ich glaube, die fahren hier öfters durch. Tatsächlich. Ja, ich auch. Schmeißt du mich irgendwo einfach raus? Ach, Ryan ist einer. Also du gehst jetzt schon schlafen, ne? Fünzt der Sinn. Positiv. Ja. Guck mal, was macht der hier? Guck mal. Ciao. Tschüss. Der steht einfach im Baum. Ja, ja, der hat gerade Spaß dran. Bist du denn auf Montage, ne? Äh, ne, heute mal morgen, ja. Ja, ja, deshalb gehst du heute schon etwas früher. Ne, eigentlich nicht deswegen, aber ich war halt im Urlaub, bin heute erst aus dem Urlaub gekommen, bin ziemlich fertig von der Preise. Wo warst du denn schön? Wo warst du im Urlaub? Vor kurz. Ja, da. Er hat seinen Brief bekommen. Ach, deshalb hatten wir so viele Briefe im Haus, aber ich habe die nicht aufgemacht. Stand irgendwas, Finanzamt stand ganz fett drauf. Ich habe es einfach liegen gelassen. Also, wir haben so einen Kurzurlaub gemacht, weißt du, wir waren in Leipzig so und sind durch ganz Leipzig gerannt. Und so, weißt du, alles angeschaut. Okay. Das kann halt auch schon sehr anstrengend sein. Ja, ja. Laufen oder in Leipzig? Schöne Stadt. Das ist Laufen dazu, wenn du halt den ganzen Tag die Sachen anguckst und so. Ja, es ist dort hingelaufen, es ist gleich geflogen. Und man darf nicht vergessen, ne? Es war halt auch, äh, es war auch nicht kalt, sag ich mal, ne? Es war sehr, sehr warm. Bisschen. Das ist mal so ein Mass. Es ist ein bisschen warm gewesen. Bisschen geschwitzt. Bisschen schwitzig. Also, darf ich euch das mal sagen? Trotzdem, dieser Maskentyp ist mir richtig offen, sagt, ich muss dir einmal den Spruch drücken, dass er doch bitte ruhig sein soll, wenn er eine Maske trägt, wenn er sich nicht mal zeigen will. Also Entschuldigung auch. Naja, das ist so eine, ich dachte, ich baue so eine Sache aus Respekt, man kann sich schon mal zeigen, so. Weiß nicht. Aber wir waren ja in einem Raum, wer sollte das bitte sein? Ich weiß nicht. Irgend so ein Typ, der sich, weißt was, ich glaube, das ist so ein richtiger, ich bin ein Ghost, guck mich an, uh, keiner weiß, wer ich bin. Ich schütze meine Identität für uns. Uh. Also, ich kann es mir nicht einschätzen, aber ich finde es halt, ich bin ein Geist, der hat seine eigene Todesanzeige. Also, ich bin es als Skoktos gegenüber. Also, ich fand es cringe. Alles offengeregt wird. Gute Nacht. Nein, aber ob alles offengeregt wird, zwischen Geschäftspartnern, dann einen mit hinzustellen, der dann krassiert, das so mit dem, sag ich mal, ne? So, wisst ihr, was ich meine? Ja, nee, so eine Sache aus Respekt, dass man so ein Gesicht zeigt, ich bin mir so, vor allem bei Geschäftsgesprächen, und das ist halt so, also, ich fand es ein bisschen cringe, muss ich sagen, ist so richtig, ich dachte, ich bin auf so einer Furry-Convention oder so. Ich habe Freitag aufgeschrieben, jetzt war es im Gespräch. Ich ziehe mich einfach als Clown an, und dann komme ich als Clown vorbei, wenn du das jetzt. Nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal gehen wir als Clowns da halt. Wir gehen einfach alle mit Masken, unsere Identität müssen wir schützen. Ich fand das, und ich sag mal, was war denn, was ist, was ist Mason mittlerweile, ist der Fields oder was? Ne, eins drunter, das ist sowas wie ein Kaufer. Also, muss ich noch was hören, aber dieser Name, weil wir, wir waren dann erst schon noch vergessen, den Namen von dem Typ. Er hat doch einen Namen genannt hier, das übrigens, und dann einen Namen gesagt, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Wen? Von diesem Masken, den hat er doch ganz kurz, das einmal zu euch vorgestellt, mit dem Namen. Ja, das ist ja nicht mal sein, das ist ja nicht mal sein, sein richtiger Name, das ist ja einfach nur, so ein Deckname halt. Ja, so wie Ghost oder sowas, oder Delta oder irgendwie. Alter, ich geh auch nichts von denen, und sag, nenn mich Löwe. Wir gehen nächstes Mal alle mit Klarungsmasten, wegen Identitätsschutz. Ich mach's schein. Wir ziehen uns so Tiermasken auch. Ich hätte dir mal vor, Bruder, wir wollen das auch mal, wenn wir da haben, was wir können Polizisten da hinstellen. das ist, ja. Ich schwöre. Das ist Sumsebiene, Alter. Also, ich schwöre, den Typ einfach entführen, um die Maske zu nehmen. Oder hätten wir auch ganz schön viel Stress, ne? Ich würde schon gerne wissen, wer das ist. Ja, weiß ich auch nicht. Gut Jungs, ich wünsche euch was für Spaß. Es muss ja jemand sein, sag ich mal, der ein bisschen am Kartell was zu sagen hat, ne? Er muss was zu sagen haben, das wäre ja halt nicht, äh, gestanden. Äh, völlig, du weißt ja, was ich jetzt gleich noch mache, ne? Guck, dass ich da was... Reparier die Klospülung im Kartell, wenn's mal wieder steckt. Ähm, Marek. Ach ja, stimmt. Pass auf dich auf. Aber das mit Jenny finde ich schon krass, ne? Ja. Wieso wird das Thema überhaupt wieder aufkommen? Ich hab leider... Ich hab dir so immer unsere Scheisse erzählt. Tschüss. Ich weiß dir, wenn's hart auf hart kommt, hol ich Olli, weil Olli war dabei. Nein, das Ding ist einfach für mich, dass sie einfach, wir sagen denen warum und wieso, weshalb und es wird aber drauf geschissen, wir geben eine Chance, weißt du, weißt du, weißt du, was der Witz ist, die geben ja auch eine Chance, der jemanden verraten hat, unter anderem, den sie seit dem ersten, jeden Tag kennt. Und wenn so jemanden verraten wird, dann werden alle verraten. Ja, wahrscheinlich. Räuft das Gespräch jetzt eigentlich noch? Nö, vielleicht wird's ja glücklich, da trotzdem hätte ich nicht mit dir sprechen. Das war wie Pizzeria, wir lügen nicht, das ist so meine Ehre. Ist irgendwas mal rausgekommen? Ja, und dann am Ende alles mehr gelungen hat. Das Einzige, was da rausgekommen ist, ist, dass es Sachen gab, die nicht richtig waren, die sich als Unwahrheit ein bisschen rausgestellt haben und das andere ist, dass wir jetzt auch Ivan hätten, Ivan wäre unser Kronzeuge, da müssen wir nochmal befragen und dann nochmal hinfahren und schauen, dass wir da nochmal drüber reden. Also derzeit ist auch alles offen. Wir haben wieder alles aufgemacht und bei denen ist auch wieder alles offen. Also Geschäftsbeziehung ist quasi wie vorhin. Ich denke mal ab sofort und dann werden wir uns schon mehr melden, wenn was ist. Gut, Jungs. Gut. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss, mein Süßer. Ja, schlaft gut. Ich gehe dann jetzt auch mal ins Lager lehrräumen und dann kriege ich dann schon eine zweite Chance von euch. Vergiss den Müll einmal nicht. Tschüss. Dann kommst du dann wieder zum Kartell hin. Vielleicht nimmt ihn das Kartell dann auch wieder. Was ist mit dem Kartell? Wenn der Slug ausräumt, kann er dann auch wieder zum Kartell. Die nehmen ihn ja vielleicht wieder. Achso, ja. Hat das Kartell dann, wenn man dann nah dran ist, oder? Fischi, wo wirst du denn jetzt hin? Loyalität ist wichtig. Wollt umgehen. Sie verrät Leute, die sich ja da gar nichts kennt, aber Loyalität ist wichtig. Also ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, weil das die, also was ich das Gefühl habe, sobald sie dort keinen Bock mehr drauf hat auf die Leute. Vielleicht so, weißt du, so einen Monat oder ein paar Wochen. Irgendwann hat sie keinen Bock mehr drauf und dann denkst du so, jetzt hab ich schon irgendwie Bock hier scheiße zu bauen. Ach komm, lass mal mit Polizei zusammenarbeiten und schauen wir mal, was noch mal passiert. Das Ding ist halt eben, wenn du jemanden verrätst, den du seit Tag 1 kennst, dann verrät, wird sie jeden anderen auch verkaufen. Ist so, ja. Ist so. Ich hätte sie nie eingestellt. Ich hab immer, ich hab immer so, weißt du, was witzig wäre? Wenn sie irgendwann Sachen in ihrem Haus einlagert. Den Schlüssel hab ich noch. Hast du Schlüssel von dem Haus? Ja. Lass uns da einfach mal, einfach mal die Sofa gehen. Lass dort mal reingehen, ja? Jetzt nur auf dem Sofa sitzen. Nee, lass dort reingehen und einfach die ganzen Sachen. Aber jetzt rum zu Haus. Einfach. Ich hol jetzt mein Auto mit der lustigen Hupe raus, ne? Darauf halte ich halt nicht rein. Sicher? Nee. Darauf bin ich gut vorbereitet. Ich mach das einfach immer, wenn du nicht mehr dran denkst. Dann mach ich das wieder. Wenn du nicht stoppst. Drück mal auf die Hupen. Ah, ist das nicht schön, wenn man hier so Viersitzer hat? So ein Coupé Viersitzer, ist schon was Geiles. Das ist ein Viersitzer. Und fährt 300. Aber wird eng hinten. War da? Nee, ich muss eh noch wohin. Müsst du dich wohin bringen? Äh, nein, nein. Was ist das denn? Äh, ich hab nen P1. Ah, er hätte es gedacht. Na gut, er hätte es gedacht. Ihr wollt ja auch einen? Man sollte den P1 vielleicht umbenennen zu deinem Namen. Gute Idee. Einfach neue Marke. Walker? Ich fahre einen Walker. Ich fahre einen Walker 1. Walker 1? Walker 1. Dann kannst du echt umbenennen die Marke. Einfach ein Auto produzieren. Walker 1. Ryan. Ja, wirklich. Ryan Spockstar. Also bin ich dafür? Was muss ich zahlen? An was? Ein 10er Paysafe. 22er auf Amazon. Ein 20er auf Amazon vielleicht. 10er? Ein 10. Ja gut, ich geh da mal mein Schwarz-Gelb waschen. Ich hab da noch ein bisschen was auf Backe. Danke für den 10er. Soll ich dir ne Nummer geben, wo du waschen kannst? Ich kenn da einen vom Kartell. Ja, danke. Verstehend, der wäscht unter der Haare. Günstiger. Nur 5%. Äh, 15%. Oh Mann ey, schlimm auch. Ye, ye. Ey, aber ich müsste sagen, das Gespräch verdient relativ gut. Es war ein relativ... Also, weißt du, heute war das nicht so... Ich dachte kurzzeitig, dass es gleich nicht gut endet. Ne, aber es war heute mal so ein Gespräch auf nicht abgehoben. Es war heute relativ angenehm im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir da waren. Ja, ich muss schon sagen, die Spannung war schon da, weil wir dachten, dem ging der Stift schon. Aber sind wir ehrlich, das letzte Mal, da hat der Respekt gefehlt. Heute gab es mal ein bisschen Respekt, auch von deren Seite aus. Letztes Mal war ja dieses Dings da mit dem Vertragsbruch, weißt du noch? Ja, ja. Ja, ja, da war die... Das war so die ganze... Da waren aber ja beide Seiten. Ja, ja. Und greizt. Deshalb heute war relativ gechillt, also... Ich dachte auch, kurze Zeit angespannt und wenn das... Also, wenn das rausgekommen wäre, ne? Dass er wascht im Hintergrund. Ey, da wäre hier jetzt was los gewesen, dass er direkt im Kopfschluss bekommt. Das Ding ist, dann hätten sie ja auch einen, weiß ich, der, sag ich mal... Dann hätten sie ja auch was gegen den Kartett, dass es rauskommt, dass der unten da was macht. Ich bin ehrlich, egal, was wir jetzt da besprochen haben, ich bin trotzdem der Auffassung, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, irgendwas... Ich frag mich halt, woher diese Aussagen kommen. Die können ja nicht, dass mir nichts kommt. Ich habe... Und auch, dass er es nicht verneint hat und er dann so in Verteidigung sagt, ja, wenn man da Druck steht, ist das. Ich kann wohl Ja und Nein sagen, weißt du, was ich meine? Das ist doch... Ich habe nichts damit zu tun, dass man nervös ist. Ja, ja. Ne, also ich glaub da schon, dass da was dran ist, aber wenn er draufkommt... Also ich werd nochmal Ivan fragen, was da los war. Jedes Kartenhaus fällt irgendwann zusammen. Ja, ganz ehrlich, wenn mir Ivan das so sagt, dass er ihn bedroht hat, so wirklich... Weil jetzt haben wir ja nur, dass es Konsequenzen hat. Aber wenn er mir sagt, er hat ihn gedroht mit Gewalt oder sonst was, dann... Und wenn er das der Sache mit dem Entweder Gewerkschmer unzureiht, es gibt Probleme, dann, ähm... Ja. Dann weißt du, was los ist, ne? Dann, äh... Willst du nochmal ein Gespräch geben und dann sieht's gar nicht gut aus. Wie viele sind noch da eigentlich? Ich habe keine Ahnung, Oh Gott, ich geh mal in Funk. Schön Helikopter. Hallo, ist Sven noch da? Ich war ein bisschen auf dem Gelände, ja. Schau auf, Nelly. Ich bin auch schlafen. Jo, bis morgen. Tschüss, tschüss. Tschüssi, ne? Ich fühl ihn sehr. Ui. Ui, geiler Agera. Ah, schön. Ich auch gern das Ding. Auf geht? Ja, das ist ein bisschen teuer. Ein bisschen ist gut, ja. Hab mir kein Geld mehr. Schaut. Ach, alle mit Schwestern, sonst muss ich mich aber mal umziehen. Jetzt reicht's mal raus aus dem Schlupfer. Ja, ich auch. Bin mal umgezogen. Ja, natürlich kommst du mit. Ich guck dir zu, du hast sicher Spongebob-Unterhosen an. Ja. Ich habe Spongebob-Unterhosen. wir ziehen um noch. Ja. Die Woche. Ich hab nur gehört, diese Woche. Die Woche. Ja, ja, die Woche. Super. Ja, man ist auch gemacht. Ach, mein Lieblings-Shirt. So. Der ist wild, ne? Ist richtig schön. Ah. Ja, wie gesagt, Umzug, wenn wir mal schauen, dass wir die Woche fertig kriegen. Der Maler kommt noch. Ja, kein Stress. Nee, nee, der Maler kommt noch. Der Rest ist eigentlich nur so gut wie fertig. Also, wir können eigentlich dann bald loslegen. Nice. Freue mich. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. Was mit dem hier dann? Haben wir gesagt, lass mal liegen. Das hier lassen wir komplett links liegen, ja. Das wird, äh, ich, vielleicht wird es auch abgerissen. Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. Es, ist, ich meine, es ist schon traurig, wenn das ja auf einmal weg wäre, aber es ist halt dann weg, ne? Weg ist weg. Wäre schon traurig, ja. Ich stelle mir vor, da zieht so eine, so eine Familie ein. So eine Oma. Vielleicht zieht der vom Berg oben ein. Der immer so beschreit. Der im beschreienden Haus, der tragt kein Geld mehr. Der ist ja ausgezogen, das Haus ist auch weg. Schau mal, sie ist auch nicht mehr da. Da fährt es rum, oder was? Ja, kann man so sagen. Das schreiende Haus gibt es nicht mehr. Das wurde niedergemäht. Es gibt nur noch den Hof, aber das Haus ist weg. Schade. Aber ich werde es hier vermissen, also was waren die letzten Tage, sollen wir hier verbringen? Das müssen wir noch genießen. Vergesst es nicht, das sind die letzten Tage hier. Ich habe mir das gestern auch nochmal von innen angeguckt, ich werde es auch vermissen. Schöner Tisch und... Ah, das Blumenmädchen. Nein, wir gehen nicht weiter. Ed Hilden, sing doch mal was jetzt, bitte. Was? Sing doch jetzt mal was, Ed Hilden. Wieso? Sing doch selber. Ach, warte, ich wollte mal ein Schwarzgeld wegbringen. Uiuiuiuiui. Da war ja was. Mein Schwarzgeld würde ich doch weg werden. Ja, Leute, wir werden diese Woche noch umziehen. Das heißt, es gibt die Woche noch einen 1 zu 7 Stream. Also schätzen wir jetzt haben wir den... Am Samstag schätze ich mal. Aber ich glaube, wir werden am Samstag umziehen. Also Ende dieser Woche. Der Maler, der Maler. Der Maler kommt noch. Der malt noch aus. Der muss noch kommen. Und dann ist es fertig. Und dann gibt es den Umzug, Leute. Das heißt, wir packen unsere Sachen von hier. Und dann geht es ins neue, fette Anwesen über. Was echt heftig sein wird für uns. Vor allem, man muss sich dort auch mal richtig... Ich habe den Check verstanden. Ich sage mal einleben. Man muss sich einfach komplett einleben. Ich werde dieses Grundstück übelst vermissen. Wirklich vermissen. Aber ich denke mir, so ein Umzug ist schon schön. Dass wir mal was Neues haben. Es wurde mal Zeit für was Neues. Weil wir sind hier schon so lange. Und ich bin... Ach, wo gehe ich denn hin? Ich bin sehr froh darüber, dass wir diesen großen Schritt jetzt diese Woche noch meistern werden. Also da freut euch drauf. Das wird eine WG für das PD, die sich da keine Wohnung leisten können. Wir machen daraus einfach... Genau, für das PD so ein Häuschen, wo sie dann nicht mehr reden können. Sprachverbot. So. Was habe ich denn? 30 996. 30 996. Es ist schon schade drum, ne? Also 3.0 kommt am Samstag. Nee, nee, nee. Auf 2.0. Auf 2.0 kommt schon das neue Anwesen. Wir haben zwar gesagt, wir machen hier nichts mehr neu. Aber das Anwesen haben wir gesagt, das machen wir noch auf 2.0 rein. Das... Da haben wir so viel Geld für ausgegeben, wo ich mir gedacht habe, das ist einfach... Es gehört einfach jetzt schon rein, so. Vor allem seht ihr da diesen Bug hier in dem Haus. Und vor allem das Ding ist, du kannst halt drin, kannst du nicht richtig reden mit den Leuten. Es ist halt... Es ist halt nicht perfekt. Wir haben... Wir haben zwar schon angefangen, äh... Zu fixen, das Ganze hier. Also das ganze Gebäude ist gefixt. Und der Innenraum ist schon komplett neu gemappt worden. Da habe ich schon Arbeit reingesteckt. Und der Mapper auch. Aber, ähm... Wir sind jetzt halt auch nur zum Schluss gekommen, doch hier wegzuziehen. Weil einfach... Die Location schon so ausgelutscht ist irgendwie. Und das alles hier irgendwie schon langsam... Es gehört mal was Neues, ja. Es muss mal was Neues, ja. Ganz einfach. Aber ich werde diese... Dieses ganze Ding hier einfach vermissen, irgendwie. Das hat schon Stil und... Es ist... Es ist schon geil hier. Muss man schon sagen. Es ist schon geil hier. Sie hat schon... Und allein dieser Kreisel hier vorne. Guck ich das an. Der legendäre 1 zu 7 Kreisel. Mit hier der Ausfahrt und hier der Einfahrt. Das ist halt schon schön. Ich gehe jetzt fix schief in den Busch. Alles klar. Gehe ich auch schnell. Ich muss auch schnell. Uiuiui. Ich muss auch ganz dringend. Ja. Ich auch. Ich lese dann auch gleich die Donis vor. Ich muss noch ganz schön pissen gehen. Und dann geht es gleich weiter. Ich weiß noch nicht, was wir heute noch machen werden. Dann steht ja gerade die ganze Welt auf. Jetzt haben wir... Die Hochzeit haben wir hinter uns. Wir haben jetzt das mit dem Kartell geklärt. Und das heißt, es geht gleich weiter, Leute. Dann gibt es vielleicht ein bisschen Action. Mäckchen, was weiß ich. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde schauen, was wir heute noch machen. Ich bin doch gleich wieder da. Ich muss auch ganz schön pipi. Und was zu trinken holen. Das ist jetzt mal wichtig. Hat das neue anwesend Kameras. Lass dich überraschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mir heute mal irgendein neues Cola gekauft, da steht drauf, volle Energie mit wahrem Cola Geschmack, achso, ich werde mir einen Cola kaufen und erhoffe mir keinen wahren Cola Geschmack, was ist das denn? Das ist eine Power Cola mit, wie viel Prozent? Mit, mit Natural Koffein und dreimal so stark, was heißt denn dreimal so stark, ist das stärker als jedes andere Cola oder was? Ich habe heute so eine Dose gekauft, ich habe das noch nie gesehen, das Cola Und ich probiere gerne neue Sachen aus, also ich probiere es einfach mal, ich sage euch, wie es schmeckt Warte, ich rieche das mal Riecht wie Cola Ah doch, das schmeckt anders, holy shit Boah krass Das schmeckt wie Red Bull Cola, nur etwas Also das, was ich gerade sauf, ist gerade Volt Cola Ich mache jetzt keine Werbung dafür oder so, ich habe mir das heute einfach gekauft, um das mal zu testen Das schmeckt wie Red Bull Cola eigentlich, nur ein bisschen matter, nicht so süß Ist gar nicht mal so schlecht Warte, lass mal gucken, wie viel Zucker ist da drin Ja gut, da ist hier viel Zucker drin, 48 Kalorien pro 100 Milliliter, ach du Scheiße Das Cola, die Cola Bei uns in Österreich sagst du, das Cola, gib mir mal das Cola Ich hätte gerne Cola, sagst du halt in Österreich, weil da gib mir eine Cola Also ein Cola, und nicht eine Cola, gib mir eine Cola, sagt bei uns keiner in Österreich Sagt sie immer, gib mir eine Cola bitte, also eine Cola Und A Cola heißt bei uns ein Cola Und deshalb ist es auch so in Österreich, dass es tatsächlich das Cola Ist wirklich so, no shit jetzt Deshalb, wenn du in Deutschland bist, sagen alle die Cola, krieg ich mal bitte eine Cola Eine Cola bitte Und bei uns sagt jeder, ich kriege eine Cola Ist halt so, wie ich kriege ein Bier, ich kriege eine Cola Ist deutsch wieder komplett am Auszucken, das heißt die Cola, hat die Cola Ich hab's verpasst Oh Gott Wo sitzt jetzt zwei Leute im Rollstuhl? Achso, nee, du bist doch heute auch schon gesessen Ja, weißt Ja, meint Meine Leibspreise sind für den Zinkanister Hast gemerkt, ja Danke Schriftvolle ist, äh, Popo wird rassiert Oder appelliert Warte Nee, nee, Holger Da ist, da ist Ollo nicht so eng, weißt du Wie, da ist Ollo nicht so eng? Sorry Das war nicht die falsche Ausdrucksweise So, was ist jetzt? Ja, keine Ahnung Wie, du, was ist jetzt? Englisten denen war der Begriff Stimmt, unser Firmen, unser Firmen, äh, Papa wurde abgelöst, ne? Vom Alter, ja? Ist der Firmenpapa? Olli war immer der Firmenpapa Opa Olli Wusste ich das nicht Opa Olli, aber jetzt haben wir einen neuen Opa Opa Olli Er ist der neue Opa Also ich will nie wieder in den Rollstuhl Ich wurde vom Gelände rumgeschmissen Das ist von so nem Chef Ich weiß nicht, der Chef ist immer so raus Das war sicher Vorzeitgedächtnis hast du es trotzdem raus Nee, natürlich weiss ich, dass er das war Ja, ich bin immer so dement Hm? Na, du warst das natürlich, wenn sonst Ach so, wusste ich gar nicht, also, äh Hast du mich hier rumgefahren und dann hast du die Länder hoch und runtergerufen Ja, hab ich schon wieder vergessen, weiss nicht Ja, natürlich vergisst du das, für dich war es nicht dramatisch Ja, sie haben dir zu viel gehabt, kann schon passieren Für dich war es ein einsteinendes Erlebnis, ne? Ich frage mich, wenn dein Vater wieder mal her kommt Da, da ist er ganz schön sitzen geblieben, du glaub mir War sehr witzig, dass dein Vater mal das Leben in der Schule geschnifft hat So wie in der Schule Na, in der Schule ist er durchgeflogen, da ist er runtergeflogen Nein Schon zwei Paar Schuhe Das ist toll Das ist mit deinem Opa, der hat sich nie wieder blicken lassen Ich weiß, das glaub ich nicht mehr stolz auf mich Na, dein Vater Vater? Ja, mein Vater, ja gut, mein Opa ist schon tot, aber Mein Vater, der hat sich nicht mal blicken gelassen Schon seit Pfff Ey, Olli und dich wurden letztens von ihm aus dem Auto geschnitten Ah, den gibt's, der ist noch, der lebt noch? Schön, dass ich das jetzt weiß, danke Ich dachte schon, der war tot, weil der besucht mich nie Ja, er hat sich ja auf meinem Kondok gesehen vom Erbe her oder nicht? Achso Ja, das letzte Mal hab ich ihn getroffen, da war ich mit nem Auto unterwegs Bin stark verunfallt und war auf dem Eis aufgekommen Da war Schnee, da war Eis auf dem Lake hinten Ach, ich dachte So lange ist das her, dass ich das letzte Mal gar nicht gesehen hab Ja, stein dich mal ein bisschen ein, damit du ärgst Der Willi Oh, den kenn ich sogar Ja, ja, ist mein Vater Ich weiß das heute noch, wenn er da oben... Weißt du noch, als er da oben stand mit dem Fernglas runter geguckt hat? Ja, ja, und dann kam hier Polizei und alles rein Er ist so stolz auf dich Er ist so stolz auf dich Ich glaub, viel beschäftigt Er ist halt schon alt Was man jetzt so macht in der Rente bald Vielleicht ist er jetzt auch drogenabhängig wegen uns Ja, das kann sein Er hat mal hier bissle Koks eingenommen, zweimal Das war an dem Tag wegen dem Ausflug Ah, schön Er hat auch zwei Grüntee Oder hat sich an die Medikamenten vergangen Vielleicht war er ja auch bei uns unten im Keller Vielleicht war er das Wer weiß Deswegen lässt er sich nicht mehr blicken, hat sich ne neue Intel gekauft Ah, ja Ach so Er hat das auf andere Leute geschoben Und er lebt jetzt das Schickimicki-Life Das kann gut sein, aber... Hat er auch ne goldene Schaufel dabei? Das ist ne goldene Schaufel Für die Gold, Digos Ich dachte, um den eigentlich Grab zu schaufeln, aber okay Boah, bin ich froh, dass meine Füße ein Stück höher sind Der kam echt flach Seid froh, sonst hätten wir hier ne ganze Käse-Boutique hier Ist sehr gut, dass das so ist Also Oli hat sich vorhin die Füße im Meer gewaschen, ich glaube Da werde ich heute und morgen nicht baden gehen Das Parmesan-Thema? Wollen wir das nochmal ansprechen? Jetzt kann's gar nicht laufen, Oli Jetzt kannst du hier gar nicht deine Wohnhaut ansammeln Produktion eingestellt Ich kann aber, nein Einfach Engpass bei Parmesan jetzt Lass einfach die Füße auf der Straße schleifen während ich... Boah, Alter Boah Ey, mach bitte die Schuhe wieder drauf Rollo, kannst du mir mal helfen? Ne, danke Boah, Alter, das stinkt Alter Boah Ne, 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 ne Holger Äh, Boah Irgendwie war's vor, ich weiß noch nicht was Dario Wann scheiß, dass es so n Brot nicht gibt Da steht noch n Rollstuhlfahrer, da steht noch n Rollstuhlfahrer Da steht noch n Rollstuhlfahrer Schlimm Boah, das ging bisschen nach hinten, Alter Das ist gar nicht schlimm Das ist wie ne Kläranlage, nur zehnmal schlimm Ja, ich sag dir, da kommt der Käse her, der Gute Der Gute, dann probier ihn doch mal Bei den Italien, was? Bei den Italien Fall über Toni Wo der Parmesan eigentlich herkommt Ich ess die Pizza nie wieder, das war echt Jetzt weiss, die Pizza im Kühlschrank wurde alle, 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 alle Schön drüber abgaspelt Hauptlieferant Olli Rando Ich ess wirklich abholte er sich nie wieder der Pizza Bitte, ich verschenke die letzte Pizza Olli Rando liefert jetzt Hat schon zu viel, hier, Mario Pizza Aber jetzt, Betrieb kurz, jetzt ist es Verzögerung, Bestellverzögerung, weil er es nicht kann Bitteschön Boah, die will ich nicht Was noch mit Schinken, ich weiß nicht, ich will gar nicht wissen, wie er sein Schwinken herstellt Und sein Parmesan oder so herstellt So, für dich auch, Chef Danke, danke, ich hatte eh noch ein Jetzt hab ich immer deine Ekelpizza im Kopf, die du mal erzählt hast Jetzt hab ich Pizza bekommen Oh, ja, die ist von Olli, die würde ich nicht essen Oh, ja, Chef ist abgehärtet Ich hab vorhin von Ryan ganz viel Salami Pizza, glaub ich, aus dem Kofferraum geklaut War, glaub ich, für seine Freundin gedacht Echt jetzt? Stimmt, Alter, ich hab das Catering gar nicht ausgenutzt, hätte ich mir auch die Tasche voll machen können Ne, ich hab, ich hab von Ryan hinten, hab ich gesehen, da hat ganz viel Pizza drin, ich hab die einfach rausgenommen Abascha Ganze Kofferraum war voll Olli, ich hab ne Geschäftsidee für dich Erzähl Olli Rando, Olli Verdienst Hahaha Pizza Speziale Pizza Speziale Der Witz muss ich erstmal setzen Also wenn der sein Parmesan so macht, dann ist es Hawaii hier, also würde ich ja lieber noch ne Hawaii essen Hey, die ziehen Hawaii Jetzt darfst du noch Pizza mit Tomatensauce Geil Hawaii ist mega Ja, Hawaii ist gut Danke, danke Holger, danke Danke schön Wo musst du hin? Ich muss kurz zum Hauptplatz Das ist was Das ist Was ist das jetzt? Jo Ist da jemand kein Hawaii? Hm? Ich bin sowieso ein Kummer-Mensch, ich mag kein Hawaii Pizza, aber ich mag Hawaii Toast Ja, aber ganz ehrlich, wenn du auf die Idee gekommen, ein Anna ist warm zu machen Das ist das gleiche wie... Hä, Anna ist warm, ist voll geil Du, es gibt Leute, die stecken auch ihre Pommes bei Meckle in den McFlurry Hä, das ist auch so zuverständlich Und auch ein Chicken Nugget Das ist voll geil Wanger? Nee, das ist jetzt nicht Das ist das gleiche wie Drucker und Nutella Und Nutella? Wurken? Du musst die Pommes auf den Burger legen, ja, dann schmeckt der Burger Ich sag Quatsch Dann ist es zehnmal besser Na, aber ihr müsst nur Wurken und Nutella Wer macht ganz Pommes in Eis? Ganz mal ganz kurz Nutella-Nudeln Hand aus Herz Hand aus Herz Hand aus Herz Wer macht auch immer das Gurkenrennen? Nein Kenn ich nicht Nein, absolut nicht Ich kenne nur Gurken schießen, aber das machen... Man nimmt die Gurke vom Cheeseburger, pfeffert sie gegen die Scheibe und guckt welche Gurke als erstes unten ankommt Ach so Ja doch, das ist mir mal aus Versehen passiert Aber die Gurke sind voll lecker von Nut Und die Gurke, die als erstes unten ankommt, die hat verloren Und die muss dann eben... der muss dann nochmal ne Runde Cheeseburger ausgeben Ja, mir ist das halt mal aus Versehen passiert, weil ich fast an der Gurke erstickt wäre Dann... Ich bin halt noch ein Fenster, also... Das ist irgendwie... Wackenschlager Hey, nein, jedes Mal, also ich hab schon... Wenn zwei oder drei Meck ist schon Hausverbot, aber egal Ja... Ja, perfekt Ich war letztens mit Meckle, der hat er noch gar nicht offen und ich fahre einfach ins Drive-In Das war sehr schön Perfekt Selbstbedienung... Hallo? Gar keiner da? Perfekt Du fährst mal durchs Fenster klettern, mach ich den Scheiß dann selber So, gucken, ob ich noch Sachen im Auto hab Ich hab nämlich noch vom letzten Mal irgendwas Illegales dabei Warte, da war doch noch nichts Hab ich das Auto anders? Ich hab da irgendwas mal eingelagert, ziemlich sicher sogar Ich bin da, wir daten ja schon, oh Uh Ähm Auf ein Date? Fragezeichen? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Hahaha Open! Wie sieht's aus mit einem Date? Wie geht's? Ja, also ich hab's probiert Ja, so... ähm Was kommt jetzt so? Was suche ich denn jetzt alles? Ja, ok Warte mal, habst du's zurückstellen Ok Ich rufe dann an Ok Homme ein Bild dieses bilder mit reuchelfahrer hinten so so dankeschön an sit warrior sehr juxi und bin ein stiller zuschauer aber wollte mal danke sagen für die coolen leistungen ich habe zu danken vielen dank das steht einfach vor drei stunden alter ist das jetzt schon so lange das war doch da wo ich zur hochzeit geladen war vor drei stunden schon ich glaube das stimmt aber nicht rounder tv hey hundel dass meine erste spende für dich dankeschön an grounder tv vielen dank dann haben wir hier noch mr steven stumm verlangen für den euro ist der professor dr vestix auch mit dem fuwi wenn sich ein wissenschaftler ein brot belegt ist dann wissenschaftlich belegt den kenne ich aber auch schon zum ersten schluss habe ich noch eine der schule angerufen aber da meldet sich keiner oh mein gott danke dafür auch mr professor vestix das sind wir flachwitz ist wo das hallo echt du kannst mich auch revue live schau euch mal weiter zu von ananas ja was ist da auf welche beerdigung geht es es ging auf keine beerdigung grüße aus der stellung flachwitz wie heißt ein spanier ohne auto carlos hast du auch ein mexikaler sagen beides mr professor dr vestix noch mal mit zwanni vielen vielen dank so ich würde immer zurückschreiben hier die wilden davon das ist aber nicht schlecht warte mal send foto sei mal send foto julian dank für den euro julian heidrich dank auch für den euro nochmal dann florian adam moinkurt auf einen schönen stream flachwitz was macht ein mathe professor im swinger club erreicht hat mit zwei unbekannten oh mein gott ok den kann ich noch nicht danke das aber schön daxia der kommt flach ich glaube mein klappstuhl sind habe ich sogar vorgelesen rainbow let's play kannst du mich bitte grüßen das sehr gerne das ding ist bei rainbow let's play jawohl manu handreg dank für folge ich müsste los weil ich morgen früh aufstehen muss ich verneige mich ja das verpiss dich komm geht schon achso jetzt nirg ich mir ich warte nur darauf bist du im rollstuhl sitzt dass ich hier mir runterschubsen kann ja warte nur bist du mal im rollstuhl ist jetzt schon will ich ja ist das auch sagt ist das auch irgendwie ich riech nur was ja ich sehe es ich höre es und riechst und siehst wie du auf käse gehst auf hart käse gehst du gerade pass auf dass es dich einfach nicht überschlägt ja werde ich machen mein rubbeldose sagt es mir ich würde es heute nicht überschlagen wir haben mündemann also auch mit 1999 auf einen guten stream vielen vielen dank enten gamer nein ich bin die wahre ent und werde es auch bleiben nein andel bleibt die wahre ent auf jeden fall paddy mit dem euro spiel momentan auf grand rp ist das zu empfehlen als neuling in der rp-szene als neuling würde ich empfehlen ja komplett neu bist hast du es dort relativ einfach dort bist du auch nicht direkt weg gebannt wenn du mal einen fehler machst das ist das andere spiele sparen und anlegen meine frage geht heute noch irgendetwas an oder wir wollen jetzt doch anbauen was macht ihr für einen anbau wieder so ein crazy anbau auf der east highway brücke wir sind direkt vom pd haben wir auch geguckt wir wollten eigentlich gestern das sandy pd komplett den parkplatz voll klatschen haben sie aber dann nicht gemacht weil es nur eine ausfahrt ist wäre suboptimal geworden oder in palito das krankenhaus auf dem dach da ist ollie gestern runter geflogen ne das war das fd gebäude vom schlauchturm so runter gefallen ne aber überleg mal es gibt ja es gibt ja auch noch diesen da wo es die apotheke gibt da gibt es auch hinten fetten parkplatz das wäre lustig irgendwie ist er gerade gestorben oder die ganze zeit von gerade kopfschmerzen er war heute sowieso schon in einem ganz anderen film der hat heute schon sachen rausgehauen wo ich mir ich dachte alle von welchem stellen kommst du denn auf einmal her ich hole sonst mein schatzi ab dann fahre ich da auch mit park die mal ich rufe die mal an hallo man kann ich dich abholen jetzt eigentlich alles klar ist auch eine maske dabei muss ich gucken gut ich schicke dir gps ne alles klar tschüss okay das war etwas viel und sonst habe ich noch mal eine maske ja perfekt nachricht bekommen jetzt kriege ich einen standort und ich hole sie nämlich mal ab soll ich sie mal auf etwas illegales mitnehmen ich glaube ich habe ich vor brot schon lange nicht mehr auf etwas illegales mitgenommen wie geil wäre es euch mit vorbrot was illegal ist alles ja schon ich gehe mal abholen ich bin gleich wieder da fangen wir mal hin wo ist denn die denn ich bin dabei so pedi vielen dank dafür gd fg vg sc die cf ach das name sollt ihr weiter fünf euro spenden oder für die als blutstower defense 6 ausgeben ich kenne das game nicht aber gar so kann ich das nicht sagen du hast ja schon 94 ausgegeben hier also gibst du das spiel aus vielen dank vielen dank pedi spiel momentan auf grant ist das zu empfehlen er fragt einfach nochmal ja ist es also wenn du komplett erneuling bist kannst du da erstmal ein bisschen anfangen es ist halt kein hardcore p also auf grand spiel es kann ist wie gta online kann man sagen mit ein bisschen rp faktor aber es ist es wirklich also wenn du nicht in der fraktion bist ist mit dort mit rp also so richtig wie bei uns hier eher schwer das ist eher wirklich für anfang eigentlich oder halt wenn du keine nacht gott wie ich mir möchtest so ein bisschen was eigenes also hardcore p auf kann der p nicht da musste woanders sind also da kannst du außer du gehst in die fraktion also wie ich auf grann rp bei der polizei war oder militär wo ich mal reingestubert habe habe ich schon hardcore ihre rolle gespielt das schon aber wenn du da so mitten auf der straße rumgurkst das sind halt randoms auch die halt noch nie rp gespielt haben weil es halt anfängerfreundlich ist dann ist halt auch anders aber sobald in so eine fraktion reinkommst ist das eigentlich schon krass was die machen teilweise mit den ausbildungen und so weiter enden gamer noch mal enden games 600 ich bleibe die ende des vertrauens die kannst du gerne bleiben die ende des vertrauens no tv tv boi kennst du mich noch grüße aus der schweiz natürlich dankeschön no tv tv kurz geht raus auch an dich dann luis danke für eine ohne sep tv kennst du mich noch und alles glatt richtig kenne ich doch und alles glatt sich auf jeden fall henry werhahn linus fans und mr professor doktor wess ist damit für eure donis anti craft hd wie geht es 1 7 ist back den geht es immer gut war eine grube grüße gehen zurück dann ab die dafür zweimal fünf euro ne einmal fünf euro einmal in euro vielen vielen dank schau wer da ist ja abholen hallo ich habe keine masken dann geh mal eine kaufen wir fahren heute zum maskenball ich habe nichts hübsches brauchst nichts hübsches ich sollte mal etwas ganz besonderes mitnehmen ich habe angerufen hallo 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 du hast es angerufen ja ganz ganz vorhin habe ich angerufen als noch kein termin stand weil keiner wusste wann jemand da sind habe ich angerufen und da war keiner da ok gut dann weiß ich bescheid aber hat sich ja geklärt genau ok danke tschüss tschüss also date slash arbeit ok also ahhh ahhh da bite kann man ein ein date bite keine ahnung musst mir helfen beim maskenaussuchen ja kann ich dir gerne helfen guck mal da steht in de lorean hallo 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 ja ok guck sie sehen irgendwie aus wie ein uvopärchen dein t-shirt so meine hose so auf der seite Was? Ah nix, alles gut. Ja, also Maske kannst dir aussuchen, was du möchtest. Du kannst dich auch gerne süß einkleiden. Es ist komplett egal. Ich warte hier. Ja, du musst mal gucken. Ich muss nicht gucken. Such dir das aus, was du für richtig hältst. Ja, aber... Such dir was aus, was du für richtig hältst. Also auch einen Hirsch nehmen. Nur das Gesicht muss wirklich froh sein. Kannst du mal einen Bart fragen? Geht das? Ich weiß nicht, muss ich gucken. Gibt es so Anklebebärte für Frauen? Jungs, Jungs! Jungs, Jungs, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Äh, wo ist denn das? Hätte ich jetzt schon gern gesehen, wenn das klappt. Aber ich glaube, das klappt, weil... Ach, das... Die würde zur Hose passen. Die, die du vorne... Die, guck mal. Weil die ist ja streifig, oder? Nee, weil die zur Hose passt. Guck. Vorne. Find ich cool. Ich fand die cool, die gestreifte. Hätte da jetzt nichts gegen gehabt. Okay, merk ich mir. Mhm, merken. Merken und einkaufen. Also, ich glaube, es gibt keine Ansteckbärte für Frauen, ne? Ist aber jetzt ziemlich sexistisch. Ja, warum können Frauen keine Ansteckbärte... Also, ich kaufe es unglaublich. Wie ein angewandtes Hühnchen. Es wird auch cool aussehen. Ich glaube, der hat's eilig. Oh mein Gott. Ich sag mal nichts dazu. Oh. Wär auch ganz nett. Ja, was ist hiermit? Wenn du das anziehst und dann ziehst du ne... Probiermach, hast du ne Kappe oder so? Wenn du das mit ne Kappe anziehst, schau sie sich aus. Ich weiß, ja. Ich glaube, es wird Streifenhörnchen werden. Ja, ich finde das hat am besten gepasst. Hier gibt's auch noch Streifenhörnchen. Das ist ja durchprobieren. Warum die ist alle so einig hier? Versteh ich nicht. Vielleicht müssen sie aufs Klo. Kann sein, aber da ist ja kein Klo, das ist ja das Ding. Das Klo ist irgendwo am Strand in so einem fetten Auto. Da ist ein riesen Klo. Äh. Mhm. Warte. Jetzt hab ich auch ganz nett. Jetzt hab ich Hunger. Äh. Oh. Das ist für den Mastenball, ne? Ja. Okay, ne. Ich glaub... Hä? Die kenn ich gar nicht. Wo sind meine Haare? Hä? Hast du nie gesehen, die Masken? Das ist auch cute. Die Neue. Das hab ich auch noch nie gesehen. Mhm. Jungs! Jungs! Guck mal. Oh mein Gott! Mhm. Entschuldigung, das ist der Film. Ich kenn die alle nicht. Wundert mich, dass du das nicht kennst. Ja, ich hab ewig keine Maske gemacht. Ja. Ich hab... Ich hab ewig, wie? Ich hab ewig keine Maske raus. Mh. 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 Okay, dann nehme ich das, was du gesagt hast. Okay. Schön, dass man alles durchgeguckt. Perfekt. Schock, ey, danke für 25 Euro mit Mach weiter so. Dankeschön, Schock. Danke, danke, danke. Und Giftzack voll mit 15 und mit Detective X-U. Das habe ich sogar vorhin vorgegeben. Da geht meine Liebe raus, Leute. Lassen wir nochmal einen Like da auf die 6.000 Likes. Come on, let's go. Komm mal raus. Also, ich finde es schön mit der Hose. Kannst du auch, was es liebliches nehmen, wenn du willst. Das ist egal. So, was findest du? Ich habe mich komplett schlappert. Ich soll, ich, hier. Ich sehe, warte. Ich sehe nichts. Wieso, soll ich nochmal machen? Ja. Wirklich jetzt? Pablo? Ja. Ich sehe, hast du die Nummer vom Anwalt, ähm, Gordon? Ja, wie ich. Ich bin hier im Chance, danke für den Euro. Lena, Annabelle, Mälcher, danke auch für 90 Cent, danke. Gummibärmbande, wie geht es dir? Sehr gut, ich hoffe, euch auch, die Gummibärmbande. Star Wars 501, wie geht es dir? Wie steht es? Immer gut. Finde ich auch cool, aber ich fand nichts anderes besser als Streifenwörnchen. Ich finde, die Streifen passen zu den Streifen auf den Hosen nicht. Ich fand schon. Keine Ahnung, ich fand es auch schon cool. Ja, dann nimm was, wofür ich dich hältst. Du kannst auch was komplett anderes machen, mir ist egal. Frauen brauchen wir so dann zum Anziehen, ist unglaublich. Stoffel, ich nehme das 1 zu 7 anwesend gerne freiwillig, mich allein, das wäre es, ja. Ich mag Lila. Dann kannst du untermieten, Stoffel. Ich bin eine Frau, ich brauche ein bisschen, das hast du, ne? Autohaus, äh, Dings. Das gibt es in Pink, gab es das? Pink, ja. Ehe, Lila gab es nicht. Aber das war dasselbe, ne? Das war dasselbe, ja. Okay, nicht das nicht gut. Ach, nehmt doch einfach irgendwas. Okay, ich bin eine Frau, Schummelein. Hat nichts mit einer Frau zu tun. Doch. Hat auch nichts mit einem Big Tasty zu tun, ja. Gar nichts. Kuss geht raus an Stoffel. Michael Hurni, danke für 2,06 Euro, danke, danke. Stone Man, oben bin A wieder mit dabei. Da geht eh auch nochmal Grüß und Liebe raus. Masters of Hardcore Germany. Ähm, hey, heißt es doch der Cola Innen. Oh, stimmt, die Cola Innen. Kuss. Ich bin fertig. Bars dann, geh mal. Wir sind jetzt auch eilig. Na, das war es bei mir, Leute. Finger weg von den Cookies. Das ist mir schon. Und das steckt Cookie. Müssen wir schauen wegen Auto, ob ich damit fahre oder nicht. Aber ich glaube, ich fahre heute damit, ja. Äh, warte mal ganz kurz. Wir müssen nur ganz schnell woan Halt machen. Nämlich, äh, müssen wir noch was kaufen gehen. Hast du mich understand it? Hallo? Mhm. Äh, isst du gerade was? Mhm. Was dann? Hab was drucken. Achso. Gut, wir kaufen uns nämlich noch Samen ein und Dünger und wir gehen dann zusammen Pflänzeln. Ich hab grad gedacht, du meinst andere Samen. Ja, was? Okay. Keine Ahnung. Schneller. See? Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich bin am Hauptplatz. Sag mir, wo bist du denn? Wie will ich mich verarschen? Ja. Ey, da muss man echt alles aus der Nase rausziehen. Achso, übrigens, ich bin zum Hauptplatz gelaufen. Oh, nee. Was? Man hat dich nicht verstanden. Ich bin zum Hauptplatz gelaufen. So, und, äh, 20 Dünger, 20 mal so Sämchen. Die Dünger tun wir ins Auto und dann kommen wir nochmal. Das ist der Sound, aber ich bin so nett. Ich hab sie jetzt einfach mal auf dem illegalen Ausflug mit. Ich finde, das hat sie sich auch mal verdient. Wird sicher lustig. Auf dem illegalen Ausflug? Why not, ne? So, äh, 20 Stück rein. 20 Kilo, das hat sich ausgehen. Jawohl. Was macht sie denn? Was machst du denn so lange da drin? Wenn ich mein Fahrzeug einpacken will, dann ist das meine Sache. Hallo? Ja. Ach, scheiße, ich hab grad das... Ich, ich wollte eigentlich fragen, ob du sie so wie aufkauft. Ob ich das kaufen kann? Ja, kann ich. Warte. Na, auf die... Jungs und Mädels, ich hau mich hin. Habt ihr was? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist mit kaufen? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Soll ich auch was kaufen? Nee, oder? Doch, toll. Ich, äh... Achso. Ja, kaufen. Komplett. 2020. Ich hab das Falsche reingetan. Ich bin der erstes wieder so typisch, Alter. Ich bin so ein Lost Boy, ey. Weißt du, jetzt geb ich da die falsche Kacke rein und denk mir so, ja, super. Alles richtig gemacht. Natürlich. Alles richtig gemacht. So, 20 Dünger da rein. Perfekt. Er lost the boy einfach. Wieder komplett am Start. Muss ja, ne? Muss ja. Irgendwer muss ja. Irgendwer muss es wieder falsch machen. Ich denk mir schon, hey, warum... Kein Platz mehr für Dünger? Was ist denn da los? Wenn man das durchziehen, das wäre richtig heftig lustig. Stell dir mal vor, wie viele sind online, Alter. 120 Jungs. 120 Jungs. Jungs sind online. Jungs ist das. Äh, tu das hinten rein, ne? Äh, da haben noch 20 Dünger Platz. Oder nimmst du nochmal Dünger mit? Ich fahr dann nach vorne und hol dich ab. Einmal was Illegales mitnehmen. Ob sie weiß, dass das Illegal ist? Wobei, es ist ja Ärzte, sie weiß das ja. She needs to know it. So, dann, äh... Moritz Beek. Sön, macht doch aus dem alten Anseln-Siebenhaus eine Bäckerei oder Metzgerei, wo man Essen kaufen kann. Wäre doch... Was? Aus dem riesen... Aus der großen Bilder eine Metzgerei machen? Auf alle Fälle. Hast du alles? Ja. Gut, ich, äh... Ich fahr nochmal durch. Äh, meine Frage, äh, macht ihr das jetzt mit dem Anbau oder nicht? Äh, ja, wir sind gerade noch in einer Verkehrskontrolle, die mit einem Anwalt, äh, gerade, äh, geklärt wird. Wo seid ihr, äh, genommen mit der Verkehrskontrolle? Äh, Hauptplatz, die Unterführung, äh, neben dem Parkplatz. Okay, weil, äh, ich hätte jetzt sogar die Frau Brut mitgenommen. Okay. Ja, aber wie gesagt, wir brauchen jetzt noch ein bisschen. Der Anwalt fordert gerade die Bodycam an und, äh, ja. Was ist denn passiert? Äh, äh, Fischi wurde angeblich mit 161 kmh geblitzt. Aber irgendwie kann das nicht sein, weil er meint, er ist 122 gefahren und vorher kam uns noch ein Pickup entgegen, der auch übrigens sein Kopf war. Und, ja, daher kann die Messung ja dann nicht recht sein, also, wir erklären das gerade. Alles klar, okay, alles klar. Ich muss jetzt gerade irgendwo überstehen am Hauptplatz Unterführung. Äh, der Hauptplatz Unterführung. Also, wir bräuchten da noch ein bisschen, aber... Ich suche gerade die Unterführung, ich bin jetzt so blöd dafür. Ist das wirklich der andere Tümmel da? Hier, direkt neben dem Parkplatz. Ich bin kurz vorne, Appel. Ah, da sehe ich's, ja. Ja, wo das Blaulicht ist, genau. Wo sind wir? Bitte was? Wo seid ihr? Äh, die Unterführung am Hauptplatz. Da ist wieder was vorgefallen, Jungs. Jungs, da ist was vorgefallen. Ich weiß, ein Freund, der hängt ja gerade hinter der Verkehrskontrolle. Wir holen jetzt einen Anwalt dazu. Ach, hier. Äh, Wein, schau mal ins E-Mail-Bus-Fach. Also, ähm, Bewerbung. Also, Mr. Professor Dr. Westig, sag mal. Was ist der Unterschied zwischen einem Cowboy und einem Salen? Dein Cowboy reitet Pferde, der Salen. Oh mein Gott, das kann ich nicht bringen. Giftet Backfisch. Warum denkt jeder, was kriegt zwischen 27 Kartell ist? Bleib, wie du bist. Ja, es hat sich halt zugespitzt, ne? Hätte ja sein können, dass was mal passiert. Wir wissen es ja nicht, ob das irgendwie mal eskaliert. Äh, Skylar 0373. 53 Euro. Chaos, danke für den Euro. Skiller 0373. Nochmal, danke für 5 Euro mit Fies. Armen zusammen. Lasst es euch gut gehen. Auf jeden Fall. Marco, 62, danke für den Euro. Dann Benny, 1983, danke für 5 Euro. Ciao, gibt es nicht zu schnell aus. Danke für 1 Euro mit Fies. Lucifer Morning Hacks. Meine Autogrammkarte ist nach einem Monat nicht da. Das ist schlecht. Ich werde es nochmal gucken. Ich schaue, ob du in der Liste drin bist, die ich noch nicht weggesendet habe. Ich werde es nochmal gucken. Wenn nicht, es kommt auf jeden Fall noch eine an. Äh, KWS Fox. Wann kommt ein Song mit? The Sound of the Spende. Äh, boah. Ein Song davon. The Sound of the Spende Song. Ich glaube, sowas werde ich nicht machen. Ja, jetzt ist der Sound der für Spende. Geht das die ganze Zeit, oder was? Die Jungen, jetzt ist hier ein Anwalt dran. Jetzt wird es ein bisschen dauern. Äh, zurück nach PowerNap. Das ist der Sound der für Spende. Hallo, ist der Anwalt schon da? Ja, der Anwalt ist da. Und der hat, wie gesagt, die, äh... Hat er dich von vorne geblitzt? Also vorne? An dem... Äh, also der Cop, der uns angeblich geblitzt hat, der stand in der Krankenhauseinfahrt. Ja. Vorher ist allerdings genau dieser Pick-up, der jetzt auch wieder da ist, uns entgegengekommen und an dem vorbei. Und, äh, ja. Ah, ja, ja. Mhm. Dann... Dann... ...dicht ich dich da. Deswegen, äh, schauen wir jetzt mal, wie genau man das, äh, ja. Die werten gerade die Bodycam aus, oder was? Ja, der Anwalt hat jetzt die Bodycam angefordert, und dann schauen die halt mal. Krass. Boah, was? Kannst du nichts weinen, also... Ja, sowas kann nicht sein. Unglaublich. Aber ja, letztes Mal ist ja auch mal passiert, dass ich mit, äh, genau 30 kmh drüber, ähm, also nicht 30 kmh drüber, sondern genau mit 30 kmh, äh, geblitzt werde. Da gab's ja dieses... Es gab ja nur unter 30 kmh und über 30 kmh. Aber für 30 kmh gab's nix. Okay. Deshalb, äh, hab ich nicht meinen Führerschein abgeben müssen. Hm. Weil er, äh, wollte beim nächsten Vergehen mit 30 kmh drüber, wollte mein Führerschein erziehen, ne? Ja. Und... Äh, ich meine, das waren jetzt angeblich 161 kmh, äh, was ich nicht glauben kann, weil so schnell fahren wir auf jeden Fall nicht. Äh, ich hätte es einfach bezahlt, oder weggefahren, bevor ich mal die Zeit... Nee, die wollen nicht mal den Führerschein abnehmen. Ach so, und... Das ist deswegen. Ja, 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 ja. Na, deswegen haben wir jetzt noch einen Anwalt dazu geholt, weil... Okay, das muss ja nix sein. Nee, klar. Gut. Dann fahren wir schon mal vor. Genau. Sehen wir uns. Jo, bis gleich. Weißt du, den kenn ich. Kennst du den auch? Hallo? Sag mal, isst du die ganze Zeit was? Mann. Ach so, ich bin immer so ruhig und leise. Ha, ich hör nix, der Motor so laut. Du bist immer so ruhig und leise, sag ich. Ja. So, weißt du, wir suchen jetzt einen schönen Spot, wo wir zusammen was machen können. Okay. Ich dachte mir so, ich nimm dich mal mit auf eine Reise. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt machen möchtest, Aber ich darf mich irgendwie einfach mal mit Ja Ich zeige aber auch gleich auf dem Puppe Du hast vor uns ist ein Polizist Ne? Äh keine Ahnung Es sieht so aus Ein bisschen langsamer fahren Mal schauen mal ob das aber ist Ich glaube nicht Ich glaube nicht Aber der fuhl sehr langsam sehr komisch Das ist immerhin mal schnell tanken fahren Also das nicht kommt so langsam zu fahren Ich meine auch Kann ja nicht sein So So Ich tag mal schnell voll Ja Jo Jo Also du warst heute gar nicht bei der Hochzeit dabei Gell? Oh oh Bei der Hochzeit Bei der Hochzeit Bist du müde? Juhu Das ist aber schlecht Du gehst wohin fahren Naja alles gut Ja Heute war ne Hochzeit Ich hab nur Hunger aber Ich das Toastbrot habe ich nicht bekommen Das liegt jetzt zu Hause Ja Äh Gibi hat ähm Ähm Geheiratet Gibi? Gibi ja Gibi Von Alkali dieser Gibi Genau der hat heute geheiratet in Kalifornien Kennste doch Ne Doch von Alkali dieser Gibi mit dem Bauch immer Ja aber das wird nicht der Alkali Gibi sein Natürlich ist das Gibi von Alkali aber sowas von Ja Ich sag natürlich ist er das Wer Entschuldigung wer heißt denn so ein Gibi? Ja Also Ich glaube ich bin ja wieder da Mark Gibi Von Alkali Weltweit bekannt Leute Weltweit bekannt Ich brauch nur wieder ein bisschen Red Bulls müssen wir kaufen ne Red Bulls müssen und ich kaufe nochmal 3 Rübellösel Ne Wer kommt denn da? Ach eh nur ein Dings Was tscher Ach tscher wir werden gleich überfallen oder so Habe ich noch Glück heute? Ich hoffe Ich habe heute schon Glück gehabt beim ersten Rübellösel Das erste zählt Auf 5000 Oh bitte das wäre schön Natürlich gewonnen alter 5000 Ich habe grad 5000 doll auf dem Rübellos gewonnen Ja nice Glückwunsch Danke Heute schon mein Zweiler gewinnt ich bin sehr glücklich drüber Ui da hast du aber richtig Glück heute wa? Ja richtig Sie sollten sie vielleicht auch mal Rübellose holen Ich probier's gleich mal Immer das dritte gibt immer was Irgendwie Ok ich probier's aus Danke Jawohl Ja Jawohl Ui da haben sie aber was schönes hinbekommen Das ist ein schönes Bild von mir So So Der Chat voll mit Rübellosen so muss das Der Chat ist full Ah Ah Was ist denn los? Was ist denn? Ich hab Hunger Ich hab Hunger Da ist doch was Ich weiß nicht was Wer macht dir was? Macht dir ein Brötchen oder so? Macht dir ein belegtes Brötchen mit Honig Stimmt Ja Macht dir auch ein belegtes Brot? Stimmt eigentlich Bist du Bist Frau Brot? Also ist das erste wo ich rauf kommen würde Ich hab mir auch mit Knoblauch gemacht Frau Brot belegt sich erstmal ein schönes Brötchen Kann mir auch eine Suppe mit Knoblauch machen Ich kann immer mit dem Spruch kommen sind sie eigentlich schon belegt Ja Erst was öfters Hallo Wie das? Was öfters hörst du mit dem äh bist du eigentlich belegt? Ja Ja Hört man das sehr oft Ja Was sagst du dann mit was bist du belegt? Ja Kannst du auch Was ist das? Ja was denn? Ich möchte jetzt nicht über Belegen reden Das gibt's ja nicht Doch ich schon Ich wollte gerade doch über das Belegen reden doch doch War mir gerade wichtig und richtig So Wir sind gleich da Mhm Ach so was hier vorne ist das Ding Mhm So Wir sind hier, wir sind da Drei Ja Hier scheister Mann So Das ist immer real Ach warte mal Bevor wir aussteigen müssen wir gucken wo kommt man damit Immer weißt du mit hier drauf kommt aufs Dach des Hauses Sieht nicht so aus, als ob es möglich wär Das ist schlecht Ich muss niesen aber es geht Ja dann niest doch nicht Ja wenn es nicht geht Ja wenn es nicht geht Sag ich doch wenn es nicht geht dann geht es halt nicht Aber es tut weh Was machst du? Ja ich suchst da gerade was Au Ja Kleine von euch Ich bin gerade auf Krankenhaus Palito Du kommst nicht aufs Dach Nicht aufs Dach Das Dach ist zu hoch Du könntest nen LKW hin stellen dann geht es jetzt aus Aber wir können ja später mal nen Bus dahin fahren Die Frage ist halt ob du da oben gesichert bist Weil ich glaube das ist komplett flach oben Ja Ich sehe es aber von hier aus nicht Aber wenn es noch ein bisschen ne Einkerbung hätte wäre es ja perfekt Ich guck mal aufs andere Dach und schaue ob ich auf das Dach drüber gucken kann Weiß ich muss da was abchecken Du kannst sitzen bleiben wenn du willst Ok ja das Dach ist krass flach also würde ich nichts drauf machen Das ist zu heftig Da siehst du dann von allen Seiten Kennst du irgendeinen Ort wo nie jemand ist? Hallo? Ich verstehe dich so schlecht Ich verstehe dich so schlecht Ja äh vielleicht mal zuhören Hallo? Ich höre zu Bitte? Äh kennst du nen Ort wo nie jemand ist? Hauptplatz Bin gleich da Nee Kennst du nicht? Ich bin auf der Straße Olli Ok Sehr angenehm ja danke Hast du gerade einen sehr abgelegenen Ort Olli? Bitte? Nichts Schhhhh 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 Ja 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 Hm. Yeeeah. Der.. boah, das hier wäre ganz gut, aber hm. Hm, ich bin mir grad unsicher. Also du kennst kein Ort abgelegen ist, also wirklich nichts. Da nie jemand ist. Robberman. Nix. Weißt du, man will einfach nur schlafen gehen, stehen mit der 50 Kopf zum Haus. Der fehlt. Kann man da landen. Nee, ist auch kacke. Ach, das ist echt schwer. Also findet man einen Ort, wo keiner sich rumtreibt. Aber was Neues. Echt nicht so easy. Ach komm. Marius, du bist anscheinend sehr diskutierfreudig. Oh, hier ist alles jetzt hier und du kannst es auch nicht anbauen. Brandy hilft das auf Streife rum. Oh, guck mal. Die werden nämlich grad hier zwischen. Da ist viel Gras und so, ne? Ja, 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 ja. Ich guck gerade. Das Ding ist, die Jungs brauchen die noch ein bisschen. Weil die nur Verkehrsmittrolle sind. Echt hier hinten irgendwie? Hm. Muss ich mal gucken. War früher auch immer anders. Heutzutage musst du genau überlegen, was du machst. Ich schau mal hier runter. Hier, ich noch mal da. Ja, tut mir leid. Es ist nicht so einfach. Da haben wir angebaut, ne? Aber hier unten vielleicht in dem Waldgebiet hier. So mitten auf einer Straße würde ich auch fühlen. Oder halt wirklich mitten im... Nee, ich will irgendwie machen, dass es nicht mehr so auffällig ist. Also irgendwie... Hm. Das fangen wir schon mal an, hätte ich gesagt. Brauchen wir ein bisschen länger. Gut, dann ich suche mal einen Ort. Also ich habe ein gutes Gefühl, wenn wir... So, wobei ich hier bin, ist mir gerade ungut. Ja, ich glaube ich weiß, wo. Ich weiß, wo wir hinfahren. Pass auf. Na ja, hier fuhl mal hin. Da sind wir ungestört. Das ist genau, was wir machen, Leute. Scheiß mal auf Palito. Wir bauen mitten in der Wüste an. Ach, Blitzer. Da ist nämlich nichts los. Da ist so ein Punkt. Ich dachte, ganz kurz... Runter geht's, Alter. Uhuhuhu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wette, was mit euch jetzt fliegt gleich R1 drüber, genau jetzt, R1 denkt sich so, Ah, ich habe jetzt mal Bock hier drüber zu fliegen, genau. R1 hat wieder richtig Bock, aber der R1 Zug kommt gleich angemettelt. Oh, das wäre so schön, wenn wir Züge hätten, ne? Zeigst du ab 2 Millionen dein Gesicht ab, Bruder? Ganz, es gibt sicher gleich ein Timeout von irgendeinem Mod, weil er sagt, wir haben irgendwie so ein aufgedingstes, wie heißt das hier? So in Regeln steht er immer so drinnen, kurz zeigt dein Gesicht dicht, Privatsphäre und so weiter, wird sicher gleich reingepostet. Oder auch nicht, habe ich gerade gelesen hier. Meistens macht das die Mods. Bei uns Gewitter, der ist so schlimm. Ja, Gott sei Dank heute bei mir nicht. Wobei bei uns auch Gewitter angesagt war, ne? Wurde angezeigt. Wurde hat wieder ein Zwanni, Superchat raus. Der Gisi Plotzenberg. Na, schau mal, ob das eingeblendet wird hier von Gisi Plotzenberg. Da hat ein Zwanni, ohne was dazu zu schreiben, der Ehrenbruder. Vielen Dank. Einfach auf den Zug anbauen, das wäre geil. Ja, geht leider nicht. Props haften leider nicht an Sachen. Hey, die Thrifty ist Überfall. Ah, da kommt der Überfall hier rein. Doch, das funktioniert. Geil. Äh, Marco? Äh, komm einfach raus, komm aus dem Haus und wir werden dich. Ja. Ne, aber ernsthaft, willst du es jemals zeigen? Also, kann schon mal sein. Also, wenn ich irgendwann mal sage, ich habe Bock drauf, dann mache ich es. Ganz ehrlich, also, ich habe ja kein Problem mit. Derzeit denke ich mir nur so, ich bin ein, ähm, ein sehr zurückhaltender Mensch. Und, äh, das heißt, ich lebe sehr gerne zurückgehalten und nicht so in der Öffentlichkeit. Ich mag es auch nicht, wenn ich in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt stehe oder so. Kann ich gar nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo mal hingehe, einkaufen oder so. Und dann kommen Leute auf mich zu und wollen ein Foto oder sowas. Weißt du, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin nicht so ein Typ. Und das macht mir so ein bisschen bange. Weil, wenn du dich einmal zeigst, dann ist es raus und dann hast du das Ding für dein Leben lang so. Also, dann, solange du halt YouTube machst, ne? Äh, wo seid ihr jetzt alle genau? Vielleicht dann in 20 Jahren, wenn du alles liegen und fallen lässt, dann kennt dich keine Sau mehr so auf die Art und Weise. Aber ihr wisst das nicht, also, sobald du dich ja zeigst, ähm, ist aus. Dann, ähm, weiß jeder, wer du bist. Und dann musst du damit leben, dass du, wenn du wohin gehst, dich Leute erkennen werden. Und die werden dich ansprechen. Und ich bin wirklich da sehr, eher, ähm, schüchtern und zurückgezogen in die Einsicht. Und auch, was die Privatsphäre angeht, wenn ich mir denke, ähm, ich kann euch mal was erzählen. Äh, bei mir, also das weiß ich jetzt nur durch ne Quelle. Wie heißt doch mal, wo seid ihr jetzt alle? Bei mir war anscheinend schon mal jemand vor der Haustür. Äh, im Fall am Fahrstuhl. Von meinen, obwohl, äh, mein Adresse findest du nicht. Ich weiß nicht, wo du dir her hast, der hat irgendwo meine Adresse hergefunden. Ich versuch's seit einem halben Schlaf. Äh, die findest du sonst nicht. Und. Der hat tatsächlich anscheinend, also, was ich mitbekommen hab, hat er anscheinend, von meiner Einfahrt ein Foto gemacht. Da, wo ich wohne. Und ich find das ziemlich creepy, weil, äh, ich hab Überwachungskameras bei mir zu Hause. Und ich hab ihn aber nicht gesehen. Ich hab den nicht auf der Überwachungskamera drauf. Keine Ahnung, was er... Ja, ja. Der ist, gut, er ist auch nicht auf dem Grundstück gewesen. Überwachungskamera darfst du nur auf dem Grundstück. Also, er ist nicht reingegangen. Er hat aber anscheinend die Einfahrt da fotografiert. So war das. Und ich hab das zugesendet, also, nur zugesendet bekommen, dass das wer gemacht hat. Ob's stimmt, weiß ich bis heute nicht. Mir wurde nun gesagt, also, das war damals, äh, 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 das war damals Nixen, der mir das gesagt hat. Dass ihm ein Foto zugesendet wurde von meiner Einfahrt. Ich weiß aber bis heute nicht, ob das wirklich meine Einfahrt war oder nicht. Ich weiß es nicht. Echt? Und das fand ich schon ziemlich creepy, in der Hinsicht. Ich fand das so hart creepy, wenn du dann vorstellst, wenn du dann in der Öffentlichkeit lebst, hast du vielleicht Leute, die da einfach nachfahren so, weißt du? Die fahren dir dann nach und schauen dann, wo du wohnst oder so, du weißt ja nicht. Das fand ich halt hart creepy. Das ist richtig hart creepy, Alter. Ich versteh nicht, warum der auf einmal da hinten war. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Also das war, äh, ich weiß halt bis heute nicht, ob das stimmt, ob das passiert ist. Weil ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls sollte mal irgendwas passieren, dass irgendwer mal reinkommt oder so. Ich hab halt komplett Videoüberwachung und alles dabei. Brauchst du heute leider, heutzutage ist leider so. Aber alleine, dass du jetzt schon, obwohl du unbekannt bist so, irgendwelche Leute hast, die maybe irgendwie durch irgendwelche Infos durch, durch Bekannte von damals oder so, ich weiß nicht. Ich glaub sogar teilweise, dass das durch manche Bekannte von damals zustande kommt, die mich jetzt halt noch kennen so. Die da irgendwie die Infos haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall sehr creepy, wenn du nur drüber nachdenkst, dass irgendwelche fremden Leute vor deinem Haus stehen. That's it, ne? Und dann sich zu zeigen würde das halt noch ein bisschen, du weißt halt nicht, ne? Leute, die wollen ja auch nichts Gutes. Ich mein schon mal bei Monta wurde einfach eingebrochen. Wobei bei Monta muss man aber auch sagen, der zeigt halt auch, was er hat, ne? So bin ich jetzt nicht. Ich hab schon meine Sachen so, die ein bisschen was wert sind. Zum Beispiel meine, meine GTA-Sammlung. Aber halt bei Weitem nicht VGA's im Wert von mehreren hunderttausend Euro oder so. Weißt du, sowas hab ich nicht im Haus. Das ist ja das Ding. Ich hab keine, keine Wertgegenstände hier im Haus liegen, die mehrere hunderttausend Euro wert sind. Auch keine Rolex und kein gar nichts. Was irgendwie so einen Wert hätte. Und wenn ich mal so denke, so ein Monta, der zeigt halt her, was er hat. Das sind mehrere hunderttausend Euro, die er immer gezeigt hat. An VGA's, Rolex und was auch immer. Ist halt dann auch creepy, dass dann die Leute das natürlich sehen. Und irgendwo wird halt eingebrochen, ne? Darauf muss man halt... Oder bei Alcrimax zum Beispiel. Alcrimax wurde ja in der Tiefgarage bei sich zuhause einfach überfallen. Da hat wer auf ihn gewartet. Da hat einfach wer auf ihn gewartet. Er wusste halt, Alcrimax trägt so seine Rolex-Uhren, dies, das und seine Armbänder. Der wurde einfach in seiner eigenen Tiefgarage Pops genommen. Einfach so. Das ist halt schon... Also wenn du das weißt, so. Wenn du das weißt, dann denkst du halt zwei- und dreimal drüber nach, ob du dich wirklich mal zeigen möchtest oder nicht. Und das ist so der Punkt einfach, wisst ihr? Weil die Leute mich immer so oft fragen, warum zeigst du euch nicht? Das ist so der Punkt einfach. Weil es gibt einfach Leute, die wollen dir einfach nichts Gutes. Es gibt das auch. Es gibt genug Leute, die was Gutes wollen, aber es gibt auch Leute, die dir was Böses wollen. Das ist das Ding. Und darüber denken so viele nicht nach, wenn sie nicht in dieser Situation einfach sind, dass sobald du dich halt einmal gezeigt hast, gibt es kein Zurück mehr. Dann war es das. Dann bist du für immer irgendwie im Vordergrund und die Leute wissen alles von dir so irgendwie gefühlt. Ist halt das Ding, ne? Unser Nachbar hat einen Mann mit einem Messer in der Hand per Kamera im Garten. Das ist auch nicht schön. Wie gesagt, man muss heutzutage echt... Also wenn ihr in einem Haus oder so seid, ihr braucht echt eine Kamera heutzutage. Es gehen echt krasse Zeiten um. Und da ist so eine Kamera, kostet ja heutzutage nichts mehr. Wie du so von, äh, so eine IP-Kamera dir holst. Das kostet ja heutzutage nichts mehr. Das hat ja damals saumittel viel gekostet. Und wenn du dir sowas mal zulegst, ist das schon gut. Ich hab, äh, fast Dings, der Bumms da hier. Ja fast. Wollt ihr noch mehr gefragt wollen? Ich meinte die Leute, die gerade ein bisschen, äh, an den grünen Daumen am trainieren sind. Soll ich dir Location senden? Ist für nett. Ich schau mal, ob ich dich per Handy hab. Ist gut. Walker hab ich. Freddy hab ich. Wenn nicht, äh, sagt Bescheid, dann schick ich dir vorher eine WhatsApp. Ah ne, wir haben ja, in der, in der Liste kann ich dir ja senden. Nicht, Trottel. Ich send's dir in der Liste. Stimmt. Wo ist er denn? In, äh, in Sattel am Habub. Ollo. Wo ist er denn da drin? Hast du er bekommen? Ja, das ist angekommen. Perfekt. Ja, das ist klar, Wundernix. Ui. Wundernix hat seine alte Adresse gezeigt. In aktiven Mund hat keine Rolex bei sich. Und der Crymax wurde auch eine Ice-Out AP geklaut und ne, ey, wie Uhntasche geklaut, alter. Ist schon ein Taschentuch dabei. Nicht schön. Ein Taschentuch? Ja. Ich hätte jetzt nur ein Wasser dabei. Hm. Ja, reicht auch. Danke. Liegt es an den Pflanzen? Ah. Alexa, stell den Timer für 30 Minuten. Wir haben alle, glaube ich. Jawoll. Da kommen noch Leute dazu. Wir fahren mal weg. Oh, die siehst du. Die siehst du von ihr gar nicht, ne? Guck mal. Wenn du vorbei fährst, siehst du null. Oink. Oink, oink, oink. Oink. Oink, oink. Oink. Oink, 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 oink. den Dünger raus. Du kannst auch mal den Dünger rausholen. Bis später. 11.20 rausnehmen. Ui. Schick. Schick. Oh leider verschlossen das Ding. Schade. Warum hustest du denn so viel? Ah. Brauchst du einen Hustenbonbon? Oder sowas? Ein Hustenbonbon? Brauchst du nicht? Ich schaue mal Schiffe ran vorbei. Ob der jetzt nicht mal hier anbietet oder nicht. Ich weiß nicht, ob das keiner sieht. Das sieht keiner, ne? Wir sind jetzt kurz da. Bist du auch grad an der Stelle? Ich bin grad meine Pflanzen am setzen. Du kannst das Auto unten auch hinstellen. Da kannst du das bisschen überdachten bei dieser No Trespassing Dingsbums. Ach so. Da hab ich mal vorhin hingestellt. Weil es da nicht so auffällt. Aber der Spot ist gut, wenn du da vorbeifachst. Du siehst es gar nicht. Und vom Berg sowieso nicht. Ich hätte es jetzt grad auch nicht gesehen. Oh. Also da müsste schon die R1 drüber fliegen. Du kannst jetzt hier unten dieses Tunnelgebobens hier, ne? Ja, also ich hab da mein Auto so ein bisschen reingestellt. Dann sieht man es auch nicht so auf den ersten Blick wenn du mit der R1 drüber bist. Hab ich dir schon das neue Anwesen gezeigt? Keine Ahnung. Also das letzte Mal hast du mir die Villa gezeigt. Ja, ja, die Location. Das ist, äh, die noch hier ziehen wir um. Aber sag's bitte keinem. Okay. Das soll nur wir wissen, dass wir umziehen, die anderen sollen es nicht wissen, sonst sollen sie was erfahren. Du, an das Auto hastest im Rand gesetzt worden. Perfekt. Und ich wollte mir schon ein neues Auto kaufen heute. Ich hab nur drei. Mit drei Autos? Ja. Laber nicht. Zwei davon wurden mir geschenkt und das eine... Du hast drei Autos. Das war der R34, dann der normale GTR 35. Ja, Subaru. Und dann das andere weiße Subaru. Ach stimmt, der. Das sind deine drei Autos? Ja. Brauch ich. Wieso? Weil es nur drei Autos sind. Ja, die mag ich halt. Was weiß ich. Kannst du so fliegen damit, oder was? Ja. Scheiße. Tut mir leid für dich. Boah. Was weiße. Wie kann das eigentlich sein, dass andere Männer mir ein Auto schenken, oder du nicht? Ähm... Wer hat sie ein Auto geschenkt? Unglaublich. Der Matthew von der Mechaniker. Ah, ich hätte... Und? Ich dachte jetzt, dass das hier Dings ist. Hier Toni. Und Shido von der Mechaniker. Wer ist Shido? Also Mechaniker. Alles Mechaniker. Der, äh... Ja. Was ist denn hier los? Der mit dem... Der an die Kamera gelächelt hat. Was ist denn hier los? Willst du mein Auto mal schnell umsteigen auf was neues, frisches? Er muss sich halt anbauen. Warum steht da ein Clown? Das ist ein Bellinger, Mann. Kein Clown. Okay. Wird der Clown, oder was? Wird der Clown sein? Das ist mein Gesicht. Natürlich ist das ihr Gesicht. Mama sag's, ich bin hässlich. Solange sie stolz sind. Oh yeah. Okay. Dann ist ja alles gut. Soll ich mal mein... Soll ich mal mein Dings raus, so mein P1? Ich überleg gerade P1. Ich hab so viele Autos, Alter. Ich hab so viele Autos. Ich fahr so wenig davon. Uff, war das knapp. Uff. Was ist das knapp? Performante, Bulldozer, GTI, GTI. Ja, ich hol das Ding raus. Hab's gleich. 2 Sekunden. 1, 2. Aber sie kennt das Ding noch nicht. Chef, er muss wieder flexen, ja? Ne, ich wollte noch mein neues Auto zeigen. An die Dame. Mit der schönen grünen Farbe. Schau mal. Ja, okay, der ist schön. Und schau mal. Siehst du das Shirt und die Farbe des Autos? Passt das gut zu sein? Geile Farbe, ja. Ja. Ich hatte nämlich an irgendeinem Tag auf einmal den Drang, einen grünen P1 zu fahren. Okay. Auf einmal aus dem Nichts. Das kam wie aus dem Lauf geschossen. Grüner P1. Musste sein. Ich war nämlich die Fan von dem P1. Was so? Ein lilaner P1 daneben. Das stimmt, ja. Vielleicht mal zum Geburtstag oder so. Aufgerüstes. Achso. Aber dann müssen wir... Ja gut, der gute Mann muss noch ein bisschen sparen, damit er das schenken kann. Kennzeichen Maxi King, aber das geht sich nicht aus mit Maxi Queen, geht sich nicht aus. Maxi Queen, schade eigentlich. Wäre lustig, wenn sich das ausbilden würde. Dann halt Queen ohne Maxi. Aber sag mal, was heißt das für den Wagen? Also, bis auf jetzt die Farbe insgesamt der Wagen an sich selber, findest du den auch schön? Ich finde die Farbe macht's aus, bin ich ehrlich. Okay. Ich hab die nämlich schon anders gesehen. Mhm. Schreib mal ein. Da fand ich ihn nicht so hübsch. Achso, Grell Pink wäre auch noch eine Option, Cheffe. Grell Pink wäre auf jeden Fall eine Option. Ich fall mal sehr gerne so rum. Okay. Was für eine Anspielung, dass Frau Brot stinkt, oder? Nein, 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 nein. Aber schau mal, siehst du die Flaps? Oha, das hast du gesagt. Hast du schon mal gesehen, dass da die Flaps aufgehen? Hä lol, hä lol. Was? Noch nie bemerkt? Hä? Wie mit Motorhaube oder was? Nö, nö. Die Türen hinten links und rechts. Echt? Ja, steig mal ein da hinten, ne? Kannst du Flaps aufmachen? Ja, warte, Moment, steig mal kurz ein. Ja, warte. Ja, einfach einsteigen. Schau, einfach Flaps. Fast, ja, ist jetzt gut. Ich schau, das sind die neuen Blinker. Guck mal, wenn du links fahren möchtest, oder rechts, machst du so. Und dann, wenn du links abbiegen möchtest, machst du so. Als würde er blinzeln, ey. Schon cool, dass die Flaps aufgenommen hat. Hey, ich hab das Auto jetzt seit einem ganzen Jahr und hab noch nicht gecheckt, dass es hat. Ich weiß auch bis heute nicht was, ich glaub das einfach, dass die Luft besser rauskommt. Wir wollen vom Brunnen attackieren. Irgendwie so was. Wir wollen vom Brunnen attackieren. Wir wollen vom Brunnen attackieren. Dann fahren wir mal. Viel Spaß. Danke, dann zeig ich dir mal was ne Hake ist und ich meine keine Garten Tipps. Warte, jetzt muss ich ihn aber mal was fragen, ich frag mal kurz den Officer. Das Ding ist, ich bin voll bewaffnet, das wird schon mal geiler. Hallo, meine Frage, warum dürfen diese Clowns ja eigentlich maskiert rumlaufen, da kriegt noch mehr Angst. Was keine Straftat? Was keine Straftat? Okay. Ich dachte, Maskierung der Öffentlichkeit ist illegal. Ne, also wenn man sie identifizieren muss, muss sie abgesetzt werden. Oder Personalausweis, wenn das okay ist oder halt nicht verlangt wird, dann ist egal. Da kann man auch maskiert rumlaufen. Okay, aber ich dachte nach dem Recht gibt es ein Vermummungsverbot. Das wäre ja Halloween auch ein Problem. Ne, ne, also Halloween ist ja festlich. Festlich darfst du, aber ich dachte es gibt ein Vermummungsverbot. Ich freu mich auf Halloween. Wie, bitteschön. Gibt's ja kein Vermummungsverbot eigentlich. Doch schon, aber ich sag's mal so, wir sind nicht vom PD und PD sagt A und B. A und? A und? Ein Marschulauto oder ein normales Auto? Achso, sie sind Marschall oder was? Ich bin halt hier unten will ich fahren. Achso, das heißt, wenn ich jetzt strasen würde, wäre es ihnen voll egal. Ja. Korrekt. Cool. Na, wünsch dir einen schönen Tag. Jo, bei uns sind bitte kein Unfall. Ne, alles gut. Danke. Ist ja voll cool. Ich wüsste nicht, dass das Marschall sind in dem Auto. Ja. Kann ich einfach mal rasen. Halt dich an. Du musst noch eine setzen, dann muss ich stimmen und dann bin ich bei dir. Okay. Ah, ist das so schön. Geht's dir wohl gut? Mhm. Perfekt. Jedenfalls, wir ziehen bald um. Das heißt, wir müssen die Sachen packen. Ja. Und, äh, da müssen wir halt alles rüber verschiffen, was wir halt brauchen, ne? Waschmaschinen. Waschmaschinen. Die Kleidung. Die Waffeln. Die Waffelmaschinen. Akkordaufsätze. Ja. Aufsätze. 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 Ja. Frag mich nur, sollen wir den hier weg tun oder soll der hier bleiben, der Brunnen? Ja. Wie schön denn schön? Wir können auch einen Baum, ich denke mir nur, wenn wir hier so Gespräche haben, ist ja immer der Brunnen. Ja, ist doch schön. Ja, ob man da vielleicht einen Baum reinsetzen möchte. Oder einen Whirlpool. Ein Whirlpool? Die Mitte rein? Ich hab schon ein Gefühl. Den Baum hab ich schon gesagt, der muss noch gefällt werden hier. Der wird gefällt. Mhm. Verstehe ich. Das stört mich übelst. Und wir pflanzen noch ein paar Bäume hin. Oh, die haben die eigentlich gesagt. Vielleicht einfach mal ein Arzt. Ein DJ-Setup kommt noch hin. Habe ich auch noch Bock drauf. Ja. Äh. Ja, keine Ahnung. Ich muss morgen nochmal ein Trauschen. Dann lass ich nochmal meine Hatschen durchchecken. Und dann hoffe ich mal, dass ich den Rollstuhl endlich mal weg habe. Ich überleg nur gerade, wo ich mal den Parkplatz haben möchte. Ich glaube, ich werde hier vorne mal... Oh, stimmt. Ich glaube, ich werde mich hier mal als Chef für einen Park oder so. Hier so. Chef für Parkplatz. Pablo wollte ich auch sagen. Ah, mal schauen. Ah, ich freu mich da drauf. Wenn das hier... Der Gärtner macht ja schon alles ready für die Bäume und so. Ich hab einen Vertrag gekriegt. Doch, hast ja. Ist echt cool. Also, wenn es läuft, denke ich mal Samstag oder Sonntag. Ich muss euch da so alleine stellen. Mit dem Umzug. Muss man mal gucken. Habe ich nicht gesagt. Samstag oder Sonntag. Das wird schön. Das einzige Ding ist halt, wir sind ja direkt mitten in der Stadt. Ja. Würden wir den Fallen lesen. Würden wir nicht vergessen. Aber was geil ist, wollen wir auch einen Golfplatz nehmen. Wenn wir euch spielen wollen, gehen wir Golf spielen. Ja, siehste. Und jetzt passt sie drauf. Ja, du bist froh da. Also, was steht denn hier eigentlich drauf? Du und ich darf jetzt muss... Steht nur drauf. Achso, steht da bei uns. Ich dachte, da steht was drauf. Gut. Ich glaube, ich habe gerade den Fuß geboren. Der muss krank machen. Hehehe. Marco, ich bin ready. Warte, hier war irgendwo das Kartell da. Irgendwo waren das ja nochmal. Da vorne oder so. Ah, hier. Das ist der Park wieder. Da war davor das Kartell da. Die haben den Park abgerissen. Den hier. Mhm. Und dann war hier das Kartell. Die haben hier wieder alles schön gemacht. Zu einem richtig schönen Park. Ich finde das jetzt viel schöner hier. Oder? Hübsch, ja. Ist hübsch, ja. Das ist nämlich auch cool. Da können wir uns jetzt immer treffen. Auf einem Parktreff. Ein Parkbau. Ein Picnic-Date. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo sie ist, aber ungefähr. Die Gegend hier insgesamt sehr schön. Ja, ist schön. Ja, ein Copthaus. Da war ja das FD auch früher. Da war das FD früher. Da war das FD früher. Kreuzung. Überhalb vom Arbeitsplatz. Da ist jetzt unser Kundenparkplatz so gesehen. Weil ich dachte. Das ist jetzt. Jetzt wird eine Pratt gemacht zu einem Parkplatz wieder. Stimmt, ja. Da durch, ja. Ist bisschen komisch jetzt zum Fahren. Das Ding ist, was soll irgendwie jetzt groß ausrichten. Das FD hilft da gerade. Ähm. Aber warum sollen die durchsuchen? Für ja, die hat ja immer nix gemacht. Aber vorher gesagt, glaube ich. So, wenn ich gehört habe. Ich würde sagen, ich glaube auch. Ja, gut. Das war ja hier irgendwie, ne? Nö. Da vorne war's. Das ist jetzt ein riesengroßer Parkplatz hier, ne? Oh, es ist traurig. Das ist schon sad. Oh, es ist traurig. Die Erinnerungen, die man da gehabt hat. Jetzt ist es weg. Du hast da viele schöne Erinnerungen. Ja. Wennst du die Location ja besser ist früher. Ich weiß nicht, wer sitzt da noch drin? Ja. Echt? Location, da ist er schon, ja. Mhm. Muss ich auch sagen, man vermisst man schon ein bisschen. Ja, das ist echt schwer. Ja, ich hab das ganz ehrlich verhandelt. Darf mal das FD. Entschuldigen Sie bitte. Sie zerstören hier gerade alles. Können Sie vielleicht weggehen. Sind Sie mal so lieb. Warte, ich probier mal was. Hallo. Warum haben Sie so einen riesen... Ey, schon mal der hat doch einen riesen Kopf, oder? Guck mal. Schon, ja. Im Vergleich zu mir den riesen Kopf. Alter Schwede. Ja, du bist auch ein bisschen stärker. Dann greift sich das aus. Ich probier mal was. Kannst du mal kurz aufstehen, der Herr? Und der ist, der ist ziemlich schlank. Du bist mehr breit, weißt du. Oh, um Gottes Willen. Entschuldigung. Ich schubs ihn noch nicht. Ich schubs ihn noch nicht. Ich will, dass es da geht. Tut mir leid, ich wollte es nicht schubsen. Ich will einfach... Er geht wie angeschissen. Guck. Jetzt hätte er sich eingestuhlt. Ja, das wird der neue Kundenparkplatz hier. Hier, wenn man den, äh... Hast du trainiert? Ich will mal ein großes... Ich hab, ich hab trainiert. Das ist das Shirt. Du bist... Ach, okay. Was? Ich dachte mir, du bist oben so breit. Ja, das ist das Shirt. Das ist der Schnitt des Shirts. Okay, okay. Ähm... Und vielleicht hab ich ein bisschen trainiert. Ich kann dir mal was zeigen. Eins. Zwei. Und bei drei hört's auf. Drei. Vier. Fünf. Sech. Ja, gut. Ich kann sechs. Also fünf. Oder war's das? Hast du ein Fernglas für mich? Äh, warum? Hast du eins für mich? Negativ. Ich hab aber einen Taucheranzug. Ah, okay. Nevermind. Du hast brauchst ein Fernglas jetzt. Nee, passt schon. Okay. Ja, aber das wird Kundenparkplatz. Da kannst du dich dann auch hinparken, wenn du Kunde bist. Denn der Kunde ist König. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß schon. Ach, das wird so schick hier. Ich schwöre, ich freue mich da so drauf. Weil wir haben endlich unsere eigenen Mülleimer. Guck hier links. Ach, du darfst du nicht zu viel schubsen, sonst geht's ab. Warum? Ach so, nee, das war nur beim Öfti. Was? Okay. Ach so, okay. Ach, die haben Party gemacht, wenn du sie geschubst hast. Ah, okay. Gut zu wissen. Danke. Sehr cool. Hast du an den ganzen Tag gehört? Der Herr, das König, gestüt muss durch. Alexa, wie lange geht der Timer noch? Was ist das? So, wir haben noch 12 Minuten, dann müssen wir zurück und dann schauen wir mal, ob das da abgeht mit dem Prinzchen. Ja, du, das ist der Job von uns, ne? Wir müssen da schon gucken, dass wir über die Runden kommen. Braucht ihr eine Bürokauffrau? Vielleicht. Äh, uns wollen gerade tatsächlich zwei Typen Mops nehmen, ne? Wo denn? Wo? Äh, was ist das für ne Tankstelle? Klein Sandy, die Tankstelle. Ein Sandy? Klein Sandy hier, da hinter, also im Gelände da, die Tankstelle direkt. Und was haben die gemacht, dass die euch jetzt auch nicht abgesehen haben? Wir haben die Wettbewerb getrunken. Wir haben die Wettbewerb getrunken. Wir haben die Wettbewerb getrunken. Ich hab denen gesagt, würde ich lieber nicht machen. Dann haben sie Olli gesehen mit der Wester und dann meinen sie, den machen wir doch nicht. Okay, tschüss. Hahahaha Was ist krass? Wann sind das aber irgendwelche Leute, oder was? Ahnung, irgendwie. Welche mit Affenmasken und Evo. Ich weiß nicht, wer das war. Okay. Und den roten Oberhaul hatten die anderen. Keine Ahnung. Ich muss schon wieder tanken fahren. Ich schwöre dir, das ist das Ding. Da habe ich schon Richtung, äh, Dings rüber. Jetzt ein Juve Raub mit Shandle. Würde ich fühlen. Kann aber nicht jedes Mal einen Raub machen, ne? Äh, Kingtus Pro, kannst du meinen Freund den Ben grüßen? Nein, hast du grüßt mit dem Ben? Jawoll. Mendo, hab mir dein 1 zu 7 Sportrucksack geholt. Ehre. Mendo, vielen Dank. Ich bin's, äh, Drahtzer Brezel. Hab mich umbenannt. Kannst du heute mal wieder Grand AP spielen? Heute nicht, heute nur, äh, RLO. Heute komplette RLO-Stream. Ben? Inz 14. Kennst du dich noch? Kenn ich nicht. Ohne Titel Hackfleisch, kneten ist wie Tiere streichen. Nur später. Oh, was ist das denn, ey? Ohne Titel. Oh, ne. Ja, hab ich auch noch nicht gehört. Äh, Julien Bahr. Viele Grüße aus Leipzig. Freue mich auf 3.0. Ich hab mir befreut uns alle drauf. Und soweit ist. Wird sehr viel auf dem Kopf stehen bei uns. Also da wird auch die Wirtschaft auf jeden Fall besser sein. Da freue ich mich auch sehr drauf. Die jetzige Wirtschaft ist so, dass die Leute echt viel Geld haben. Auf RLO. Also wirklich viel. Es ist sehr schnell ihr Geld zu machen. Aber unser Ziel war es ja auch, dass man irgendwie, ähm, wirklich auch Spaß haben kann hier. Aber wir müssen auf jeden Fall die Wirtschaft so, äh, ein bisschen runterkurbeln, dass das alles etwas fairer aufgeteilt ist, ne? Mal gucken. So, jetzt fangen wir mal zum Pflänzeln. Gucken wir uns das mal an. Auf die 6.500 Likes, Leute. Hauen wir mal raus. Lass mal ein Herz in deinem Chat, wenn noch alles aktiv dabei ist, Leute. Wer ist alles noch active in den Chat? Schreibt mal mit Herz rein. 2. 2. 2. 3. 3. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 1. Okay, und ich sag dir schon seit gefühlt Minuten, dass ich pipi muss. Ach so, sag doch. Und du redest, ich redest doch mit dir. Ich hab dich nicht gehört, du bist so leise. Ich hab die ganze Zeit, hallo, hallo. Ich hab nichts gehört. Ich piss hier gleich in diesen Sitz. Ja, warte, ich fahr rechts ran. Ich muss Lolo, es tut weh. Ja, ich mach gleich, warte. Ja, hier kannst du Lolo gehen, da nervst du schon stattdurch keinen. Wo soll ich jetzt? Ja, da kannst du reingehen, da kannst du Lolo machen. Ich soll jetzt in den abgestoßen. Ich komm mit und film das, komm. Da. Da gehst du rein zu der Frau und da gehst du jetzt Lolo in die Ecke machen. Entschuldigen Sie, Dame, ich muss mal pipi. Ach, das ist gleich. Entschuldige Dame, können Sie mich gleich weggucken. Hallo? Hallo? Danke. Weggucken, danke. Wie mache ich jetzt pipi hier? Du, eigentlich, weil ich das durch jeder Pipi warst. Hier ist eigentlich die Toilette. Hier in die Ecke pisst, guck. Warum hat die Frau Angst? Äh, nee, ich... Alles gut. Hier geht's. Super. Ich warte dann unten auf dich. Ich bin jetzt nicht hier gestühlt. Ich dachte gerade, das Auto ist Gold geworden. In die Uhrzeit, guck mal. Sieht aus wie Gold, ganz kurz. Oh, was bist denn du für eine Süße? Oh, guck. Was ist das für eine Süße? Ich muss Lolo. Ah, bist du süß. Oh, nicht wegrennen. Das königliche Gestüt. Oh, wir brauchen Pferde, Alter. Auf 3.0 holen wir uns Pferde. Dann können wir so... Dann können wir mit der Polizei Pferdestreifen machen. Ey, wie lustig wäre denn das, Leute? Wenn die Polizei mit so Pferden ankommt und dann aber wieder auf Streife geht. Dann muss ich feiern. Ja, Eikes. Eikes Propane Gas. Propan wird hier gelagert anscheinend. Ist ja auch noch nicht aufgefallen hier. Better Burning Propane, okay. Eigentlich, wenn ich dann hier gegen schieße... Ach, guck mal, das ist aber nicht gewollt, ne? Ich sehe das auch. Seht ihr denn den Zaun da? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Bug von Rockstar. Rockstar hat da ein Mapping falsch gemacht. Weil das ist ein halber Zaun. Das heißt, der müsste hier anschließen. Das tut er nicht. Guck mal. Da hat Rockstar im Mapping was falsch gemacht. Rockstar Games, ihr habt es geschafft, nach Jahren, dass hier anscheinend der Zaun fehlt. Guck. Das kriegen selbst 4 bei 1 zu 7 besser hin. Was ist denn da los? Hier auch, guck. Das ist eigentlich ein Zaun drumherum. So, guck mal, Rockstar. Wo ist die so ein Problem passiert? Rockstar Games, was machen wir denn da jetzt? Ohne man sich jetzt ein Königliches Gestüt. Oder wie schaut's aus? Xion's Grüne P1, Sankt für den Euro. Mendo. Was ist auf Wasser? Kann aber nicht schwimmen. Schandl ohne Schwimmführer. Was für Schein. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist doch kein Witz. Richtig sch... Das ist doch nicht mal ein Joke oder so. Und, ging's? Oder hat die zugeguckt, die alte? Ja, hab ich dir die ganze Zeit geheult. Ja, keine, ich konnte nix dafür. Ich muss nochmal umdrehen. Ach, warte, dass ich gucke, ob das Ding offen steht. Bitte sagt, das ist offen. Nein, ist das offen? Schade, ey. Wie geil wäre es, dass das Ding offen steht. Auf geht's aufs königliche Gestüt. Schatz, jetzt tut mir leid, ich bin's los. Aber du wirst sowieso nicht durchsucht, außer du hast keinen Führerschein. Machst du einen, dann? Ja, ich weiß nicht. Zieh jetzt schon mal die Maske auf. Ich bin's. Ich hab von dir noch gar keinen Führerschein gehört. Markus und deine Bands angemeldet. Nein, warum? Er meinte, wir sollen sie ihm anmelden. Da kriegst du halt eins von mir, aber es ist halt jetzt mit Maske, ne? Immer diese extra Wünsche. Ja. Äh... Äh... Alexa, Timer, stopp. Ha! Schauen wir mal. Nicht schon. Sollten schon gehen, so langsam, ne? Ja. Gut, also wir machen jetzt fertig. Jetzt bin ich aber gespannt, ey, ob wir damit durchkommen oder nicht. Die sind doch nicht meine. Auf geht es aufs königliche Gestüt, meine Damen und Herren. Aufs königliche Gestüt. Boah, ich muss echt einen Charakter machen, der so denkt, er ist halt der absolute King, ne? So ein König. Da redet er dann wirklich so geschwollen mit, das königliche Gestüt kann kommen. Sir William von Winston möchte jetzt mit dem königlichen Gestüt abgeholt werden. Das wäre so lustig. Aber ich glaube, den Charakter muss ich öfters machen bei Bankräumen, Alter. Das wäre richtig lustig. Immer so, immer so ein König. Aber da muss ich immer diese Königsmaske aufhaben. Dann wäre ich bekannt als der Königsräuber. Bis jetzt wurde ich ja noch nicht damit gefasst, ne? Genauso wenig wie dieser eine Jens. Ja, ich bin der Jens. Müsst ihr mal gucken. Ich habe ja so meine Überfallscharakter, die ich immer spiele, wenn ich einen Überfall mache. Das ist genau das perfekte Ding dafür. Ja, aber der Spot ist echt legit gut. Das ist wirklich ein sehr guter Spot. Ich habe noch nie einen Cop hier vorbeifahren gesehen. Außer das letzte Mal, wo ich mit einem Monster Truck gekommen bin. Da hat er aber, glaube ich, auch ein Notsignal oder irgendwas gesendet. Alles, hat alles geklappt, Barbloch. Oder sonst. Bitte? Das hat alles geklappt mit Larissa. Schön. Da ist Larissa. Achso, sie ist ja bei uns. Die ist ja neu. Larissa ist ja bei uns. Wer ist Larissa? Hä, was, Digi? Man höre sich das flotte Mund weg dieses jungen Herren an. Ah, das hat sich genauso an, ey. Wie wäre es mit einem Soldatencharakter? Ja, den hatten wir auch schon. Das ist daher, ähm... Ober... Oberleutnant... Wie heißt er nochmal? Schnapsel. Na, Oberoffizier Schnapsel. Den haben wir schon. Wir haben zwei Charaktere für die Überfälle, die bis jetzt noch nicht geschnappt wurden. Oberoffizier Schnapsel kann ich immer noch verwenden. Genauso wie den König da. Das ist mit dem königlichen Gestüt. Hört, hört. Hört, hört. Der König hat gesprochen. Also, äh, da ist schon noch, ähm... Da ist schon noch Luft nach oben, ne? Mit den zwei. Da kannst du noch was draus machen. Ja, Oberoffizier Schnapsel, bitte. Ja, so schaut's aus. Kompanie, auf geht's. Bitte. Ja, bitte. Sie haben nichts zu sagen. Ich stehe über Ihnen, ja. Mache ich Ihnen die Wadeln breit, ja. So schaut's aus. Ja, Oberoffizier Schnapsel. Und dann der... Das königliche Gestüt. Oh, hört, hört. Der Polizist... Das Bodenvolk hat gesprochen. Oh, nee. Ach, hört, hört. Wir wählen bitte 400.000... Goldbarren... Wie könnte man das so besser sagen? 400.000 Goldmünzen. Mit einer königlichen Prägung. Das fordern wir als Räuber. Als königliche Räuber. Handy, let's play. Danke für den Euro. Vielen, vielen Dank. Und danke für nichts dazu schreiben. Das finde ich immer sehr schön. Weiß ihr Bescheid. Alexa, stell den Timer für 30 Minuten. Perfekt. Yay. Wir sind fertig. Jetzt können wir abhauen und dann war's das. Warte, ich schau noch, ob seine Pflanzen auch schon bald ready sind. Perfekt. Perfekt. Das ist ein großer Anbau hier. Genau. 400 Goldtublonen werden gefordert. Wir haben 400 Pfund. Die Goldtublonen. Bitte. An den königlichen König. Den königlichen König. Von Forden Heinz Winston. Wir hätten gerne. Oder Goldtaler. Ja. 400 Goldtaler. Oder 400 Gold und Silbermünzen. Auf einem königlichen Gestüt. Richtung der königlichen Burg. Aus Winston. Ein Oberfeld aus Winston. Genau. So was. Ich schwöre. Ich muss mir das merken. Es ist immer, wenn ich einen Überfall mache. Und wenn ich genauso rede, Alter. Oder sowas von. So was machen wir jetzt? Das ist ein sehr guter Fall. Also ich hätte jetzt schon Bock irgendwo zu schmusen. 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 Hagebootene. Ich hätte schon Bock jetzt gerade auf schmusen. Auf ein crempi. Hagebootene. Oder auf. Ich weiß nicht. Kenner. Also jetzt sind jetzt nur 30 Minuten warten. Oh warte, weil der Handy klingelt. Hallo. Wo? Wo ist Chefchen? Du ganz kurz zu einer Situation hier am Hauptplatz. Ja. Ich stehe gerade mit zwei von unseren neun hier. Und einer von denen wurde gerade angequatscht von irgendeinem Fremden. Und unsere wurde dann gefragt, ob wir irgendwie, ob wir Spielzeug verkaufen oder ob es bei uns Spielzeug gibt. Und darauf war, also wir wissen nicht zu 1000 Prozent, aber höchstwahrscheinlich Waffen gemeint. Und dann haben wir gefragt, woher das weiß von Leuten mit braunen Hosen. Also vermutlich vom Kartell. Ach, der labert doch mal wieder shit, oder? Er weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber... Dass wir Spielzeug verkaufen. Aber schau mal, also eigentlich ist bei uns das Skullpot eigentlich Waffeleisen. Ja, ist richtig. Definitiv. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute vom Kartell einfach jetzt auf random allen Leuten erzählen, dass wir Spielzeug verkaufen. Naja, also wenn ich Spielzeug, Staubsauger meiner vielleicht, aber... Wird Kinder so zu üben dann spielen? Warum nicht? Ja, nicht, dass wieder irgendwas gesagt wurde, was uns wieder schädigt, ne? Ne, ne. Wollen wir das schon mal darüber Bescheid weisen? Ja, ja. Ne, also ich glaube nicht, dass das uns schädigen würde. Inwiefern würde das uns das schädigen? Ja, ne, nur weil, wenn das Kartell jedem erzählen würde, dass wir sowas verkaufen, weiß ich, deswegen meine ich. Also wenn es überhaupt das Kartell war, man weiß ja nie. Aber... Ja, vielleicht wieder irgendwie, indem wir hier aufpusten, weiß ich. Ja, das ist leider schwierig nachzuvollziehen. Ja, ja. Ja, aber selbst wenn sie sagen, wir verkaufen Spielzeug, dann passt das doch, weiß ich. Was willst du mit Spielzeug so? Naja, klar. Ne, nur, dass du da mal Bescheid weißt, dann. Alles klar. Äh, was? Gut, bis denn, äh. Danke, ciao. Tschö. Äh, am Hauptplatz, Olli. Gut. Da hat wer irgendwas gesagt, dass wir Spielzeug verkaufen. Wir verkaufen ja was Spielzeug. Nicht komisch. Hast du gehört? Hallo? Redest du mit mir? Ja, mit wem sonst? Ja, weiß ich nicht, ob uns zuvor... Ihr habt schon aufgelegt. Ihr habt schon aufgelegt. Achso, okay, okay. Da war gerade jemand, der meinte am Hauptplatz, dass wir Spielzeug verkaufen. Ihr versp... Spielzeuge? Ihr verkauft sie? Ja, meint er, ja. Welche Art von... Ja, macht... Nein, nicht so. Ne, wir verkaufen insgesamt kein Spielzeug, weil, äh... Unser Code-Wort ist ja ein ganz anderes. Ne, ne, ein ganz anderes Code-Wort haben wir doch dafür. Das ist da anscheinend gemeint. Oder die haben gerade wirklich eure Bullshit gelabert und sagen, wir verkaufen Spielzeug, keine Ahnung. I don't know. I don't know! Aber irgendwie macht es keinen Sinn. Ich will mal zu kurz zum Friseur. Ich schaue mir kurz den Nachherschnitt an, wenn ich mir genau angucken will. Bei dem Auto raus ist aber auch nichts los, ne? Da war mal viel los. Das war doch mal das alte Anselauto. Och, scheiße, bring mal eine Maske auf. Hoppala. Lass mich mal gucken. Guten Abend. Boah, boah, ii. Riechst du das? Es riecht doch immer gleich wie früher nach Urin da hinten. Ja. Da habe ich immer reingepisst. Guck mal, die Pflanze hier. Ja, aber hier auch. Boah, Alter, das stinkt. Boah. Die hier stinkt. Boah, das stinkt. Ich gucke mal, dass ich hier was reingespült bekomme. Ne die Leute. Geh mal da rein Das läuft jetzt zwei Stunden lang so Ey, darf ich dir kurz was sagen Ich hab letztes Mal, wie ich im Autohaus war Oh, es ist eh noch einer da Wir könnten zum Autohaus fahren Ich hab da letztes Mal so eine Zwei-Stunden-Version Reingemacht von einem Typen, der einfach reinschreit Ich mach das auf dem Fernseher Ich mach jetzt da einfach dieses Geräusch vom Pissen rein Es geht so eine Zwei-Stunden-Version Obwohl, eigentlich wollte ich mir heute meine Haare mal schneiden lassen Aber ich weiß nicht Ja, dann schau mal Was findest du bei mir so für ein Haarschnitt sonst gut Ich weiß nicht, was ich sonst immer Ja, guck mal Ja, sonst schau mal einfach Ja, ich schau Ich bin mir nicht unsicher jedes Mal Wer ist denn davon? Nein, bitte nicht Warum? Nein Was ist was dagegen? Was ist damit? Nein Warum? Siehst du sonst aus wie mein Papa Hör auf Damit? Was ist damit? Nein Sieht aus wie eine Vogelschläuche Damit? Genau Nee Warum nicht? Das passt nicht zu dir Hör auf Oder das hier Ich hör's da Nein Alter, ich würde beim Kartell drüben Sind sie auch schon so Nudeln? Nee, beim Kartell drüben gab es jemanden Der hatte die in Weiß Und ich dachte, die Globwürste begrüßt mich Ich dachte wirklich, das ist eine Riesenglobwürste, die mich begrüßt Was ist mit dem Zopf hier? Nee, mein Papa Hör auf Ich glaube, ich bin dir Daddy-Komplex Ähm Was ist mit dem hier? Hä? Nein Frisch Was ist wenn ich mir Was ist wenn ich mir Das hier Ist doch süß, oder? Nein, 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 bitte nicht Das hier? Oh Gott, ein Afro Hey, ist das nicht der, was der andere mal oben gehabt hat? Das ist ein Autohaus Keine Ahnung Na, Oli, du kannst ja hinpennen, weil ich bist du da mal kurz los Was ist damit? Was ist denn das? Alles gleich Schrecklich Aber das hier würde ich schon fühlen, wenn ich so zur Arbeit erscheinen würde Ich wäre auf jeden Fall Wer weiß, was da alles drin steckt Das ist ja nichts Gutes So, warte, du hast jetzt Also kurz, schau dich, schau noch, was es noch gibt Ja Glatze? Die hier, die hatte ich damals sehr oft Die hattest du damals, ja Aber da finde ich die jetzige schöner Ja, finde ich auch Ich würde nur eventuell Vielleicht den Strähnen ein bisschen auffrischen lassen Die Strähnen auffrischen lassen Weil es ein bisschen gelblich-orange so ist, ja Ein bisschen mehr so ins Was ist damit? Ist okay, finde aber das andere hat was zu schön Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, weißt du Das finde ich schrecklich Was ist das? Ist das so ein Pinsel? Das ist auch schrecklich, ja Das könnte ich stieren Nee, ich würde das andere lassen Das hier? Nur den Strähnen Nee, nee Pfft Also das hier und die Strähnen Was willst du anders machen? Du musst Silbershampoo rauftun, damit es nicht so gelb ist Silbershampoo Na Nee Mal kurz gucken Oder du färbst sie Du machst mal was Knalliges Ja, aber grün oder so Ja, grün ist glaube ich ein bisschen too much, aber Findest du? Das würde zum Shirt passen Nee, ich finde das sieht aus wie so ein Keine Ahnung So ein YouTuber? Mach's doch mal braun Ist auch ganz hübsch So ein hellbraun Ich weiß nicht Warte 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 Du hattest eine schöne Farbe vorher Ich weiß nicht So Die ist ein bisschen orangig, aber die passt zu deinem Haaransatz Die hier? Ja Ein bisschen so So ist auch Ja, so ist gut Okay, nämlich das Badmäßig Bitte nicht so Zu geschnitten So drei Tage Was ist denn mit sowas mal? Nein Was ist mit sowas? Nein Koteletten? Ich schau mal So was Oh Gott Ja, und auch nicht schwarz Weil du bist ja Ich hol mal die 14-Jährige mit dem GTI ab So ungefähr So ungefähr Die sind drei Tagebar Und dann halt nicht so Sag mal, ich bin Freddy, hallo Gott war Jowski Stimmt Nee, also Irgendwie Wo ist denn der? Ja, nee, ich glaube ich lass den Oder ich mach mal komplett Nein Also wenn ich jetzt komplett wegmache? Nein Jetzt mach doch, was ich gesagt hab Mal kurz In drei Tagebart? Ja Ja, ich kann nicht so schnell wachsen Das ist mal so Also das hier Ja, und jetzt Mach den aber nicht schwarz Gibt's da nicht einen anderen? Was ist mit dem? Der ist schreckig Aber schau mal Ich den jetzt Schau mal, ob ich den nimm Und dann ein bisschen Warte, schau mal Ich mach die Dichte Was ist damit? Nein, das ist genauso abgeschleckt Es ist abgeschleckt Du stehst es nicht Ich mag dieses Das hier Dieses Kleene nicht Ja, ich mag dieses Das, wirklich? Das Wilde Das Wilde hier Das ist das hier, das du wild Ich mag wild, ja Und das ist auch wild, oder? Ja, das ist zu viel Dann nochmal Das geht, oder? Ja, aber ein bisschen weniger So Weil das ist zu dunkel So Weil du bist sehr heller Ja, das ist hübsch Oder so So ein bisschen mehr Ja, so Ja, ja Ja, ja So ist hübsch Ja, viel hübscher Als das eingeschleckte Schleck Gut Bin ich fällig Dann fangen wir zum Auto aus Und machen wir die Pisse rein Endlich Also ich würde, meine Haare sind fast gleich Hast du da vor, Karl? Ja, aber nur weniger gelb Ein bisschen Ein bisschen, ja So mehr ins Ins natürliche Blond so Auf zum Autohaus Um die Pisse rein zu machen Ich zeig das Das ist voll lustig Hab ich das letzte Mal auch gemacht Mit dem Schreien Und vor allem Volume Auf 100 Stellen am Fernseher Ich hab da immer Universal Fernbedienung dabei So, kommen wir mal hin Das Schöne ist ja Wenn so ein neuer Kunde reinkommt Der sich ein Auto kaufen will Ein teures Und wird erstmal angeschrien Oder angepisst von der Seite Das ist das Schöne an der Sache Daran denke ich nämlich immer Sich jemand in den Kunden versetzen Der sich in so ein teures Autohaus wagt Und dann angepisst und angeschrien zu werden Ist schon schön Oh, guck mal Ein egeles Fischrestaurant Sag mal, redest du in die Wand, oder? Ja Okay, perfekt Pass auf, ich zeig dir mal, wie das geht Und zwar packe ich mich jetzt hier ein Äh, Chefchen, warst du schon bei deinem Pflanzen? Positiv Guck mal mit Find die nicht mehr Sind die weg? Laber nicht Ich sehe jetzt gerade nichts Äh, dann hat die wer mitgenommen Und vernichtet Sind deine noch da? Äh, ne, meine sind auch weg, oder? Warte mal, da bin ich falsch Ich glaube, du bist falsch Das ist weiter hinten Ich komme kurz Ja, markier das Ding nochmal Hab ja die Dings gesendet Die Möglichkeit besteht auch, dass er sie nicht sieht Und er kurz nicht mal schlafen legen muss Ja, es kann dann einfach sein, dass ich ein Stück zu früh abgebaut bin Wenn ich komme, kurz Ja, alles gut Bin zu früh abgewogen Nee, das ist gerade nicht, äh, hoch Und Warnung ist alles noch da Achso, versetzt Und jetzt musst du von außen das schön betrachten Wie das dann aussieht, wenn da ein Kunde reinkommt Und da drin ein Auto kaufen möchte Stell dir mal vor, ich höre jetzt der Kunde möchte ein Auto kaufen Der ist dann angepisst Im Autohaus Sammattung vorbei Ups Ich mache das sehr gerne, weißt du? Ich denke mir so, da haben wir alle Spaß bei Du hast doch keinen Weg, guck Nein, das ist doch keiner, ne? Old mit dem pflanzigen Pfund am Sandi See Das ist zu schmecken Mach' schau' das Ding hier an Ja, das sind mehrere Pflanzen, ich glaube das gehört mindestens zwei Personen Also, ich glaube nicht dass sie die alleine hoffen an Ne Welche sind die denn? Stage fünf von sechs Woannn wir's mit für an? Äh, kannst du mir mal ans Standort schicken? Hallo? Hallo? Ah, moin Chefchen, ich bin's nochmal. Bitte? Ich weiß nicht, hast du schon im Team-Chat gelesen, was Ryan geschrieben hat? Nein. Mit, dass wir am besten, bevor wir jetzt umziehen, dann auch nochmal einen kompletten Personalplan machen. Und wir auch die neuen Länge dann hier jedenfalls bestücken. Naja, das ist ein Plan. Und da ist jetzt die Frage, hast du vielleicht Sonntag oder so Zeit? Ja, wir waren es ja schon im Samstag durchziehen. Ach, wollt ihr? Ah, scheiße. Dann... Die Frage, dann wollen wir das so am Samstag uns alle mal treffen und das besprechen, oder? Ja, sowieso, weil da der Umzug ist. Okay, dann wann hast du gegen Samstag Zeit? Also voraussichtlich Samstag oder Sonntag, ich werd's nochmal angeben. Okay, weil wenn du das dann angibst, dann können wir mal einen Termin zusammen finden und dann müssen wir wirklich alle zusammen da sein, damit wir uns besprechen. Jawohl. Aber du weißt schon, die Ränge sind bis dahin aktiv, ne? Ja, ich weiß, deswegen die müssen wir ja dann gegebenenfalls bestücken und deswegen müssen wir uns ja irgendwie zusammenfinden. Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit. Genau so ist es, ja gut, dann machen wir das. Ich würd' sagen, jetzt machen wir alles an dem Tag dann. Genau, alles klar, dann machen wir das so, passt. Perfekt. Gut. Dann bis dahin. Ciao, ciao. Wir sind im Krankenhaus. Was? Braucht ihr Backup? Ja, ne. Ich hab nur ein Pflanzkring gefunden, was aber nicht. Ob das jetzt 20 sein oder mehr. Äh, warte. Wo hast du den gefunden? Sandy ist hier, aber da steht das Suburban. Ein Suburban steht dort, von der Polizei? Alexa, wie lange geht noch der Timer? 12 Minuten gelaufen, wenn man durchtun. Ich bin froh, ich verlange dich beim Krankenhaus. Darfst du mich verschreien? Das ist, ja. Das läuft. Alles gut, oder? Ja, ich muss ab. Anni, wir uns da behörden am Arsch. Ah, ok. Also Polizei. Wir haben die Pflanzkringen in Schändasche gefunden. Scheiße. Äh, unsere? Weil da am Wehe. Ne, die da am See stehen. Ok, weil am besten dort nicht hinfahren, dort unsere stehen. Bitte nicht. Ich musste jetzt da hin, weil ich war ja anders schon vorher hier. So Jungs, ich bin dann auch gerade. Für die besten Streaming im deutschsprachigen Großraum. Dankeschön, Lukas Kanz. Für 5 Euro und die netten Worte. Kuss. Ja Leute, der Umzug wird der nächste große Stream, glaube ich. Also fahre ich am besten nicht zu dem Standort jetzt, ja? Übrigens, ich habe einen weggezogen, ich habe keine Ahnung. Na ja, ich würde aufpassen jetzt. Wenn da ein Suburban steht, der guckt was die Leute machen und du fährst genau da in die Gasse, dann haben wir ein Problem. Ich fahr jetzt doch mal in die Nähe hin. Guck mal wo der ist. Ich weiß jetzt, als es Suburban steht, da das alles runterkackt. Was? Sie kacken? Warum kaufen sie ein Klopapier? Haben sie wirklich vor, damit zu kacken? Ja. Was halt immer Klopapier kaufen geht? Sie ekeln mich an. So. Wollen wir mal hier gucken. Das ist auch wohl so stimmt, dass dann Suburban rumfährt, der anscheinend von der Barriere ist. Das ist die Frage aller Frage. Ich liebe, dass wir den NPCs einen so schneiden, ey. I love it. I really, really love it. I'm in love with the NPCs. I'm in love with them. Because they are cutting in front of you. And then you are galtating them. Galtating? 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 You are delgating them. And then they are braking. And when they are braking, then you are crashing into the back of them. So your car is pretty much fucked up. And that was it. And you are going to the hospital. And your car has to be towed away from the mechanics. That's awesome. So. 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 You got the酒 at home. Jaja, wir haben ja 10, die rauskommt. Ah ok, verstehe. Ich fahr grad 10. Ich fahr dann mit Absicht extra schnell mit meinem Auto um zu gucken ob der kommt oder nicht. Ich glaub da suchst du ne Pflänze. Oh nicht. Das ist der Sound auf der Spende. Oh, dankeschön. Hallo? Was die kacken beste Video von TikTok. Das war doch bei dieser Comedy Show oder? Was? Sie gehen damit wirklich kacken? Sie kaufen sich Klopapier? Sie ekeln mich an. Ist der GTR für euch denn das dann? Ich glaub ich was. Ok, anscheinend ist er ein GTR der grad rumfährt in Sandy. Ein schwarzer. Halt mal an und gucken ob das ein Cop ist. Ichость nicht. Oh dieses spiel auf den ganzen Tag ist. Ah. Ah, das ist interessant. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Ja, siehste. Ja, ist ein Cop. Ja. Der ist ja vorhin rumgefahren, ich habe extra ein bisschen abgelenkt, weil ich mir gedacht habe, bring den auch mal raus. Ich will mal schön platz tauschen, du bist einfach gefahren, ich weiß, was schütt mir aus. Warum sind die so extrem? War ein bisschen schön unterwegs, das habe ich geguckt, bisschen schnell unterwegs waren hierher. Grüße. Guten Abend, die Dame, wie kann ich ihnen helfen? Sie müssten einmal aussteigen, ich wollte ja mit den Führern stellen. Oder ihre Beifahrerin müsste einmal aussteigen. Das ist so geil, ich kann, wie sie wollen. Also entweder die Beifahrerin magst du sitzen oder aussteigen, mir ist egal. Gut, dann machen wir das so. Ich frage immer meine Dame, was sie lieber hat. Ah, bitte schön. Alles klar, das Fahrzeug ist schätze ich mal aus sie zugelassen. Ja, positiv. Ich kontrolliere das. Sie werden aber ganz schön schön unterwegs. Maxi King. Maxi King. Alter, aber ich wusste einfach, dass das kopste. Du merkst es einfach bei einer Fahrweise schon. Alles klar, was passiert. Haben sie hier schon mal ihren Führerschein wieder? Dankeschön. War ein bisschen schneller unterwegs. Ja, ich wollte nur gucken, ob es die Polizei ist oder nicht. Weil sie immer so, irgendwie waren sie schnell, aber irgendwie auch nicht. Hab ich geguckt. Hab ich sie überholt und hab geguckt, ist da blaulicht drin so. Was ist denn das für ein Ding? Und dann hab ich sie mal überholt, um zu gucken. Also hier sind die Chance ausfahrt, da haben wir sie mit 116 und jetzt mit 102. Hier ist ein bisschen schnell. Ein bisschen, ja, haben sie recht. Aber sie waren auch ein bisschen schneller als sonst. Sie waren auch nicht im Tempomatmodus aktiv. Ja, weil wir aktuell gucken müssen, was uns verfolgt und was nicht. Ja, ja, ja. Ja klar. Da muss ich ihnen aber leider auch eine Rechnung für geben, weil das ist nicht mehr in dem Bereich, wo man sagen kann. Kein Problem, die Dame. Kein Problem. Also, ich weiß nicht, sind sie eine Dame? Ich sehe es noch nicht, weil sie eine Maske aufhaben. Aber man muss ja heutzutage aufpassen, wegen dem Gendern, wenn man das Gesicht nicht sieht. Danke. Danke. Haben sie hier schon einen Rechnungsdurchlag? Danke. 202 und 130. Sorry about that. Jawoll. So, Führerschein habe ich ihnen schon zurückgegeben. Sind sie eine Dame oder jetzt ein Herr? Ich weiß gerade nämlich nicht, ob ich sie... Ich bin ne, ja. Okay. Man muss nämlich aufpassen, wenn man maskiert ist, kann man nicht gucken. Ich hatte auch schon mal eine Dame vor mir, wo ich dann auch nicht wusste, passt das jetzt oder nicht. Ah, das klappt dann, ich wünsche dir einen angenehmen Tag. Gut, endlich noch. Vorsicht und fahren so langweilig. Jawoll, danke. Danke, mach ich. Ciao. Langweilig. Ich bin kurz powernet. Ich bin einfach gar nicht glücklich, dass ich die ganze Zeit Dame gelandet habe. Ich bin gerne als Backup drauf. Ne? Ja, ich kann auch als Backup gehen. Aber ich habe es gewusst, dass das ein Typ ist, ne? Ich habe es mir schon fast gedacht. Da habe ich sie nur nicht um... Ach doch, scheiße. Da müssen wir halt dann gucken, weil meine Pflanzen brauchen jetzt noch 20 Minuten. Ich glaube, Schäfchen seine sind eher fertig. Ja. Grüner P1. Ja. 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 Das gebauen wir dann und dann kleinen Planeten. Das ist schwierig zu erklären. Weintemt die, oder? Schick einfach Standort um. Achso, du bist gefütter, Mann. Ich bin jetzt wieder am Hauptplatz, das ist ganz schlecht. Ich bin gerade am Standort. Wir haben den Motor angelassen, aber ich weiß ja nie. Alexa, Timer aus. Wir legen eh zusammen, ne? Okay. Danke. Achso, ich will es da, wir legen eh zusammen. Das ist einer von uns in dem P1? Ne, oder? Der P1, der grüner? Ne, das ist so ein blauer P1. Der hat gerade ein paar Kopf am Arsch. Ich glaube nicht, dass er zu uns gehört, ne? Okay, ich habe gerade gehört, dass es einer von uns in Bellingern ist. Oh, da ist gerade ein Pick-up uns vorbeigefahren. Neben unserer Plantage direkt ein Pick-up vorbei. Ein schwarzer. Okay. Hast du erkennen können, Bassvereinung? Ich habe es gerade nicht gesehen, ich glaube, das war ein Ram. Bin mir gerade unsicher. Ja, schick mir mal Vorsitz, aber einen Standort, bitte. Äh, gib mal Postleitzahl 854 ein. Wenn du da guckst, ist ja ein Berg gegenüber. Hinter dem Berg, wenn du Richtung Gleise bist. Aber auf der Linie. Okay, verstanden. Danke. Also, wenn du da die Straße Richtung Gleise fährst, auf derselben Luftlinie, kommst du zu uns. Unsere Postleitzahl 854. Ja, habe ich mich auch mit, danke. Jawohl. Also, ich weiß nicht, was der jetzt vorhat. Warte, das ist vorbeigefahren, sah aber nichts, was der uns gesehen. Aber trotzdem nicht, dass, falls der uns gesehen hat, jetzt Backup ruft oder so. Ist aber nur auf der Sandy-Seite von die Gleise, oder? Also vom Grenzzaun. Genau, Sandy-Seite. Das heißt, wenn du abbiegst, äh, nach dem Zaun links. Okay, verstanden. Das ist spannend. Ist das ein Cop gewesen, oder nicht? Hat das gesehen, oder nicht? That's the question. Wir wechseln mal kurz auf Moros. 108, das heißt, wir haben gleich viel. 6, design. Gut. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Wir machen uns jetzt auf den Weg, dass wir wieder, äh, Retour fahren. Es stehen jetzt noch 20 Pflanzen, vor dem Rollo. Warte, ihr werdet es nicht glauben. Ich stehe ja alleine am Hauptplatz, da kommt einer und meint, nimm die Hände hoch, nimm deine scheiße Hände hoch. Ich so, würde ich nicht machen. Er nimmt die Waffe runter, warum nicht? Ich ziehe die Weste an. Der so, oh, sorry, sorry, kommt nicht wieder vor. Schön am Hauptplatz. Der nächste. Rechten Tag, Alter. Ja, ich weiß noch nicht. Entschuldigung, ich bin gar keine Klappe Kasse. Ich so, ja, da probierst du aber nicht bei mir. Ja, das wäre schlecht für den Auslieger. Ich meine, wenn es, weiß ich was schön wäre? Als wäre, wer machen würde. Ja, ich war erst mal überlegen, nehm ich jetzt die Hände hoch oder, äh, ja, aber ich dachte, na komm, dann können sie eben weg. Ist das euer Urus? Ja, das ist jetzt ich drin. Ach, Gott sei Dank. Gut, dann ist er weg. War so ein Raptor, äh, entweder das war ein Raptor oder ein Ram, irgendwas ist da durchgefahren, ein Schwarzer. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat, weil er ist da ziemlich durchgerast, aber es kann ja sein, dass er es gesehen hat. Aber anscheinend hat er es nicht gesehen, weil sonst, er hat ja nur mal geguckt, wie er es angehalten hat oder so, weil wir waren gerade am Abbauen. Weil er hat sich nicht versteckt. So gut. Ich werde es ja gleich merken, ich muss in 13 Minuten zu meinen Flüssen. Ah, schön, haben wir das auch mal gemacht. Und, wie war das? Mal so mitmachen. Hallo? 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 Um welchen du rührt? Was soll das? Du redest doch nicht. Du hast schon die ganze Zeit geredet mit dir. Wieso? Ja, ich kann das nicht. Du hast ja gerade eben gepunkt, Alter. Ich kann mich nicht mehr. Achso, Entschuldigung. Ja, ich habe davon gepunkt, das stimmt. Ähm, wie war es denn so jetzt erst mal wieder mit? Machen wir. Bitte? Wie war das jetzt, das erste Mal hier mitzumachen wieder? Nach langer Zeit, ja, war ganz angenehm. Wenn jetzt mal so fürs Reinkommen, dachte ich mir so. Man muss ja nichts Großes machen. Ja, war ganz angenehm. War angenehm? Ja. Hat Spaß gemacht? Also ich habe mich nicht eingeschissen. Ja. Cool. Äh, dann würde ich sagen, du gibst mir mal die Sachen und ich gebe dir das Geld dafür. Entschuldigung. Verdient man eigentlich als, als Führungskraft gut, oder? Und wenn ich im Dienst wäre, ja. Verdient man gut? Du bist gerade nicht im Dienst? Schön. Fischi macht Krankenhaus-RP. Was hat ein Fischi wieder gemacht, Alter? Oh, ich bin noch rummelig. Oh, 110. Perfekt. Ich gebe dir dann gleich die Preise. Warte. 110 Kuschhammer. Ich glaube, schauen wir mal auf, was haben wir Preise? Also 110. Zeig ich sie mal ganz anders. Der Armin Raptor bist du, oder Schäfchen? Ich bin eben keinem Raptor. Ja, weil da steht der Raptor im Gebüsch. Ja, die ist... Der Armin Raptor von uns, Schärten und Schwarten. Einen schwarzen Raptor? Seid das dann ihr? Geht all Raptor, bei ganz vielen Plänen zu können. Jetzt weg, nachdem man mich sehen haut. Voll weg. Mhm. Ach hier, Cush-Ankauf. Was haben wir denn hier? Werden wir? Wie habt ihr mal den Standort gelegt, Jeff? Alle Mitarbeiter kaufen Cush für 350 von Zivilisten. Da ist das 350, äh, 38.500. So, das ist für dich. Dankeschön. Das hast du dir heute regelrecht verdient mal. Und, äh, ich frag das mal ein, wie viel das ist. Das sind 218. Das trage ich schnell ein. Da bin ich nicht eingetragen. Äh, Maris Fisch ist eingetragen. Hallo? Punkt, schau. Hallo? Bitte? Du brauchst auch wo vom Markt die Pflanzen stehen, oder? Ja, da stehen meine auch. Ja, da schick ich dir jetzt den Standort von den Pflanzen, was ihr jetzt gerade gefunden habt. 2.18. Ich hab' die gleiche rausgefunden. Ich bin der Pflanzen-Prost. So bin ich jetzt da. Ziemlich genau an meiner Position, ganz leicht unterhalb Richtung Gleiser. Ich hab' die Schockers. Ja, das könnten eventuell meine sein. Ne, weil da ist gerade ein Raptor in Army-Vorliebung dabei gestanden, bis ich hierher gefahren bin. Okay. Der stand vorhin, äh, im Sandy-Parkplatz. Ja, ich hab's immer gehört. Äh, ja. Ihr habt dir einen Standort geschickt, Marc, genau da, wo der Standort ist, da war der gerade. Äh, ich bin jetzt... Der Army Raptor, der am Sandy Parkplatz stand, der hatte das Kennzeichen F-Raptor, das war mal meiner, den habe ich an Marco Koppel verkauft. Ach warte mal, das ist äh... Der Raptor steht immer noch da und beobachtet die Pflanzen. Also ich müsste jetzt in neun Minuten los, soll ich schon mal losfahren oder? Zur Sicherheit? Na komm, ich komm schon mal. Ich fahre gerade unten, entlang der Grenzen, unterhalb der Fahrt. Wer bist du? Wer bist du? Ich mach da mit dir. Ich mach da mit dir. Na, Mann. Marco. Hallo? Komm zu meinem Standort, ich hab dann geschickt. Bei mir ist das nicht ganz wohl, dass der Raptor mich ganz wohl... Ach, das heißt ich kann es direkt in die Dings reintun eigentlich, das sind dann... ...218... Ist ja bei 719... Ach warte mal, was ist das? Ach so! Warte, Firmen-Kusch? Warum ist da Firmen-Kusch insgesamt? Ich hab mich grad verwirrt, ist das hier mitgezählt? Ich komm jetzt schon mal so. Sind 1000 irgendwas? Ah doch, es wird mitgezählt. Da muss ich das hier noch abzahlen hier. Also das 2... Wie haben wir das berechnet? Passt das so? Das klingt nach ein paar Minuten. Ah, ich lass das mal so drin stehen, bevor ich jetzt... Dann hör dich raus, Ivan. Ich muss dir jetzt mal helfen, Leute. Ich muss dir jetzt mal helfen, Leute. Das weiß ich. Okay, Alter. Ja, raus aus dem Krankenhaus. Ja, raus aus dem Krankenhaus. Ja, wo kommst du? Ja, ich fahr gerade zu deinem Raumweg. Du, an dem Spot, da haben wir angebaut, ja? Also da ist jetzt noch immer der Typ. Fahr uns mal hin. Alles gut, der macht mit Babys. Ich bin jetzt nur groß am Standort. Ich steig mal ein. Oh mein Gott. Alles gut, steig mal ein. Ich muss jetzt meine Berührungsrichtung nehmen. Ich hab meine Herzschlag bekommen. Ne, ist der Raptor hinter dir von uns. Alles klar, ist... Ist der Raptor dort? Ja. Wir sind davon. Ja. Ist der Raptor noch immer da? Ja, was? Oh, äh... Restart vom... Dingssicher, ja. Ja, ja, ja. Restart vom, äh... Hast du noch mehr? Hast du noch was? Ja, 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 ja. Ne, das hat... Vielleicht auch gerade kein... Restart vom... Ja. Natürlich. Ganz cool, Leute. Ganz cool. Mein Router restartet sich wieder um 1 Uhr morgens. Das ist so geil. Um 1 Uhr 7. Jedes Mal um 1 Uhr 7. Ah, perfekt. Ach, ich brauche euch noch was zum Trinken. Bin gleich wieder da. Zwischenzeit starte ich mein Game neu. Weil das mit dem Dings... Mit dem, äh... Raptor wollte ich nochmal abchecken. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. So. Bin gleich da, Leute. I'm sorry, mein... Ihr kennt ja meinen Router. Mein 1 Uhr 7 Router. Mein 1 Uhr 7 Router. Um 1 Uhr 7 ist dicht. Um 1 Uhr 7 ist dicht mehr zum Spaßen, ihr. Dann hat er keinen Bock mehr. Macht er Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Heftig, deftig, würzig, gut. Mal rein in die Olga. Rein in die Olga? Rein in die Olga? Ja! Wir sind kurz vor 7.000 Likes. Wenn ich zurückkomme, hätte ich da gerne die 7.000 Likes, Leute. Like halt darauf. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir haben es sogar geschafft, ja hallo 7000 Likes, ihr seid ja unnormal, wenn ihr jetzt nicht erwartet, 7080 Likes sogar, ihr seid ja heftig, Kuss. Ah, schön, wir sind immer wieder da. Gut, dass Asuna Pro sicher gleich geklärt ist mit dem Raptor, dann war es das sicher. Dann war es das gleich. Ich nenne jetzt meinen Router einfach Robert, Robert der Router wird jetzt einfach benannt, das passt, finde ich, das passt richtig gut zum Router-Namen. Wie weit ist mein Auto noch da? Das ist doch schön, das Auto updatet sich ja auch nicht. Ich war ja ganz woanders schon, ich war ja schon irgendwo bei der Rügenwalder Mühle war vielleicht schon irgendwo dort. Feierabend, wie das duftet. Deftig, deftig, würzig, gut. Jetzt muss ich noch auf Schande warten. Warte, ich mach mal den Funk an. Check, check, noch Code Zero wieder da. Hat sich das mit dem Raptor geklärt? Ja, wir haben da einen Raptor gehabt, bei Rollo seine Pflanzen. Der wollte auf mich zufahren, wo ich noch alleine war. Dann sind drei Urus von uns gekommen und noch ein Raptor und dann ist er abzogen. Waren aber definitiv mehr Leute in dem Raptor drin. Alles klar. Ja, dann hat er das doch nicht übersehen, hat das doch gesehen beim Vorbeifahren. Ja. Ich dachte, wir haben gerade gesagt, wenn er wieder kommt, werden wir schießen. Nicht, dass er die Polizei jetzt ruft. Da unten im Sandi fährt ein blauer Urus herum. Ist das jemand von euch? Blauen Urus war ich, ja. Okay, gut. Oh. Pommasche aus dem Buchenrauch, Naturgewürz und das schmeckt man auch. Dankeschön, bader Skill für den ganzen Text. Den Rest kannte ich nie auswendig. Danke. Hahaha. Diese Werbung ist einfach steckend. Oder kennt ihr euch diese Werbung? Rügenwalder. Was? Rügenwalder. Schau mal aus. Ich gucke, ob ich schon ein bisschen gerne. Diese Rügenwalder Werbung mit diesem... Jetzt muss ich mal gucken. Verstanden. Ach das denn, Alter. Das ist schon fertig. Ich schwöre, das ist Kindheit des Todes, ey. Das ist, das ist, das ist das. Werbung, die lief damals. Mal anmachen hier. Ja, diese Werbung hier, ne. Kennt ihr die noch? Ich kann mal ganz kurz abspielen. Hier, das hier. Bitte? Rügenwalder. Rügenwalder. Wie das einfach gar nicht zusammenpasst. Teewurst? Rügenwalder. Diese hier? Die mit der Mühle. Echt? Mit der Mühle? Natürlich. Die? Alle. Das wäre heutzutage so ein Meme-Potential. Ich schwöre. Alle. Alle. Rügenwalder. Welche? Rügenwalder. Die mit der Mühle. Die hier? Alle. Das war noch gute Werbung. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber das war noch gute Werbung damals. Damals gab es noch gute Werbung. Heutzutage nicht mehr. Heutzutage hast du nur noch Scheißwerbung, die dir auf den Sack geht. Ist halt so. Oder? Gibt ihr mir da recht? Wie ich sie hasse. Alter, das war noch eine stabile Werbung. Überleg mal, was du heutzutage für Werbung hast. Damals hatten die richtig gutes Meme-Potential. Das hast du heutzutage nicht mehr. Der Inbegriff von einem NPC. Alter, sowas von. Da kommen so Skyrim-Feelings hoch. Der geht in so einen alten Laden rein und fragt einfach nach Hügenwalder. Und kann nichts anderes außer drei Wörter so gefühlt. Alle. So richtig NPCler. Hast du recht. Weißt du aber, ich sag richtig Mühe-Potential, das Ding. Hier ist es. Magst du schon nach Hause fahren? Gibt's was Neues? Achso, ja. Okay. Und wer war der jetzt? Ja, da waren irgendwelche Leute, die wollten da sich abziehen. Mit irgendwelchen Pflänzchen. Voll gestanden. Ich würde sagen, wir fahren mal nach Hause. Ja. Die Küche wartet. Haben wir noch was Schönes zu essen? Ich wollte gerade sagen, du bist da watschen. Ja, was denn? Die Küche wartet. Ne, ich mach mir was Schönes zu essen. Achso. Achso. Warum denkst du immer, dass die Frau kocht? Ich hab gehört, wenn die Frau was Gutes kocht, kriegt sie auch das Toastboot. Da könnte man mischen und tauschen. Hä? Ja, was? Hm. 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 Ich weiß nicht. Ja, doch. Dann nimm das Toastboot. Echt jetzt? Ist der Toast so wenig wert? Ja. Warum? Hä? Echt jetzt? Ach komm. Weil ich aufräumen muss die Küche noch. Die Küche ist doch sauber, oder? Nee. Boah, die ist doch sauber. Äh, sauber jetzt? Ja gut, wir fahren mal hin und schauen uns das jetzt an. Oh, wirklich? Wenn die sauber ist, dann machen wir was Gutes für mich dann nicht. Ich möchte aber nichts Gutes. Okay. Warum nichts Gutes? Schmeckt man was? Ich zeig ihm grad den Weg und ich bin ein bisschen weggefahren. Warte. Guck mal, wie spielst du los? Joa, ich fähre dann fällig. Äh, was? Durch Hauptplatztreffen dann? Oder was? Ja. Ja, ich fähre mir noch ein bisschen ins Ende, aber bumm. Das war ja hier so kompliziert. Ich saß fliegen, weil du dich ausm steht. Vielleicht mal, wenn du was findest, kannst du gescheit sagen. Ja, sicher. Wolf, wo fährst du lang? Ich weiß, wenn ich da mal um uns... Ich bin jetzt da in die Bauchplatz, kannst du gern herkommen. Ja, ich komm zu dir. 51 Leute, wenn die Uhrzeit aufgeschlecht. Sogar ein Arzt ist noch da. Hallo, ein Arzt? Die Polizei sowieso immer. Polizei immer aktiv in letzter Zeit. Ich bin jetzt da. Alter. Alter. Alter, ich hab grad voll erschrocken. Ich hab schon vergessen. Holy shit, mein Herz. Bleibst du im Urus, oder? Ich dachte, ich wär schon vorbeigefahren. Ich bleibst im Urus. Los 3, 4. Oh Gott, so dankst du mir das du. Wir fahren grad wie ein Profi. Ah, schön. Ich bin komplett ein riesiges Unweg gefallen sonst. inverse. Wie? Rechts noch mal reinschauen. 0,2, schlägt's. Ich glaube, das ist nichts oder nichts. wo warst du denn gerade ja wo warst du gerade von du kannst du die aber ich habe nichts gesagt es war nur spaß aber ihr könnt gerne mal zum hauptplatz kommen ich hätte dann noch im kofferraum voll mit euren schönen waffeln die spielzeugen dem kofferraum ja die haben wir den abgenommen wir schauen wir kurz links rüber entweder in die tasche oder an den kopf von einem kopf ja aber ein schön feierfall 2 bin auch doch da mein lieblingsvauer danke freut mich bis am ende da geblieben und darkfantam00420 ich mache gerade ein bisschen was durch in dem ich danke dir für das aufheitern das ist die schönsten nachrichten die man kriegen kann das ist schön dann vielleicht kurz noch mit also richtig schöne nachrichten wenn es dann einem besser geht ja kann ich machen kannst du ihm noch mal eine nummer schreiben ich kann mal wo zum haus kommt haus ich habe es dir gezeigt haus geht sehr gut haus geht sehr gut haus geht sehr gut haus habt ihr gesehen das war wieder dasselbe mpc der hier abgebogen ist wie jetzt mein polizeistream ich mache heute feierabend heute ist nix mehr aus danke guten feiern tschüsschen guten feierabend was soll man nur austragen mal pcad eingeben nein was sind doch zehn leute da ach laber nicht Dario hat sich ausgetragen Marius hat sich ausgetragen sind nur so viele da heftig neun stück also heute war was los hallo hallo ach da bist du eh hallo auf 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 aufpassen hallo nicht allein gehen ich wollte gucken boah ist dieser hübsche mann hier keine ahnung wer ist dieser hübscher mann hier auf dem plakat so hübsch auch nicht schon relativ hübsch 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 wo gehst du ja ich guck ob die küche gemacht ist hä wo laberst du ist die ist doch schön gemacht guck mal da ist hier ein pizzakarton den kannst du wegschmeißen das Brett ist nicht abwaschend das ist auch nicht abwaschen ich weiß nicht das kriegt man doch weg oder klebensmittel liegen doch überall herum das kriegen wir doch irgendwie weg ach ich find's hier auch sehr schick und schön aber man kann hier also ich hab da immer angst weil irgendwer gemeint hat hier kann man abfackeln hoffe nicht so eigentlich sollte man hier nicht abfackeln können ne was da wurde nämlich irgendwas gesagt man muss hier auf aufpassen ja genau ich teste genau ja ja dann test mal test mal so gut du kannst kannst alles machen und nicht im pool springen ne ach so liebe leudels louis he haut noch raus bist der beste mal weiter zu sehr schön louis vielen vielen dank dann machen wir wohl mal für heute mal schluss im schacht schicht im schacht äh erstmal die schuhe ausziehen so dafür ist er nicht gedacht das hat er gerade geschrieben Regierung endsmet äh da haben wir heute mal schluss war auf jeden Fall mal cool heute wieder viele gespräche gehabt vieles neues gelernt wir haben sehr viele neue mitglieder bekommen das freut mich auch ganz schön sehr und mal gucken ne muss das Haus wirklich nutzen nö muss einfach schön aussehen auf jeden Fall äh wenn euch dieser Stream gefallen hat lasst ein Like lasst ein Abo da wisst Bescheid abonnieren kostet nix damit könnt ihr mich kostenlos supporten das ist wie mit einem Like oh ja das könnt ihr machen und SivNBK auch dank mal für einen Euro am Ende da ist ja auch ein ganzes Stream mit dabei gewesen SivNBK Dankeschön ähm ja ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht es ist ja schon wieder 1 Uhr ich wollte heute gar nicht so lang machen aber es ist schon wieder zu lang und Julian schönen Feierabend für ein Zini danke Julian er schreibt aber schönen Feierabend das freut mich sehr danke danke Julian danke so ähm also schön mit euch ciao mit auch sagt man und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht bis zum nächsten Mal und das Abend eher geht es auch außer Dienst dies jetzt ist die Zeit gekommen jetzt aber wirklich schon zu Ende schade ganze fast 6 Stunden wieder mal wieder viel zu lang also da kommt noch was von Papa Emil 1 zu 7 mit 9,99€ wünsche dir eine gute Nacht und gucke dich schon seit 6 Jahren der ist auch schon lange dabei der Ehrenbruder Papa Emil vielen 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 Dank für deinen frechen und frischen Support jetzt gehen wir aber wirklich Leute also haut rein ich verabschiede mich vergesst nicht die Rügenwalder Rügenwalder Teewurst Rügenwalder also Leute haut rein und mach hier ein lustiger Lacher seit 8 Monaten gute Nacht auch nicht vergessen auch als Mod aktiv auch auch Kuss geht mal raus in die Mods da muss ich auch mal sagen Kuss geht raus schön dass ihr mal jetzt aktiv seid Internet Kurt sowieso immer Martin Berger auch vielen Dank heute fürs Moderieren lustiger Lacher auch danke fürs Moderieren heute die sind jetzt bis am Ende sogar noch dran geblieben also da geht nochmal Kuss raus ihr seid echt heftig und moderiert da geht wirklich Kuss an die Mods dass sie hier bis am Ende sogar noch da sind genauso ist es also Leute Tschüssikowski und David noch mal die Sachen eingeblendet von Papa E-Mail hier und von Sif MBK jetzt lasse ich noch einblenden dann geh mal dann geht es wirklich ins Battle danke macht ihm mal Spaß ja muss auch muss auch sonst kann man das Moderator Ding ja nicht machen muss ja auch einem Spaß machen ist ja komplett freiwillig auf freiwilliger Basis das müsst ihr euch vorstellen die Leute machen das ja auf freiwilliger Basis als Moderator ist ja schön schön